ein ägypter war und scheich ahmed jassen von hamas ein ägypter war und das so herr muss ich kann stolz auf die sein ich kann sehr stolz auf die sein 1900 fachistinians sagen wir dazu fachistinians also kian willst du willst du uns erzählen dass die menschen die gerade die menschen in israel leben dass das alles dass die alles jüdische abstammung haben willst du mir gerade sagen dass die alle jüdische abstammung haben das sind alles europäer das weißt du ne die palästinenser die dort leben sind entweder syrer jordan ja oder ägypter und was sind die israeliten die israeliten sind das was sie stammen europäer und leute aus dem westen 12 12 ist verloren also in israel leben nicht nur juden aber du weißt schon dass 60 prozent in israel sind eigentlich misrachi das heißt die sind klarer mussten aus wie araber mit nachnamen levi heißen was sagst du mit levi ja warum heißen so viele juden mit nachnamen levi ich heiße mit levi levi den sohn bin ich ja genau woher kommt dieser nachnamen woher kommt der nachname levi levi stamm ja richtig dass das viele juden haben sogar den nachnamen eines der zwölf stämme israels ja und kian es ist ein fakt es ist ein fakt dass du gerade versuchst du versuchst gerade nicht meine meine 70 generation meine 70 jahre aus nordafrika das unterscheidet denn die palästinenser von der wenn er den nicht ausreden lässt wenn er den nicht ausreden lässt und nur he mich lacht kommt ja ich sag ja eh nicht oft was weil die alle durcheinander redet deswegen wollte ich nur eine frage stellen also show erzähl mal was über die warte lass mal kuku kuku lulu kurz verspann ich bin mir sicher die araber können nicht vier generationen nach hinten verfolgen und du redest was wollen wir wetten warum wollen wir wetten wollen wir wetten ich würde das wirklich darauf an dann google mal der imam schärfer ist google mal wo er geboren ist jetzt auch immer die ankommen diese wäre sie dann schaffe er ist immer eine schärfe die mal geboren du wolltest gerade sagen drei generationen kann ich nicht nach hinten gehen in der schaffung kann reichlich nach hunders und ich nicht wer kommt denn nicht aus palästina kommt denn nicht aus gaza ist ich sage dir dass du keine vernünftige ahnenkette also israel soll bei dir hinten rein leon du brauchst nicht so dumm kommentare abgeben was ist israel ich erkenne das nicht an oh sorry hab nicht auszusehen gestimmt oder nicht israel existiert so wie deine unterhose ja und nicht mehr lange nicht mehr lange irgendwann wird es nicht mehr existieren weil sie uns vertreiben was jeden tag wenn du auch und danach ist es traurig ist jedes mal wenn die araber israel angegriffen haben kian reden wir kurz darüber dass du gerade dass ich dich gerade widerlegt habe kian eine besetzungsmacht fällt am ende immer mehr reden wir darüber dass ich dich gerade widerlegt habe ganz kurz genau und die araber sind die besetze du hast gerade gesagt ich kann drei generationen die besetzungsmacht besser machen moment freunde wieder auseinander reden funktioniert nicht kian du hast gerade gesagt ich könnte nicht mal drei generationen nach hinten gehen ich wette mit dir du kannst das nicht habe ich doch gerade getan und jetzt bist du kannst du sagen wie die seyed ahnenreihe in ägypten die kannst du dir für 10 oder 20 Euro kaufen wie lange ist es her kian es ergibt keinen sinn was du sagst du sagst ich kann könnte nicht mal drei generationen nach hinten gehen jetzt gebe ich dir einen namen von einem arabischen imam der älter ist als dieses dreck staat israel du hast nicht mal einen start das ist das lustige was ist das lustige das reicht der ist mir zu laut zu blöd und die ganze zeit nicht ausreden ist aber ich glaube dieser toni manori ist nicht besser aber ich weiß es nicht das fehlen das sind aber auch die ganze zeit nicht aufreden toni ist ok toni ist ein anderer toni ok was wollten die jetzt die muslims warum ging es denn was ging es es geht um die es geht darum dass sie israel nicht anerkennen und fertig ja aber allah selber hat Israel den juden gegeben suche 1704 hat allah den juden israel gegeben ja lüge ist eine lüge unter einer bedingung unter einer bedingung dann stell deinen koran in frage das ist ein koran der das sagt das ist kein nein du nein du lügst einfach das war du lügst einfach du lügst einfach ich hab das schon gelesen keine sorge ich hab das gelesen es war denen versprochen wenn die wenn sie reingehen und die und die das ansässige volk bekämpfen haben sie aber nicht gemacht sie wollen sie wollten nur nicht gegen die riesen kämpfe und deswegen hat allah sie bestraft und durch die wüste rennen lassen 40 jahre lang wir hatten keine eier haben haben dem haben haben moses hintergang und deswegen wohnen sie die wüste verband für 40 jahre ja ist ja aber das land ist ihnen zugesprochen worden nach den vier jahren wie ich gerade gesagt habe unter einer bedingung wenn sie reingehen mit diese bedingung hat er steht doch nichts da drin das ist doch voll die verarschung was junge was laberst du gerade was besteht da nicht drin ich kenne doch den vers was er sagt in dieser suche steht nichts von der riesen drin was er sagt eine frage guten abend dann holt mal die suche raus dann diesmal ich weiß ja hier sind manche nicht gläubig aber ich weiß nicht wie da gerade eben gesagt hat das s wort und dann israel also ganz ehrlich egal was die guten werdet in der zukunft ihr werdet sowieso verlieren so israel wird gewinnen so immer erstens so und zweitens jetzt aus der gläubiger sicht glaube ich nicht alle gläubig gott steht hinter israel das hat man das sieht man auch so also was heute machen so also keine ahnung ja die können ich war mal die halbe welt ist erstens die halbe welt gegen euch die können nur das ist die halbe welt gehen sollen die machen dann fängt das an euch zu boykottieren erstens ja und klar das wird das wird ja passieren und da werden wir bei uns sind wenn wir hast ja normal das ist ja alles schon geschrieben soll ausgläubig hat sich jetzt nicht alle gläubig aber zweitens zweitens würde amerika sich nicht darauf zu positionieren hinter euch wie immer dann ist es ja auch nicht zu sagen wir könnten auch alleine gegen haben wir brauchen doch wir brauchen die usa ist da um gegen iran show zu machen ja natürlich aber was willst du dir sag mal wer ist dann hinter hinter hamas ja genau wer ist dann hinter den zivil zivilisten zivilisten lentulus wer ist jemand der ihnen helfen wollte oder hat geholfen wie meinst du das ja so wie ich das meine verstehst du nicht eben gerade gesagt wie wir es nicht ohne amerika nichts wäre ich frage dich jetzt auf gerechte art und weise wer ist denn dann hinter den zivilbevölkerung von gaza ja wer ist denn hinter der zivilbevölkerung von gaza ja wer ist da wie hat das denn was am anfang muslimbruderschaft charity war das haben wir ganz genau so du hast jetzt was gesagt amerika ja so wenn amerika israel nicht unterstützen würde würde israel das nicht alleine hinschmeißen aus irgendwelchem grund hast du es ja gesagt deswegen sage ich ja wer steht denn hinter hamas oder ist hamas denn so stark genug um gegen israel zu kämpfen haben was wird von katar finanziert genau und von wem noch und was haben davon die die was hat davon die zivilbevölkerung aber aber was hat denn die zivilbevölkerung davon was bringt es denn der zivilbevölkerung dass niemand da ist was bringt was bringt das denn ja vielleicht zu hinterfragen was eigene was eigene politiker so eingerichtet haben warum ist ein solos warum ist denn also jetzt nicht wie dubai eine schöne riesenstadt metropole warum sag mal ja warum wohl das kannst du das kannst du nicht fragen das kannst du ja weil du hier im chat bist weil die krieg führen okay weil ihr krieg führt ihr seid kein friedliches volk die palästinenser in gaza und die unterstützen hamas die wollen diesen krieg eine mentalität die denken die ihm gehört was okay dass damit werden die großgezogen damit werden die kinder die un hat selber bestätigt dass in gaza kein leben möglich ist das unmenschlich ist 2,5 millionen menschen erleben das ist es ist nicht unmenschlich ich habe vorhin wieder ein richtig geiles video dazu gesehen ich werde das auch mal später in einer stoppe so groß aussieht da gibt es fünf sterne was erwartet ihr dann was erwartet ihr denn dann erwartet ihr da noch diplomatie ja wir erwarten diplomatie wir erwarten dass wir reden mit reden friedlich mit denen die typen am 7 oktober geredet das dinge ist warte mal warte mal warum kommt ihr immer mit den 7 oktober aber du fragst man es nicht so wie ja wir waren es mal reden wir erwarten was jetzt wenigstens vor dem sieben oktober ist nichts passiert was ist vier monate vorher passiert hier 7 oktober in jenny was ist mit dem was ist ein terrorist aus diesburg dein der ein abgestochen hat und vier menschen verletzt hat und dann machen wir mit dem finger was kann ich sagen die vier monate vorher kamen ein erhobenen finger im gerichtssaal ein richtiger mosle das ist ein richtiger es terror ist dieser aus duisburg der lebenslänglich bekommen hat wer hat den unterstützt auf auf für wen hat er das gemacht was interessiert mich jetzt irgendein irgendein typ aus duisburg was interessiert mich dass das gerade irgendwas zur debatte was laberst du gerade ja weil du sagst mal der und der schuld wer ist es für den verantwortlich guck mal es geht gerade um den konflikt um israel und palästina was ist vier monate vor dem 7 oktober passiert im flüchtlingscamp in jenny das wisst ihr natürlich nicht ne da wo es kommst mit irgendeinem rate jetzt kommt die aussage da wurde jetzt guck mal du willst jetzt über judea und samarien immer opfer immer auf opfer rollen ihr stellt euch doch mal als opfer sein wieder immer auf den libanon einmarschiert ihr seid den libanon einmarschiert lächerlich ja ihr seid in den libanon einmarschiert um dann kann das bald wieder passieren sage ich nur so in libanon was kann wieder passieren dass da einmarschiert wird mittlerweile haben wir social media so ihr lieben ich möchte mich verabschieden bin k.o. 35. alle die nicht liken sind jamas danke war cool alle die nicht liken und teilen sind alle sind in den tonnen von jamas ich gebe dir ein follow leon distanzierst du dich davon nach dem anderen schwachkopf du ekelhafte kreatur du bist du schon nicht hier her holst bitte nein nein das mache ich mache jetzt nicht es wird gar ich die die anna von mir lässt mich nicht lässt mich nicht dich anschreiben aber ich wollte ich wollte mal wissen ob du vielleicht lust hast mal in meinen live stream zu kommen auf youtube gerne gerne das was alle mitgemacht hast ja ganz genau ja ich gerne musste mal wenn du mal lust hast gesagt mal bescheid gerne ich habe dich jetzt abonniert keine ahnung wie filter wie filter account ist es jetzt schon ja dass ich habe 10 aber jetzt kannst du mich anschreiben jetzt sind wir beide befreundet okay gut okay dann probiere ich dass ich dir nachher meine nummer noch ja mach das mal und dann können wir mal darüber nachdenken ob du mal lust hast in den live stream zu kommen hast du gesehen an der gelaufen ist dass ich habe ein bisschen zugeguckt ich hatte selber gestreamt aber ich habe mit einem zugekommen gut dann 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 bist also offiziell herzlich eingeladen sehr gerne dann gute nacht an euch alle oder guten morgen schon war richtig schön mit euch danke okay freunde ich denke wir waren urewig lange hier drin das habe ich ja noch noch nie so lange gemacht hatten wir weißt du noch die anfangszeit im tik tok haben wir zweimal bis 8 uhr morgens sogar durchgezogen ja ehrlich bohr ja da hatte ich noch meinen alten namen du hast mich mal sci-fi genannt damals okay ja genau ja krass noch mal vielen dank windlicht ja für für die leute die zugehört haben mrs matrix recht herzlichen dank danke euch für die für die unterstützung für die spenden hier bis war sehr lieb vielen dank und ja wir ziehen das einfach wieder das nächste mal durch na und dann haben wir wieder bestimmt wieder spannende und dann haben wir wieder eine diskussion war sehr cool danke nochmal ja allen fraus fest wenn ihr feiert schöne tage euch herzlichen dank und auch den zuschauern vielen herzlichen dank dass ihr dabei gewesen seid der wir kommen bald wieder zurück alles gute euch freunde macht's gut ciao wie würde man es jetzt umsetzen also würde man jetzt einfach massenhaft die ganzen muslimischen migranten ausweisen ja gar nicht individuell aber wir 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 müssen akzeptieren wir kriegen die leute die vor 50 jahren hierher gekommen sind natürlich nicht mehr das einzige was wir machen können das einzige was wir machen können ist dass wir ein dass wir ein aufnahmen aufnahmestopp verhängt das ist alles was wir machen müssen eine sekunde ja also guten abend guten abend jungs ihr redet zwar sehr gut aber was mir nicht gefällt ihr wählt immer die falschen politiker ihr müsst politiker wählen wo die eier in die hose haben mach mal ein beispiel schau mal die grüne was sie machen die machen die deutsche pleite langsam muta ich hole dich gleich wieder hoch alles gut leute bei 50.000 likes mache ich kommentare wieder an das geht ja jetzt schnell teilt mal weiter was das zeug geht ja tatsächlich bin ich mit unserer regierung momentan die da sind auch überhaupt gar nicht zufrieden hat es eine katastrophe man die haften haben wir ich bin selber ich komme selber aus syrien dass sie bescheiden ist ich bin seit 40 jahren durch was ich bis heute seit dieser drei vier jahre erlebt habe habe ich noch nie erlebt ich bin ja fahrer und ich fahre wie wie eine verrückte und ich arbeite wie verrückte aber was ich jetzt erleben das geht reicht nicht einmal zum essen ja ich denke im monat fast 350 euro dass ich nur auf die arbeit also kian also was ich jetzt um es kurz zu ende zu bringen wir wir kriegen die leute die da sind nicht mehr raus aber wir können wenigstens verhindern mehr wieder auf das problem wird sich ja dann erreicht bei zwei prozent nach wie vor da bleiben der gesamtbevölkerung werden muslimische gruppen uns keine probleme machen aber wenn dann die drei vier fünf prozent marken überschritten ist dann entstehen eigene das sollte ansprechen also wenn man jetzt die muslimische bevölkerung wir haben jetzt die muslimische bevölkerung nach wie vor weiterhin in europäischen Ländern leben lässt dann könnte sich ja die problematik quasi ausbreiten beziehungsweise das wird ja dann weiterhin vorangetrieben das problem ist dass wir immer mehr reinlassen und das wird ein riesiges problem verursachen das sind menschen die haben eine sozialisierung die nicht kompatibel ist mit der europäischen zivilisation Leute 7000 likes die die bereits da sind die vermehren sich ja auch massenhaft also im vergleich zu der deutschen oder österreichischen in dem fall bevölkerung zumindest na das ist das problem also die migranten die hier sind die die in der dritten und vierten generation leben die vermehren sich nicht wirklich mehr als als die europäischen einheimischen da gibt es keine beweise für aber die zugezogenen ganz besonders in dieser großen welle 2015 16 die machen in der regel mehr kinder das stimmt also ich bin ich bin zwar selber so eher kritisch vereingenommen gegenüber der islamischen ideologie aber ich habe auch sehr viele bekannten freunde die auch muslimisch sind und die ich finde die halt individuell einzeln als einzelnen personen gut und also ich hätte nie was gegen die gesagt aber so massenhaft generell im allgemeinen betrachtet ist es halt also ist halt nicht mehr zu übersehen dass es das problem nun mal da ist richtig genau und dieses problem wie wie schafft man das aus der welt remigration die syrer müssten gehen die afghanen und iraker dann hätten wir schon wieder ganz große luft die syrer noch mal zum deutschen asylgesetz nach dem geltenden asylgesetz kriegt niemand nur so lange schutz wie er schutz benötigt wenn der krieg zum beispiel in syrien oder in der ukraine vorbei ist dann müssen die menschen wieder gehen das ist der deal mit dem deutschen asylgesetz aber die die ampelregierung hat einen anderen plan sie wollen diese flüchtlinge faktisch einbürgern und sie integrieren sie wollen die gar nicht mehr zurückschicken das heißt sie respektieren das deutsche asylgesetz überhaupt nicht aber jetzt mal angenommen wenn man zum beispiel in aus einem land kommt das eher muslimisch geprägt ist man ist behalten aus dem islam ausgetreten und dann könnte man sich einer gewissen gefahr aussetzen wenn man jetzt wieder nach hause geht quasi wenn jemand schau mal wenn jemand vom islam flüchtet ist es etwas anders als wenn jemand den islam im gepäck hat und zu uns kommt ja ich finde freidenker menschen homosexuelle menschen frauen kinder aber wie erkennt man das dann ob man es vortäuscht oder tatsächlich ausgetreten ist bitte aber wie erkennt man das dann ob man jetzt tatsächlich ausgetreten ist oder es einfach nur vortäuscht um da wir müssen noch zu bleiben wir müssen von den flüchtlingen erwarten dass sie es beweisen können und wir müssen diese ansprüche stellen dass wir es beweisen ja das heißt wer heute jetzt zu uns nach deutschland kommt der braucht nicht mehr beweisen der erfindet einfach eine fluchtgeschichte ja mittlerweile ist es so dass sich viele muslime als homosexuell ausgeben weil sie genau wissen dass in der islamischen welt homosexuelle verfolgt werden ja ich habe jemanden hier kennengelernt in london ein afghaner der geht absichtlich in die in die kirche und hat sich als christ ausgegeben ist aber voll der 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 jahre die voll der fundi aber das ist der einzige grund wie er in england bleiben konnte indem er sich als christ ausgibt so ist es da sind auch mehrere iraner haben konfrontiert zum christentum aber die haben überhaupt keine ahnung davon dass sie nur richtig die iraner die die nach die nach europa kommen die sind ein bisschen anders die haben wirklich die schnauze voll vom islam du wirst du wirst selten ein iraner erleben der mit dem islam in seinem rucksack das stimmt auch was so ich muss meine eigenen erfahrungen sagen ich bin ich bin selber christlich bin ja abgehauen vom ich wollte nicht einmal eine buffer tragen ich komme ja von syrien habe ich ja gesagt ja also unser volk der ist nicht wegen freiheit oder dings diese nur wegen sozialamt hergekommen die wissen geld ist die haben miteinander gesprochen geld liegt auf der straße in europa in deutschland zumindest und deswegen kommen die wir haben alle die wo gekommen sind mehrere also minimal jede familie hat 45 kinder warum sollen die arbeiten das stimmt also ich schäme mich für mein erfolg also zumindestens ich bin mit syrern groß geworden und ich muss sagen die syrer die ich damals gekannt habe in den 80er jahren das waren alles studenten ingenieure kluge leute ich habe ich erkenne die syrer aus meiner frühesten jugend nicht wieder ich bin nur ausschließlich mit intellektuellen syrer groß geworden in also zwar mit religiösen syrern auch früher sehr viel aber ich habe syrer kennengelernt die alle studiert haben damals in den 80er in deutschland aber jetzt kommen die letzten penner aus syrien als als hätte man die ganzen knäste in syrien leer gemacht und nur den abfall aus syrien hierher geschickt also der volk syrien seit dem krieg der hat sich um 360 grad wie die berbock gesagt hat haben sich geändert die waren früher nicht so seit dem krieg passiert ist die haben sich voll verändert die waren nicht so strenger moslem die sind jetzt richtig strenger moslem geworden ja ich vermute dass ich vermute dass das auch der krieg hat das irgendwie hat es ist das gleiche wie in afghanistan die waren vor dem krieg genauso friedlich und eher liberal eingestellt durch den krieg werden die als in der regel radikalisiert das kann ich auch sagen ja stimmt ja und das ist das ist genau der punkt also wir haben hier ein spannungsfeld und das müssen wir dieses spannungsfeld müssen wir irgendwie in ordnung bringen wir müssen klären was hier los ist ja und was von politiker soll man jetzt wählen vielen dank danke freunde bitte was von politiker soll man jetzt an der macht bringen die frage ist welche politische partei soll man an die macht bringt ja und wenn sie hat die eier in die hose dass irgendwas was sagt bevor er alles also muss man die afg die chance geben die afg ja und ist sie nicht gegen die ausländer nein ich bin ich mag ja die alicia weidel ich mag die frau die ist die ist doch cool drauf also ja sie sieht doch nur die schweinerei die in diesem land Alice weidel ist mit einer frau von sri lanka zusammen sie ist ja selber lesbisch und sie hat eine frau die ist so dunkelhäutig ja dass sie schon fast wie eine afrikanerin aussieht ja aber ich dachte deutschland deutschland ist wie soll ich demokratisches land die sind ja gewählt gewählt worden und die akzeptieren nicht warum ja weil sie sich in die hose machen weil es ein politisches gegengewicht ist vor dem sie angst haben die afg kann tatsächlich wenn sie sie ist jetzt im moment eine oppositionspartei aber sie kann auch eine regierungspartei werden und dann ist sie so ähnlich gepolt wie die gerd weil das partei die vpp in holland oder in den niederlanden und kann dann möglicherweise die uhr zurückdrehen finde ich gut ich hoffe bei gut dass sie so an der macht kommen ja ich kann es kaum erwarten also ich arbeite bis 20 25 daran und dann schaue ich an was die afg anversprechen hält aber ich habe bestimmt tausend menschen schon zur afg gebracht als mitglieder die muss man sich ein bisschen vielleicht ändern nur rassistisch nicht reden vielleicht haben die das machen die ja gar nicht das waren ja gar nicht die afg ist doch die afg ist doch längst keine deutsche partei mehr weißt du wie viele migranten auch aus dem islamischen raum mittlerweile in der afg sich aufhalten weißt du dass es in der afg einen großen flügel von juden gibt die in der afg sind wir haben die afg ist keine bio deutsche partei mehr die juden sind meine onkel jesus war jude und ich bin ja christ also die juden sind meine onkel ich kann die nicht schlecht machen ja eben erstmal zusammen ja pony kotze bitte grüß dich mein lieber grüß an alle schau mal du aus syrien eben ich finde es erstmal schön dass du uns da selber so einen einblick auch gibst und auch so ein bisschen zeigst dass es auch wirklich vernünftige syrer gibt finde ich super aber besser du hast jetzt auch schon ein paar mal gesagt ihr müsst mal politiker wählen die eier haben das ist doch schon mal das problem was wir in unserer staatsform oder in unserer politik haben dass wir eben keine politiker direkt wählen können auf lokaler ebene ist das eher eine andere andere geschichte aber du willst eine partei du willst doch nicht den politiker den du toll findest der politiker steht für seine partei und der entscheidet dann dinge oder setzt dinge durch die die parteiintern dann eben abgestimmt werden Leute teilen und mehr liken geht mal vollgas das ist auch schon mal ein problem und ich finde da sollte man auch vielleicht in zukunft was ändern deshalb fände ich finde ich auch diesen ansatz mit der direkten demokratie auch nicht ganz verkehrt ja ja das war das modell ja genau und deshalb finde ich auch immer lustig dass gerade auf die vorgeworfen wird sie wäre so demokratiefeindlich aber nur gut also wenn ihr das sagt glaube ich euch langsam ja aber du wohnst doch auch in deutschland oder ja ich wohne in wurzburg ok ok hast du denn die deutsche staatsangehörigkeit inzwischen ja seit 25 Jahren ja ok super und ähm auch kian zu da hätte ich gerne auch nochmal deine einschätzung kian ich habe jetzt auch schon öfters mal auch teilweise ältere ähm videos gesehen von staatsoberhäuptern ob das jetzt äh aus dem iran war ob das aus äh woher auch immer war jedenfalls aus muslimischen ländern die auch wirklich öfters übereinstimmend gesagt haben den ganzen sorry dreck der bei uns hier wirklich nur ärger macht also wirklich absolute extremst äh muslime die stress machen die extremst fundamentalistisch sind ähm bei denen sind wir einfach nur froh dass sie einfach aus diesem land sicherheit dass sie nach deutschland gehen die wollen wir überhaupt nicht mehr zurückhaben und ähm wie würdest du denn erst recht wenn diese leute dann auch noch die pässe wegschmeißen wie willst du denn ähm solche staaten dazu bringen die wieder zurückzunehmen außer man streicht die entwicklungshilfen ja ganz ganz einfach das kann man mit einer ganz einfach mit einem einfachen schritt kann man verhindern dass irgendein migrant seinen pass wegwirft indem man ähm auf der fluchtroute die die konsequente nachricht streut wer ohne pass an die deutsche grenze kommt wird abgeschoben ja das ist der einzige die einzige die einzige möglichkeit der wird nicht aufgenommen der kriegt kein asylverfahren und fertig aus ja und das spricht sich ganz schnell herum und das kann man ja auch streuen da können auch die da kann ja auch deutschland was tun ähm um das zu streuen und dann wirst du sehen wie viele wie viele leute dann nicht kommen können ja dann können sich zum beispiel nicht ähm palästinenser als syrer ausgeben und ähm dann zu uns kommen zum beispiel oder afghanen können sich dann nicht als perse ausgeben und so weiter und so fort im moment wird wird die die wird europa verarscht von lügenden und betrügenden migranten die ähm ähm eine falsche identität auch haben die ähm eine falsche sexuelle neigung ähm abgeben und so weiter und so fort ähm das kann man alles hinten verhindern genau mit solchen spielregeln ja ich meine die sache ich meine gut das sind ja auch zwei dinge ähm das hast du ja vorhin auch schon ähm auch so gesagt wie ich das leider auch sehe ähm wenn man die leute gar nicht erst reinlässt dann hat man auch kein problem mit einer rückführung aber die leute die eben schon hier sind die wieder rauszukriegen und da sehe ich momentan auch keinen so keine so großartig andere möglichkeit als das was eben england mit woanders zum beispiel gerade macht darf ich was sagen ja nur dass das moranda ist runter vom tisch das machen wir darf ich euch mal sagen ja gerne solange das sozialsystem so läuft die kommen weiter absolut abgeschafft werden wenn jemand ab 50 jahre kriegen sozialhilfe oder hat vier dann wird es funktioniert solange dieses sozialsystem funktioniert dann kommen die immer weiter gebe ich dir absolut nicht aufhalten genau ja ich finde auch da muss man wirklich anknüpfen dass man halt wirklich die anreize halt auch wirklich mal unterschraubt überhaupt hier hinzukommen die sitzen ja teilweise noch noch mitten in syrien und sagen ich will nach deutschland ja weil die haben die haben sich gegenseitig informiert was da abgeht genau und ich weiß ja auch nicht wie viel kontakt oder jetzt zu 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 syrern aus aus der generation hast die seit 2015 16 rum hier hingekommen sind aber ich habe von denen auch öfters schon mal gehört dass sie teilweise unten von ja teilweise schleppverbänden oder so wirklich erzählt wird du kriegst hier 4000 euro du bekommst ein haus du bekommst ein auto und arbeiten musst du nicht und dann gehen die natürlich jetzt im jobcenter und sagen hier wo ist mein amg ich glaube auch dass das eins der der großen probleme ist was den da unten teilweise wirklich für den scheiß erzählt wird also was ich mich richtig enttäuscht habe ich bin 88 86 gekommen ich habe nicht einmal schule geduft und die sind jetzt hier nach deutschland gekommen mit 40 mit 50 jahre die dürfen alles machen ausbildung die dürfen fuhrerscheine haben die dürfen sogar auto vom jobcenter bekommen man ich bin richtig baff ja das ist dass das das ist weißt du ich versuche doch immer da die andere seite zu sehen wenn wenn ich jetzt selber in syrien wohnen würde und dann würde ich momentan deshalb kann ich denen wirklich keinen großen vorwurf machen sich hier scheiße zu benehmen klar das geht überhaupt nicht aber wenn ich dieses angebot bekomme hier hin zu kommen und so viel geld zu bekommen für ich würde es nichts tun ich würde es doch selber annehmen deshalb kann ich denen keinen großen vorwurf machen ja so ist es ja absolut ich mache auch auf Utrainer keinen vorwurf also ich habe früher immer so diesen auch diese meinung gehabt ich werde niemals irgendwie bürgergeld Hartz IV würde ich niemals tun allein schon fürs gewissen oder sowas und selbst wenn ich umsonst arbeite drauf geschissen würde ich halt überhaupt nicht mehr tun wenn ich irgendwann keinen bock mehr auf arbeiten habe dann lass mich kaputt schreiben und 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 dann mache ich einen auf bürgergeld und hoffe dass ich 500 jahre alt werde dass die ganze kohle die ich an steuern bezahlter wieder zurück bekomme na also soweit reicht die liebe jetzt hier für die sozialsysteme echt inzwischen nicht mehr bei mir muss ich ehrlich sagen habt ihr von von hamburg gehört wo die christbaum raus geschmissen haben weil die paar muslimische kinder da sind ja und das ist ja ein schande für die deutschland natürlich es ist eine eine selbsterniedrigung also die dieses selbstwertgefühl was diese menschen mal auf eine sehr in einer selbstverständlichkeit praktiziert haben gelebt haben ist längst nicht mehr da es gibt keine ansprüche mehr an menschen die in dieses land kommen es ist einfach nur noch respektlos es ist einfach nur noch peinlich dass es niemanden mehr gibt der eine starke stimme gegen diese strömung ähm bilden kann und deshalb deshalb das ganze asylgesetz das ich meine das asylgesetz so wie wir es haben ist wirklich nicht schlecht aber wir brauchen wir müssen diese anreize stoppen wir müssen die kassen schließen und wir müssen einen neuen regelkatalog erstellen jeder der kommt muss unterschreiben dass er gemeinnützige arbeit macht dass er sich sein asylgeld verdienen muss er darf keine straftaten begehen er muss innerhalb von so und so vielen jahren muss seine ausbildung gemacht haben gleich welche und er muss lernen steuern zu bezahlen und nur so kriegen wir das unter kontrolle aber wir können wir gar nichts von den menschen verlangen oder wir lassen hier der syrische patriarchen hierher kommen mit ihren drei frauen das ist doch totaler quatsch ja aber fragt doch eure eure gerichte die gerichte sagen das ist die scharia die dürfen die frauen holen das ist eure gesetz das ist unser gesetz deutsche gesetz das erlaubt der die frauen nachzuholen was soll das vor allem frauen in der mehrzahl wenn du zwei ehefrauen hast kannst du ja auch mit zehn kinder nach der hat doch eine süre hat geklagt hat die zweite frau und der frau auch auch geholt nach deutschland ja ja das ist ja was hältst du von der von dem von dem gedanken dass man finanzielle hilfe komplett streicht und das auf sachlenk auf sachleistung beschränkt für asylbewerber oder für 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 ja für asylbewerber das wäre der erste schritt der 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 ultimative schritt wäre dass wir tatsächlich sagen leute ihr kommt hierher und es gibt überhaupt keine leistung wenn ihr nicht eine gegenleistung für diese leistung bringt das heißt nur eine leistung für eine gegenleistung ja und die bedeutet arbeitet für diese es ist kein ihr seid hier und ihr sitzt den steuerzahlern auf der tasche jeder asylsuchende sitzt den deutschen oder den 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 steuerzahler auf der tasche und deswegen muss jeder asylsuchende seine dankbarkeit insofern ausdrücken als dass er etwas direkt der gesellschaft zurück gibt die ihn aufgenommen hat und das bedeutet irgendeine dienstleistung muss er erbringen ja ich meine gut ich kann mir schon gut vorstellen dass sie dann halt wirklich reihenweise in irgendwelchen barbershops handy reparaturläden und dönerbuden halt auf 500 euro basis irgendwie untergebracht werden ja innerhalb von fünf oder sechs jahren die syrer zum beispiel die alle hier von den 1,5 millionen syrer haben es die meisten syrer innerhalb von acht jahren nicht geschafft aus der hartz vier raus zu gehen und sie haben keine ausbildung angefangen und sie haben übrigens die abbrüche von ausbildung unter syrern habe ich mir das mal angeguckt bei der bundesagentur für arbeit die ist richtig erschreckend hoch also die haben wirklich ausbildung angefangen und dann sind die nicht mehr gekommen und dann sind haben die die ausbildung eine teure ausbildung wieder in den mülleimer geworfen ja gut da sind ja auch wirklich muss man klar auch finde ich das kind beim namen nennen dürfen das sind ja auch wirklich nur viele dabei die weder lesen noch schreiben können mit mag jetzt nicht der großteil sein aber wie will man so jemand hier integrieren und ich finde wir müssen uns einfach von diesem von diesem von diesem links woken gedankengang so nett der ja auch auf dem papier aussieht irgendwie mal verabschieden müssen dass man sagt dass man jeden mensch integrieren kann meiner meinung nach kann man das nicht wenn die leute alt genug sind und die und die sind strengstens muslimisch erzogen worden in ihrem land und haben finde ich persönlich sehr grenzwertige werte vermittelt bekommen die erziehst du nicht mehr um auch nicht durch irgendwelche pädagogischen geförderten kuschelkurse und integrationsmaßnahmen da ist der drops gelutscht und diese leute passen hier nicht in diesen westlichen in diese westliche lebenseinstellung ein wenig die wollen auch die sprache gar nicht lernen die haben gar kein interesse so ist das ja leben auch okay du bist ja da was hast du denn zu sagen du musst dich in stummen kennst das spiel löwenherz ich bin da bitte ich weiß den runter wenn er nicht redet so leute die nicht reden du weißt was die hier machen ich glaube da aber tatsächlich es gibt es gibt welche die kommen jemanden rausgeschmissen ich glaube du hast den ja aus versehen aus versehen stell bitte wieder eine anfrage er hat jetzt ganz kurz fashion ein der über dich ein video gemacht hat als dönerverkäufer der war das ich sag doch er ist ein fan er ist einfach ein fan von dir also ich habe kein video von ihm gemacht das ist ein bild und es gibt davon aber ein video es gibt sogar noch mehr es gibt noch mehr willst du noch eine andere plattform haben wo man noch mehr von diesen bildern sehen kann ja ihr seid solche trottel seid ihr das war noch meine das war während meiner chemischen zeit da bin ich in london auf einen fine food market gegangen und döner ist in dort in london nicht so bekannt wie in deutschland und ich habe aus spaß weil ich spaß am kochen habe ich habe nicht nur döner verkauft sondern auch persisches essen dann bin ich mit meiner familie dort hingegangen mit meiner tante und habe mit meiner cousine dort auch persisches essen verkauft weil es ist ein fine food market gewesen wo man feines gutes bio essen bekommt so welcher trottel sucht in meiner vergangenheit herum um ich mach das nicht ich mach das wirklich nicht ihr seid geistesgestört versucht charakterattentate auf menschen zu verüben in frage stellen das ist euer das ist das ist euer einziger bewegung aber aber das ist es ist es ist nicht ist nicht schlimm weil ich habe sowieso das ist sowieso hier endlich ich habe es nie runtergenommen deswegen irgendwelche talibans aus dem siebten jahrhundert meine 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 sachen finden das völlig egal dann glaubt er warte kurz ich möchte aus ergänzen kieren tatsächlich möchte ich das auch so sagen weil mir das geschickt wurde fashion tut ja auch immer so auch so ein bisschen für tolerant und für die ich habe ihn natürlich auch so kennengelernt dass er sehr höflich war und alles aber dann war der gute fashion in einem live ja wo auf einen jüdischen pass gespuckt worden ist richtig gerotzt er hat nichts dazu gesagt er hat es geduldet und er fand das jahre er hat sich noch motiviert löwenherz felschen löwenherz adressionsprobleme das sind die leute die in einem schafspelz zu uns kommen als sie stellen uns und sie stellen uns den islam mit schokolade überzogen vor dass sie sind alle das ist pervers damischen religion und sie tun nur so nett aber glaubt mir sie sind es nicht wenn fashion in der mehrheit wäre dann würde er nicht nur ein video von mir vor zehn jahre herauskramt oder in diesem club dann rummachen wie es sie boom zum beispiel der ja auch in diesem video dabei war wo sie dann dieses bild oder video von mir gezeigt haben sie würden an meiner tür klopfen sie würden meiner familie etwas antun nein 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 so weit so weit so weit gehen wir nicht das ist alles satire hier ist ein islamischer terrorist ist einfach sie sind hier an wir haben jetzt die rosa hier die baustelle und dieser gaza typ ist auch ein terrorist das ist eine baustelle hier ist das medikament hier ist das medikament hier ist das zäpfchen das in euren arsch geschoben werden muss damit ihr darauf kannst du dich umsetzen bist du ein terrorist oder was das ist das medikament das ist ja voller kindermörder oder was ist denn nicht ihr kindermörder oder was ist denn nicht ihr kindermörder oder was egal wie läuft die baustelle also ich gerne einmal den dörner ohne zwiebel bitte ich hätte gerne einmal den dörner ohne zwiebel bitte schiebt euch gar nicht ich habe gutes geld gemacht ja was soll ich mich schämen bitte ich habe gehört da passiert da wird eine baustelle ein dreizeitpark was sagst du dazu gaza was du machst dasselbe spiel was du machst was mache ich denn ich kann der paar taschentücher geben kehren immer dieses diese empathie empfinden mir habt ihr jetzt was angetan ist aber ich nicht es stört mich nicht doch auch um wie ich mich beunruhigt hätte was ich mich am heulen was stört es mich denn ich bin das war ein was willst du denn die ganze zeit hier rum was willst du denn du kleiner mini terrorist hast du keine kinder keine familie oder was der prophet mohammed auf so einen lustigen auf so hexten kümmer dich erst mal um deine baustelle kümmer dich um deine baustelle kümmer ich könnte viel mehr noch ex pausen aber ich hab bin ich so ein junger was du willst okay seit sechs jahren aus dass es dass ihr versucht mich zu exposen es gibt nichts zu exposen macht was ihr wollt ich bin auf alles ich erwarte von euch gar nicht dass ihr euch dass ich gerade eine genehmigung dafür mach was du willst was du willst okay ich sage ich gibt es ist ist ich stelle nur ein wenn jedes mal seit sechs jahren was die schlimmsten sachen gegen mich angefangen ja ihr seid solche ihr seid solche dass wir brauchen noch nicht ganz ruhig ein ganz gut ein mittel und okay also ich darf ich jetzt was zu sagen also du sagst ich darf dich jetzt exposen weil du bist ja dieses spiel mitmachen ja du 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 nennst du nennst unsere propheten die ganze zeit aber ja ich sage ich sage nur die wahrheit wie ich das sage nur die wahrheit ich habe nur ein kleines mädchen ich habe kein kleines mädchen durch das richtige name ist gar nicht Kian soll ich mal das richtige namen sei dann muss ich den Namen sagen schieß los heißt er nicht abzl jalil oh mein gott Und soll ich noch die anderen zwei Namen sagen? Hey, Feschen, hast du nichts Besseres zu tun? Oh mein Gott, was, Basti? Jetzt mal ehrlich, Feschen, hast du nichts Besseres zu tun? Feschen, gehst du schlafen und träumst du von Kian? Guck mal, Hop, Kian hat Rechte. Wenn Kian das nicht mehr mitmachen will, kann Kian ihn rausschweißen. Ich habe von Anfang an gesagt, Er will den Feschen nicht. Feschen, dieser Terrorist Gaza, und wie sie alle heißen, das sind alles Wölfe im Schafspelz. Nein, sind wir nicht, sind wir nicht, sind wir nicht. Wir machen dasselbe Spiel, was du magst. Aber was kann uns Feschen noch sagen, außer dass er seinen Pädopropheten verteidigt? Jörg, dass du mit zweitnamen Jürgen heißt. Dass du mit zweitnamen Jürgen heißt. Hat mal eine Frage, Kian. Dass du mit zweitnamen Jürgen heißt. Hallo, Jörg. Was ist denn da, um zu schreien? Es gibt auch arbeitslose Muslime hier. Wir wollen schlafen. Hey, Jürgen. Jürgen, hör mal zu, Jürgen. Das ist der Kult, den man antritt. Halt mal die Backen. Da heißt ich Kian, da heißt Jürgen. Oder hier Gaza. Kian, da haben wir aber Deutsche. Kian. Das ist jetzt bald ein großer Vergnügungspakt. Also Gaza, kümmere dich bitte um deine Baustelle. Hey, halt doch mal die Backen. Ja, kümmere dich um deine Baustelle. Geh mal. Kümmer dich um deine Baustelle in Gaza. Kratz mir nicht voll. Bald wird da was gebaut. Ich habe gehört, Freizeitwagen. Das sind die Menschen, die unter uns leben. Sie leben hier als Nachbarn, als Studenten natürlich nicht. Ihr seid der Rest. Aber als Nachbarn und im besten Fall als Studenten. Ich verstehe nur die Hälfte, Löwenherz. Ich verstehe nur die Hälfte, jeder schreibt das bitte. Schmeiß den mal raus, den Feschen, der kommt jeden Tag hier rein. Feschen, Feschen, habt ihr gehört? Ich verstehe nur die Hälfte, was ich mit Jürgen rede die ganze Zeit. Feschen, als Studenten seid ihr zu doof. Dankeschön. Danke, dass er endlich weg ist. Danke. Und das nächste ist ein Minitärresten hier, Gaza. Ja, du bist so ein vernackten Ausländer. Hier, dieser Minitärresten, Gaza. Komm, mach mal einen Abjagen. Ja, hier, dieser Minitärresten. Findest du dich als Deutscher, oder was? Die Deutschen wollen dich doch gar nicht abgieren. Mit diesem Schweinesdarm, das auf den Ruinen von... Ja, guck dir mal das an hier. Was ist das für ein Komisches, der Muskel? Nein, wir nehmen dich doch mal. Was spielen wir auf dem Gebiss? Gaza. Du bist der Erste, der abgeschoben wird, Kian. Gaza, geh und kümmere dich um deine Baustelle. Sag mal, was willst du denn von mir? Was laberst du mich denn voll? Geh und kümmere dich um deine Baustelle. Quatsch mir nicht voll, ja. Geh und kümmere dich um deine Baustelle. Wir sind das so hässliche Leute. Du brauchst einen Freund, glaube ich. Geh und kümmere dich um deine Baustelle. Wie kann man dich Gaza nennen? Ich hörte dir. Wie kann man sich Gaza nennen? Ja. Also, Kian, hör mal nicht, hör mal zu. Mann, esse ein Snickers, Junge. Gaza, du hast jetzt noch... Gaza, du hast noch drei Sekunden. Wenn du die Musik nicht ausmachst, fliegst du raus. Welche Musik? Wer hat so klassische Musik an hier? Weißt du, was noch fehlt? Es steht noch Kerzen, so, da haben wir es richtig gemütlich hier. Oh, da macht es nicht aus. Wie bitte? Einer hat Musik die Hintergrund an. Ja, ich bestimmt nicht. Wer hört denn klassische Musik? Ist das Kian, hörst du klassische Musik? Ja, der Gaza. Das ist die Musik, die bei der Baustelle gerade läuft. Oh, jetzt nein, Ho, bitte. Mach doch nicht sowas, Jau. Diese Baustelle macht uns verstören. Ist ja so, ist ja so. Das ist dort eine Baustelle, oder sieht die was anderes? Mach doch nicht so, Jau. Ja, ist aber so. Kian. Löwenherz, Iron Dome, sagt zu mir, ich wäre link. Stimmt das, Hope? Nein, oder? Kian. Ist nicht nett. Träum von dem Iron Dome. Kian, ich träume jeden Abend auch von ihm. Und von dir und von Löwenherz. Nein, von mir träumst du dich. Jetzt sind der Idiot nicht wieder hoch. Ich denke, der ist integriert. Weil du angefragt hast, du Idiot. Was ist denn, Hornig, Alter? Da wird ja als allererster abgeschoben, der Kian. Löwe, wie seid ihr eigentlich gestern verblieben mit unserem Freund Nelson? Der hat ihn herangenommen. War der gestern noch bei dir? Nein, also von meiner Seite aus alles geklärt. Der ist Diplomaten. Alles geklärt? Von meiner Seite aus. Der ist Diplomaten herangen. Aber ich habe ihn gestern runtergenommen, weil er nicht ganz klar war. Der Diplomaten hat er herangenommen. Oh Mann, Eiern bitte, Bruder. Lass mal. Es geht darum, ich habe ihn gestern runtergenommen, weil ich wusste gar nicht, was mit ihm ist. Ich habe das ganz spät realisiert, dass er nicht ganz klar bei Sachen war. Ja, und ihr seid klar bei Sachen, oder? Ja, im Format, was willst du jetzt eigentlich? Fashion hat auch probiert, die AfD gegen mich zu hetzen und zu behaupten, ich würde Streams machen, wo ich einen AfD-Hintergrund mache, nur um uns zu spalten. Also Fashion ist schon hinterhältig. Der benutzt schon ganz ganz... Aber habt ihr das nicht gestern mit Fashion geklärt? Ja, und von Muslime kann man kein... Mit einer Ratte kannst du das nicht nehmen. Ich bin auch Muslime. Ich will das doch gar nicht geklärt haben. Alles cool. Ja, du hast Che Guevara, diesen schwarzen Hasser und Juden Hasser, da in deinem Problem. Darf ich eine Friedenstaube reinmachen, damit du mich verstehst? Ey, sei mal rein. Du wartest nicht besser als Fashion, ja? Aber Che Guevara, der hat Schwarzen als Schimpansen bezeichnet. Oh Mann, bitte. Besser als der. Boah, bin ich auch noch. Was bin ich noch für dich, Kian? Du kennst mich doch gar nicht. Ich sage, dass Che Guevara, wenn du den gewählt hast, musst du auch wissen, was er gesagt hat. Ich weiß nicht alles von ihr, aber eine Sache fand ich geil von ihm. Diese Revolution, die er gestartet hat, die funktioniert hat. Oh, ich wollte das nicht. Löwe hat auch eindeutig gesagt, dass er den Zibum nicht oben hat. Ich wollte das nicht. Ich bin draufgekommen, Hoop. Nein, das geht nicht. Könnt ihr mal ruhig bleiben? Hoop, der war im Chat. Ich bin da draufgekommen. Der ist ja wie eine Kakerlake. Der versucht immer wieder hochzukommen. Wie eine Kakerlake. Ratte. Ratte, so groß bist du gar nicht. Aber ganz ehrlich, Zibum, jetzt mal ganz ehrlich. Verlierst du nicht, eine Frage habe ich jetzt an dich. Verlierst du nicht langsam die Kraft, immer wieder in Streams zu kommen, alles zu leugnen, wenn man die Beweise gibt und immer noch dich auf doof zu stellen? Bist du wirklich so doof? So sind Kakerlaken, so sind die. Stimmt doch gar nicht. Doch, so sind Kakerlaken. Oh, bitte. Pass auf. Ich habe eben gerade gehört, ihr habt über mich geredet. Nein. Nur positives, Zibum, nur positives. Stimmt nicht, okay. Also ich argumentiere immer ganz, ganz gut. Lüge. Wenn ihr nicht weiterkommt, schmeißt ihr mich immer raus. Lüge. Ist das immer so? Lüge. Wieder ein Wolf im Schafspelz. Joa. Kian, du wirst immer lustiger. Achso, ich wollte eben gerade hoch, weil ich eine Frage an Kian hatte. Du wirst die ganze Zeit hoch. Du hast andauernd eine Frage an mir, als wenn ich irgendwie dein Hochschullehrer bin. Nee, kann's ja nicht sein. Ich sag mal, ich hatte noch nie einen Hochschullehrer. Bin ich der Einzige hier? Ich hatte noch nie einen Hochschullehrer, der Döner verkauft hat. Also das ist schon ein Unterschied, ne? Und ich wollte auch was hinaus. Wir haben vor vier Wochen ein interessantes Gespräch geführt, wir zwei. Dann hast du gesagt, dass die ganzen Syrer und Araber, die herkommen, nur Schawarma verkaufen und Obst und Gemüse, und dann sehe ich das Bild, wie du Döner verkaufst, dann denke ich mir, wieso nutzt du dieses Argument? Das war ein Produkt, das war ein Persisches Essen. Ach, Persisches Essen gab's da auch. Persisches Essen gibt's auch. Davon gibt's auch ein Video. Guck mal. Dann geh einfach mal zu Deutschland in London und da findest du auch das Video. Okay, jetzt hast du aber damals gesagt, die tragen nichts. So, und dann kannst du sehen, dass ich auch Persisches Essen verkauft habe. Okay, aber du hast damals gesagt, dass die nichts dazu beitragen können. Sybum, was willst du jetzt? Was willst du, Sybum? Was willst du? Ich will dir nur sagen, ich find's... Kian, du kannst ihn rausschmeißen, Kian, wie du willst. Mr. Terrorist, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, lieber kleiner Terrorist, schau mal, du bist auf der islamischen Welt. Guck mal, wie der sauer wird. Guck mal, wie der sauer wird. Damit hast du schon den Label Terrorist schon faktisch auf deiner Stelle. War das wenigstens Rindfleisch, was du verkauft hast? Das war halal. Das war sogar halal. Okay, danke dafür, dass du die Leute nicht reingelegt hast, wie du es hier tust. Und dem Neandertaler-Club, an dem du jetzt angehörst. Also da hat sich bei dir noch nicht viel geändert, muss ich sagen. Da gehörte ich noch dem Club, der siebt den Jahrhundert Anhänger an. Und da war ich natürlich ein devoter Muslim. Zu der Zeit wäre ich mit dir auch schon mal auf dem Boden rumgerutscht. Also ich stelle ja bei dir so eine Rückentwicklung fest, aber... Kian, der Siboum, der hat noch nicht mal seinen Koran gelesen, der weiß noch nicht mal, was beten ist. Also da, der bückt sich, wenn der Siboum mich bückt, dann für was anderes, aber nicht zum Beten. Und du denkst, du findest sie auch intelligent, also gib es einfach zu. Nee, also Rhoop ist wirklich, also für mich wie so ein Pantoffeltierchen. Der hat nicht viel dazu beizutragen, konstruktiv hier zu diskutieren. Da ist der Kian ein bisschen intelligenter, aber er widerspricht sich immer selbst. Er kommt aus Persien hierher, verkauft Döner und verurteilt die Leute, die heute Döner verkaufen und aus derselben Region kommen. Siboum, Siboum, soll ich dir sagen, was ich mache? Siboum, ich werde mit Kian zusammen einen Stand machen, in Berlin auf dem Alexanderplatz. Wir werden Döner verkaufen und aber Schweinefleisch verkaufen. Und das werden wir in alle Mosklen verkaufen. Verspricht du es mir? Und da werden wir Schweinefleisch verkaufen und dann werden wir Apfelschorle verkaufen und da werden wir Bier reinfüllen. Und da werden wir eine Riesenparty machen. Siboum, was willst du jetzt sagen? Mach das. Hoffentlich machst du es, ja? Okay, Siboum. So, hast du noch was zu sagen? Und lass Hope dann auf Rollschuhen ein bisschen bedienen. Siboum, bitte hör auf, irgendwelche Fantasien von mir zu haben. Okay, ich mache mein Mikro aus und wenn ihr normalerweise... Wie bei den Hutas, kennst du den Hutas? Achso. Eins, zwei, drei und raus. Oh, der ist schwimmen gegangen. Ende aus. Mickey Mouse. Warum lässt ihr alle schwimmen gehen? Warum lässt ihr nicht wenigstens... Ja, die Nummer, du bist der Nächste. Du kannst... Hä? Nein, warum? Ich bin doch ganz lieb, ey. Ja, lieb. Du bist nicht besser als die. Oh Mann, du kennst mich doch auch nicht. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Der bin ich. Aber Kian, so langsam kommen sie alle und... Ach, du bist mir ein Experte. Das ist okay, ist okay. Da habe ich überhaupt keine Probleme. Wenn ich irgendetwas verstecken müsste, dann hätte ich das doch gemacht. Schau mal, ich bin 2017, habe ich dem Islam den Mittelfinger gezählt. Und als ich dann gegangen bin, fingen die Charakterattentate auf mich ungefähr eine Woche, nachdem ich weggegangen bin, nachdem ich meine Veröffentlichungen gemacht habe über den Islam, kamen genau diese kleinen Miniterroristen hier, Sibum und Bumbilibum und wie sie alle heißen. Und haben dann alle möglichen Gerüchte in den... Normal. Das ist ganz normal. Damit muss man rechnen, wenn man mit diesen Leuten zu tun hat. Schaut mal, sie kommen aus einem aggressiven militanten Kulturkreis. Was erwarte ich von einem Marokkaner? Was erwarte ich von dem? Von einem Nafri? Was erwarte ich von dem? Was erwarte ich also von einem Steinzeitmenschen wie Fashion oder von Isambayan oder all diesen Leuten? Das sind Terroristen. Sie sitzen hier im Schafspelz und sie verkaufen, sie wollen den Islam verkaufen. Sie sind Unterhändler Gottes und sie wollen den Islam verkaufen. Deswegen versuchen sie sich einigermaßen zusammenzureißen. Aber dann kommt plötzlich ein Kian oder andere Ex-Muslime und dann zeigen sie ihr wahres muslimisches Gesicht. Und das ist das, was sie tun. Und ich könnte diese Arbeit gar nicht seit sechs Jahren machen, wenn ich keine dicke Haut hätte und wenn ich nicht vorbereitet wäre. Es gibt nichts in meiner Vergangenheit, was sie herauskramen könnten, was mir gefährlich werden könnte. Überhaupt nicht. Es zeigt nur, wie kreativ sie sind und wie sie versuchen. Schau mal, heute machen sie, heute suchen sie nach etwas in meiner Vergangenheit. Aber morgen, wenn sie mehr und mehr werden, dann wird ein Seaboom zu einem Terroristen. Dann wird Fashion zu einem Terroristen. Oder diese Gaza-Nase da mit dieser Penis-Puppel aus Gold, der er in seinem Bild hat. Der würde morgen auch kommen und er würde zur Waffe greifen. Es sind Terroristen, die nur die Füße stillhalten, weil sie immer noch in einer zivilisierten Gesellschaft leben. Aber sie sind alle Vertreter einer Religion, die am Ende den Status quo einer Gesellschaft ändern wollen. Ganz einfach. Es gibt nur diesen einen Weg für sie. Sie spielen nur. Sie spielen nur. Alle Muslime, die praktizieren sind, spielen nur. Sie sind alle im Kern Terroristen. Auch die Frauen, die 17, 18 sind und Kopftuch tragen und zur Schule gehen, die sind auch Terroristinnen. Bitte? Die Mädchen, die 17 sind und keine Ahnung, Muslime sind, sind die auch Terroristen? Warum hast du gerade Kopfschmerzen dazu gesagt? Jeder, der sich zum lebendigen Islam bekennt, den Islam praktiziert, ist ein religiöses Monster. Es gibt keine Ausnahme. Also wenn man betet und zur Moschee geht als 17-jähriges Mädchen, Muslimer, dann ist man eine Terroristin in den Augen. Warte mal, warum hast du Kopfschmerzen erwähnt? Es gibt genug junge Menschen, die in den IS ausgewandert sind. Ja, durch den IS, aber was willst du damit sagen? Ja, die Ahnung geht es da an. Ja, okay, aber Löwenherz, die KKK, der Kukosklein, stützt sich auch auf Bibelstudien. Oh, wow. Ja, aber du kannst doch nicht eine Gruppe nehmen und sagen, das spiegelt jetzt die Religion. Eine Gruppe? Eine Gruppe nennst du die? Ich bin B. Frieson, ich bin Löwenherz. Das hat Kian gerade gesagt. Da musst du das unterschreiben. Kian, Kiamanschi, Kiamanschi. Also nennst du diese Terroristen eine Gruppe? Na, es gibt natürlich mehrere Gruppen, aber es gibt auch mehrere christliche. Weißt du, was eine Gruppe ist? Das ist keine Gruppe mehr. Okay, was ist der IS? Terroristen. Ach, wirklich? Al-Qaida, Islam. Das sind die wahre Moslems. Das sind nicht so wie ihr, diese Shisha-Moslems, die keine Ahnung haben, noch nie einen Koran gesehen haben. Eine Organisation von fanatischen Idioten. Ja, richtig. Eine Organisation von fanatischen Idioten. Mit 10 Krankheit. Und auf was passiert sich das, ja? Auf was passiert sich das? Mit welchen Namen töten die denn? Ja, und mit welchen Namen... Im Namen Koranala töten die. Ja, das ist so kindisch, weil der Kuckucksklan... Was heißt hier kindisch? Warte mal, was heißt hier kindisch? Der Kuckucksklan hat überhaupt keine Bedeutung mehr in der USA. Es weg ist runter. Da gibt es überhaupt nichts mehr. Die Spinner kommen einmal in den Südstaaten, laufen mit ihren Bettlacken da rum und gehen wieder nach Hause. Da passiert gar nichts mehr. Da passiert nichts mehr. Das ist totaler Bullshit. Okay, darf ich mir dann eine Frage stellen? Gab es denn die SBV, die Amerikaner... Da passiert jeden Tag im Durchschnitt 1.000 Menschen pro Monat. Wo? Was heißt wo denn? Dann schau dir mal an. Dann lest ihr mal durch. Im Durchschnitt werden in zwölf islamischen Ländern werden islamische Attentate verübt. Schau dir mal an, was in Nigeria in den Deutschen nachiert ist, wie viele Christen wieder von Muslime, von Boko Haram abgeschlachtet worden sind. Deutsche Medien. Wer hat die Boko Haram gefunden? Einen, seid doch mal leise. Hör auf mit dieser Quatsch. Da ist der Westen immer eure Dschihadi-Gruppen finanziert. Ich weiß, es ist unangenehm. Auch sehr peinlich, weil diese Leute praktizieren den Islam, den ihr so als ein harmloses Gebild darstellt. Aber es ist euer Islam, liebe Freunde. Sorry. Aber die Israelis haben es doch gegründet. Oder nicht? Was? Man kann das nicht mehr hören, was die Hamas gegründet hat. Was? Ja, du ignorierst einfach Fakten, als ob das nicht bekannt wäre, dass es keine IS gab, bevor die Amerikaner eingenommen haben. Das ist doch ein Fakt, das ist ja nicht mal... Die Adis sind aus der ganzen Welt gekommen. 700 Adis allein aus Deutschland, die alle von der USA gekauft wurden. Eirente? Eirente? Es geht nicht um gekauft. Guck mal. Es geht nicht um gekauft. Es geht darum, wenn du ein Land einnimmst und sich wegen der Instabilität... Eirente, die radikal sind. Eirente doch einmal, dass du mit dem Eirente fließt. Ja, bitte... Darf ich noch ausreden? Ja, ich meine... Wer sind die Taliban finanziert und gegründet? Wer sind denn die Taliban? Moment, eine Sekunde bitte. Das ist jetzt wirklich interessant. Gib mir eine Quelle, wie die Taliban entstanden sind. Ich will eine Quelle von dir sehen und erzähle mir jetzt, wie ist die Taliban entstanden. Ja, also die Sowjetunion wollte Afghanistan einnehmen und dort ihren... Ich will diese Quatsche nicht hören. Ja, aber so ist es halt passiert. Und die Amerikaner wollten das. Bro, bro, man muss das gerade erklären. Loven has, du musst jetzt hören. Loven has, du musst jetzt hören, ne? Ja, du musst doch mal zuhören. Du bist 40 Jahre alt. Ich habe Respekt vor dir, weil du bist älter als sicher. Du musst dich doch ausreden lassen. Ja, hol doch mal eine Quelle. Warte mal ganz kurz. Ich warte, zeig eine Quelle. Du weißt doch noch gar nicht, was ich erzähle. Für was soll ich eine Quelle geben, wenn du schon mal weißt, was ich sage? Wer gegründet hat. Also auf jeden Fall, das ist so oder so bekannt. Das ist auch kein Geheimnis. Ich verstehe gar nicht, wie man das... Wir brauchen kein Geheimnis. Das ist allgemein. Darf ich auch ausreden, bitte? Er hat mich doch gerade gefragt, dass ich es erklären soll. Er hat mich doch gerade gefragt, ich soll erklären. Ho, ho, ho. Lass ihn mal kurz seinen Gequatsch einfach durchziehen. Alles gut, der Erzüge. Okay, die Sowjetunion wollte in Afghanistan reingehen, um da ihr Machtumfeld weiter zu verstärken in der Region. Die Amerikaner wollten das natürlich nicht, haben dann die Taliban finanziert, die gegen sie gekämpft haben, damit die Sowjets es nicht so einfach haben und dort in einem jahrelangen Krieg sind, wo die viel Geld ausgeben und viele Ressourcen verbrauchen. Daraufhin haben sie sie finanziert, daraufhin ist die Taliban entstanden. Sie haben sie übrigens auch ausgebildet. Daraufhin ist die Taliban entstanden und aus der Taliban ist die Al-Qaida entstanden. Und das ist Fakt, das ist Konsens. Das weiß jeder Mensch. Konsens, komm mir nicht mit dieser Quatsch. Also wer war der damalige... Das ist einfach der damalige... Du erzähl, das ist Quatsch, also... Wer war der damalige Führer von Afghanistan? Was er sagt, das ist die Wahrheit. Natürlich ist das die Wahrheit, er weiß es selbe. Aber deine... Aber deine... Aber deine Hund ist weiß. Wer war der damalige Präsident von Afghanistan? Was spielt das für eine Rolle? Ja, wenn du nicht mal das weißt, dann hast du überhaupt keine Ahnung. Ja, Digga, was spielt das? Dann sag mir, dann sag mal. Ja, erst mal... Ich sage ihm einen Scheißdreck. Wenn du nicht mal weißt, wer der damalige Präsident von Afghanistan war, welche Rolle er dabei gespielt hat, wenn du nichts über Hekmet Tja und seine Mujahedin gewusst hast, wenn du nichts über die Anfänge der Taliban in Afghanistan weißt, dann weißt du gar nichts. Wer hat sie ausgebildet und finanziert? Und das ist diese Müllpropaganda, die in der Islamischen Welt... Wer hat sie ausgebildet und finanziert? Sag mal. ...um diese beschämene Beziehung zwischen Islam und diesen Dschihadi-Gruppen einfach abzustreiten und zu verleugnen. Das ist die Realität. Du weißt gar nichts. Du weißt gar nichts. Du plapperst nach, was dein Hodjatul-Islam und hier deine Puppelimopolis in den Moscheen alles so euch in den Kopf... Nee, ich interessiere mich einfach für Geschichte. Und ja, das weiß jeder Historiker, aber du wirst... Ja, klar. Und du bist peinlich in der Norge, wenn du das sogar einfacher... Nein, du hast keine Quelle. Zeig doch eine Quelle. Hope. Okay, ich such dir jetzt eine Quelle raus. Aber du musst sie dann auch nachschlagen. Zeig die doch. Du kannst sie doch hier zeigen. Als wenn ich mich damit nicht auseinandergesetzt hätte. Er weiß nicht mal, wann der damalige Präsident überhaupt eingesetzt worden ist in Afghanistan, wie sich die Mujahideen in Afghanistan gebildet haben und so weiter und so fort. Ihr wisst gar nichts. Ihr schämt euch für diese Tihadi-Gruppe und ihr denkt, das ist nicht der echte Islam. Aber dabei tun sie nichts, was euer Problem ist. Ich persönlich schäme mich gar nicht für die Taliban. Und das sind ja nicht geschwiegenstehlich. Ich finde es bewundernswert, dass die Taliban es geschafft haben, die NATO in Amerika rauszuwerfen und gegen die Sowjetunion zu gewinnen. Was haben Amerikaner 8000 Kilometer weit weg von ihrem Land zu suchen? Erklär mir das mal. Und warum bombardieren die dort Zivilisten? Sind das keine Terroristen dann? Wie definierst du das überhaupt? Was suchen Amerikaner in Afghanistan? 8000 Kilometer weit weg. Kann mir das jemand erklären? Was suchen Amerikaner im Irak, oder in Kuwait? Keiner kann mir das sagen. Das ist einfach moderne, nicht Kolonialisierung, ja, aber eigentlich doch Kolonialisierung. Schöne Ressourcen von der Klammer. Kuwait hat die Amerikaner eingeladen, dort einen Militärstützpunkt aufzubauen. Die Irak-Geschichte war eine Lüge und das sagen die Amerikaner auch selber. Donald Trump hat gesagt, George Bush hätte nie in den Irak reingehen dürfen. Richtig. Aber die Amerikaner verteidigen ihre biostrategischen Interessen. Richtig. So wie der Iran seine geostrategischen Interessen oder Saudi-Arabien seine geostrategischen Interessen im Nahen Osten wahrnimmt durch Proxikriege. Ja, richtig. Wo ist das Problem? Ich begrüße euch. Also du siehst darin kein Problem, nur weil es andere Länder auch machen. die ganze Welt kontrollieren, als wenn die islamischen Hinterwetler im Irak oder sonst wo aus dem Jemen oder aus Syrien die Welt kontrollieren. Ja. Dass ich mal zu diesem Thema etwas sage, Kian, ich begrüße euch. So, 300 Leute, teilen, liken, teilen, jetzt kommen wir langsam voran. 300 Leute, komm, Vollgas Leute, alle teilen und liken. Johanna, bitte. Johanna, du hast aber einen ziemlich männlichen Namen für einen ziemlich weiblichen Namen für eine Männliche Stimme. Hört sie mich? Ja, du hast eine ziemlich männliche Stimme für einen weiblichen Namen. Ja, ich bin Mann, ja. Ich glaube, das aber aus Versehen. Johanna ist der Bibelschreiber, oder? Johanna. okay, Entschuldigung, erzähl, 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 mein Lieber, erzähl. Ich bin für das Thema Afghanistan, das sage ich auch, ich bin in den 80er Jahre in Deutschland gewesen und habe da mit der Trümpel, Trümpel, so die Mujahideen gesammelt, nach Afghanistan geschickt, die Deutschen, die Deutschen haben in den Nachrichten gesagt, immer Mujahideen gehen kämpfen gegen Kommunisten, gegen Russland, gegen Sowjetunion. Ich habe damals, ich war aus der Türkei gekommen, ich habe mich bewundert, dass diese Europäer keine Ahnung von den Islamisten haben. Und die Linke, die Linken, die Kommunisten waren so menschlicher und wurden vom Westen von Islamisten unterstützt gegen Kommunisten. Die Kommunisten sind viel humaner, viel bessere Menschen als die Islamisten, wurden damals von den Amerikanern, vom Deutschen, vom Europäer, mit Trümpeln, Mujahideen, sie haben nicht einmal gewusst, was Mujahideen ist. Diese Mujahideen, wir haben uns, wir haben diese gekannt in Türkei, das sind alle Faschisten, islamische Faschisten, wurden vom Westen unterstützt und schickten nach Afghanistan. Das ist mit bewusst in der amerikanischen Politik gewesen. In Türkei wurden die Islamisten unterstützt, bis heute sind sie in der Macht. Das ist nicht zum Leugnen. Kian, du kannst das nicht leugnen. Die Islamisten in ganz Arabien, in ganz Osten, wurden unterstützt gegen Kommunisten. Damals waren Kommunisten so stark, in jede Wahl hätten gewonnen. Es war ein Kalter Krieg und wurden die Islamisten also vom Westen und vom Amerikaner unterstützt, bis die Al-Qaida gegründet haben in Afghanistan. Und es gibt auch Filme, wo vom Rocky, wo die gedreht wurden, wurden immer so hochgehalten, diese Islamisten, oder? Kian, also das muss man nicht leugnen. Das muss man nicht leugnen. Die wurden gefeiert von den Amerikanern. Die Amerikaner würden sogar die IS unterstützen, solange sie gegen ihre Feinde kämpfen. Ich bin Christ von Türkei und ich habe es so bewundert, dass Westen diese Geschichte gar nichts kannt vom Islamisten. Also wisst ihr, Leute, was euer Problem ist? Es ist scheißegal, wer was unterstützt. Es geht darum, selbst wenn es unterstützt, gegründet alles gemacht wurde, dass diese Spinner einer Ideologie folgen und sich auf eine Ideologie stützen, die aus dem Koran und aus dem Islam kommt. Und das ist ein Riesenproblem. Und die sind aus der ganzen Welt gekommen. Du kannst mir nicht erzählen, dass 2000 deutsche Konvertiten, die zum Islam konvertiert sind und dann in den Heiligen Krieg gegangen sind, dass alle die Amerikaner bei denen zu Hause an der Tür geklopft haben und gesagt haben, geht jetzt mal in den Heiligen Krieg. Das behauptet doch keiner. Völliger Blödsinn. Das behauptet doch keiner. Und aus aller Welt. Und von allen Ländern sind in den Heiligen Krieg gegangen aufgrund des Korans und aufgrund des Islams. Also hört auf, dass es mal so ist. Das nennt ihr namens Allah, okay? Ja, aber wurden vom Westen, von den Amerikanern unterstützt. Was hat das damit zu tun, wenn ihr unterstützt oder nicht? Hör auf! Man, keiner hat hier eine Auszüge geklopft bei den Leuten, hat gesagt, wir unterstützen euch. Aber ja, warum geht's doch gar nicht? Es geht, nein, weil ihr immer ausweicht. Ihr versteht das nicht. Das sind die wahren Muslime. Wer die jetzt unterstützt oder nicht, ist egal. Es sind trotzdem Muslime, die im Namen des Allahs töten. Punkt. Ja, bitte. Was ist mit dem Typen, der in Neuseeland die Leute getötet hat im Namen Christentum? Nach diesem Platz gibt es kein Aber. Guck mal, Kian, weil ich's manchmal nicht ernst nehmen kann. Kian, hast du gehört? Der Typ, der in Neuseeland getötet hat im Namen des Christentums. Völliger Schwachsinn. Du hast dich nicht null getötet. Der hat nicht im Namen des Christentums. Völliger Blödsinn. Du hast es nicht verstanden. Man kann das gar nicht machen, weil im Christentum das nicht steht. Guck mal, guck mal, ich bin krank. Entweder Kian, machst du das oder ich mach das, Breivik. Weil ich hab mich mit Breivik auch sehr gut beschäftigt. Breivik war ein Spinner. Der hat, das war ein Nationalist und Rechtsextremist, der so ein Maniflet verfasst hat und sich als Kreuzritter gesehen hat, aber sich überhaupt nicht auf die christliche Ideologie stützen konnte. Hat es zwar gemacht, aber null Begründung dafür, dass er das, was er gemacht hat, 77 Kinder abgeschossen, steht nirgendwo im christlichen Glauben, dass du das machen darfst. Also hör auf, immer so ein Scheiß mit so einem Vergleich. Ja, aber der ist ein Spinner, aber die S-Leute nicht, oder was? Der ist ein Spinner, aber die S-Leute, das ist der Wahnsinn. Kian, mach du das mal bitte kurz. Ja, es tut weh. Guck mal, wisst ihr, warum ich euch nicht ernsten kann? Also in diesem Katsache ist das bei Christchurch. Der Typ hat auf seine Waffe geschrieben, Rache für Paris, Rache für London, Rache für Madrid und so weiter und so fort. Der hat faktisch darauf reagiert, auf die vielen islamischen Attentate, über 40 islamische Terroranschläge in Europa. Und das war seine Reaktion. Es war ein Lonely Wolf, der dieses Verbrechen begangen hat. Und selbst in dieser kleinen, verschissenen Moschee in Neuseeland sind zwei Dschihadi-Terroristen nach Syrien und Irak gegangen und haben sich dort an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt. Sogar aus dieser kleinen Moschee, von dem sich die armen Muslime so als Opfer gefühlt haben, sind zwei Dschihadis nach Syrien. Ja, willst du mich verarschen? Er hat da 20 Stunden. Komm mir nicht mit diesem Unsinn. Google das und du wirst sehen, Leute erschossen, Bruder. Wie redest du gerade? Aus dieser Moschee gekommen sind nach Syrien und Irak gegangen und haben sich dem IS-Tag. Redest du so, als ob gar nichts passiert wäre, du Schwanz. Ja. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ja. Schick ihn zum Teufel. Ja. Zum satanischen Teufel. Schickst du ihm. Ja, das ist ein Anstalt. Das ist wahrscheinlich auch diese armen Leute. Was wusste ich? Ja, die Europäer lassen sich von euch alles gefallen. Jeden Tag vergewaltigt ihr irgendeine deutsche Frau und ihr habt immer eure islamische Kultur im Huckepack, wenn ihr das tut. Ja, und es gibt keine Racheakte. Ja, aber kein Moslem sagt diese Leute. Keine Moscheen werden niedergebracht. Aber, Kian, das sind doch die Europäer. Kian, welcher Moslem sagt diese Scheißleute auf dem Weihnachtsmarkt, die da überfahren wurden? Wer sagt das, Bruder? Das, was du gerade gesagt hast. Diese Scheißmoschee, sogar da waren zwei Leute und oh, die armen Muslime. Es ist, was es ist. Es ist eine Terrormoschee, aus der zwei Terroristen gekommen sind, die nachweislich nach Syrien gegangen sind. Zwei. Aus dieser kleinen Moschee auf Neuseeland, eine Insel, irgendwo tief im Pazipik. Und selbst aus dieser kleinen Moschee in Neuseeland sind zwei Terroristen gekommen. Und ich sage nicht, dass ich das unterstütze, was da passiert ist. Aber das ist die Antwort gewesen auf die vielen terroristischen Attentate durch Muslime, durch muslimische Gruppen und durch Einzelpersonen, die in Europa von Madrid bis London Terroranschläge verübt haben. Du musst dich fragen, warum die ganze Welt über Islam spricht und über keine andere Religion. Ja, weil es die größte Gefahr ist für die Leute, weil das immer mehr wächst und weil die Leute Angst davor haben. Sie wollen, dass alle... Ach ja, ich freue mich mal weiter. Sie wollen, dass alle Menschen LGBTQ werden und schwul, dass sie die alle kontrollieren können. Sie wollen das Familienbild kaputt machen. Ja, willst du uns sagen, dass die ganze europäische, westliche Gesellschaft nur noch aus Homosexuellen besteht? Und selbst wenn sie daraus bestehen würde, welche Probleme hast du denn mit Homosexuellen? Natürlich, weil es geht ja wieder auf deine tolerante Religion zurück. Nee, aber wenn ich Deutscher wäre, würde ich mich beschweren, dass mein Volk abstirbt. Ich meine, jedes Jahr sterben mehr Deutsche, als dass sie geboren werden. Ja, Gebotenraten sind einfach wichtig. Ja, und wenn ihr keine Kinder kriegt, weil ihr irgendwie hier so offen seid für jeden Scheiß, ja, dann, Digga, viel Spaß, Bruder, mit der Zukunft. Es tut mir leid, dass die Frauen, die deutschen Frauen, keine Maschinen sind, ja, die die ganze Zeit hier nur Kinder produzieren, in der Küche stehen und keine Rechte haben. Es tut mir leid, ja, dass die Frauen nicht so wie bei euch die Frauen sind, ja, so einfach eine Maschine. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rockefeller wollte, dass beide Geschlechter arbeiten gehen, sodass mehr Steuern gezahlt werden. Und jetzt seid ihr... Ah ja, Rockefeller, jetzt kommt wieder... Ey, die Frauen sind bei euch wie Maschinen. Ja, die machen Kinder und noch mehr Kinder und noch mehr Kinder. Herzlichen Glückwunsch, ihr dürft euch jetzt totarbeiten mit Frauen und nicht mehr auf eure Kinder aufpassen. Ja, ich frage dich heute hier. Ja. Ich frage dich etwas, wenn die Deutschen wollen, innerhalb von zwei Stunden, sie können hunderte, tausend von diesen scheinen Islamisten oder diese da, wenn sie wollen, sie können in zwei Stunden alle verpacken und nach pssst, zurück. Ja, das würde ich mal sehen. Warum machen sie das nicht? Du kannst da so viel sagen, wie du willst, aber diese Deutschen, diese sind noch nicht wach, die wissen nicht. Eben wie damals, 80er Jahre, wo sie eben diese Mujahideen unterstützt haben, die Al-Qaida unterstützt haben, die haben falsche Seite unterstützt. Ich meine, was wäre dann, wenn Afghanistan Kommunist wäre? Ein paar Jahre wäre sowieso Kommunismus zusammengekehrt und wären wieder jetzt viel moderne Afghane als mit den Terroristen und diese Dschihadisten unterstützt, wo jetzt Afghanistan so schlecht geht und die ganze Welt, die ganze islamische Welt war damals viel, viel besser als heute, wurden vom Amerikaner, vom Europäer sogar ideologisch Argumente gegeben gegen Kommunismus und sie haben islamische, religiöse Argumente geliefert und sie haben ihnen Zunge gegeben. Jetzt sie so viel Propaganda machen können, ist alles gelernt vom Amerikaner, fast auch von christlicher Propaganda gemischt mit Islam und so geht es weiter. Also der Islam ist ganz etwas anderes, der war in Flasche, sie haben diesen Teufel von der Flasche herausgeholt, die Amerikaner. Und das sind jetzt die religiöse toxische Ideologie hat nicht nur die islamische Welt verpestet, jetzt bringen sie auch noch diese Pest in den Westen und ich war leider Gottes auch ein Teil davon und Ziboum und all diese Leute, die hier hochkommen, Fashion, Meshchen und wie sie alle heißen, das sind alles Pestbringer. Und der ist ein Pestbringer. Genau. Ich habe eine Frage an dich. Wir brauchen hier, wie nennt man das die Leute, die hier, Kammerjäger. Wir brauchen hier Kammerjäger. Die Ratten sind los. Ja und du denkst, du wirst akzeptiert, weil du sie in Islam verlassen hast? Ich glaube, das ist ein Pestbringer. Habe ich diese Akzeptanz erfahren? Ich trenne mich nicht von der Mehrheitsgesellschaft und möchte unbedingt den Kanacke spielen. Ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und du nicht, weil du möchtest den Kanacke spielen. Du möchtest der Araber, Türke oder Kurde sein. Ich will es nicht. Ich möchte ein Teil dieser Gesellschaft sein. Ich bin froh, dass ich der zivilisierten Weltgemeinschaft angehöre und nicht dieser Neandertaler-Religion. Ja was, bist du ein Deutscher, oder? Ich bin ein deutscher Staatsbürger. Ja, halbdeutscher. Ja, Staatsbürger, aber nichts mehr. Und warte mal ganz kurz. Meine Mutter ist okay, oder? Meine Mutter ist nur Iraner. Ich frage ihn doch nur, ob Deutsche okay sind oder was hast du gegen, hast du was gegen Deutsche? Wer? Du. Wie kann ich denn etwas gegen Deutsche haben? Ich weiß nicht, ich habe die den Holocaust gemacht gegen die Juden. Oh Mann. Ja. Hör auf mit dem Scheiß. Wer hat denn mit dem H zusammengearbeitet? Wer hat denn mit dem H zusammengearbeitet? Hopp, warte, hopp, warte. Wer war es nochmal, genau? Jeder hat mit dem zusammengearbeitet. Jeder. Sowjetunion, Araber, Albaner, jeder. Jedes Mal der selbe Scheiß. Hör genau, weil sie genau das sind. Was sind die? Oh Mann. Warte, 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 Eiern. Was sind die? Erzähl mal. Du weißt schon nicht, was dein Opa gemacht hat. Mein Opa? Mein Opa. Du hast überhaupt keine Ahnung. Was haben denn die türkischen Vorfahren gemacht? Über den Armenier. Ja, 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 genau, genau. Was haben die mit der Fahne gemacht? Armenier ermordet. Was haben die mit der Fahne gemacht? Was war die Kurdenhetze von Atatürk gegen die Kurden? Ja, ich habe eine Frage an dich. Gegen die Minderheit. Einen Moment bitte. Ich verstehe gar nichts. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Komm mir nicht mehr diese Quatsch. Ich verstehe nichts. Nicht großer Völkermord hat noch vor den Nazis stattgefunden und das in der Türkei geprobt worden. Meine Frage war, was die Deutschen mit den Armeniern gemacht haben. Zeig nicht mit dem Finger auf die Deutschen. Was haben die Deutschen mit den Juden gemacht? Oder drei Finger auf dich zurück. Was haben die Deutschen mit den Juden gemacht? Östün. Was haben die Deutschen mit den Juden gemacht? Ja, was haben die Deutschen mit den Armeniern gemacht? Tiktok sportlich. Weiß ich nicht. Ich frage dich. Egal, lass mal Schuko Seng seine Frage stellen. Ja, ich bin da runter. Leute, ihr müsst in die gleiche Münze zurückziehen. Ja, Eiham, warte mal bitte. Eiham, warte mal. Eiham, warte mal kurz. Ich bin, ach so, ja, bitte. Kian, hörst du mich? Ich habe eine Frage an dich und zwar, warum haben Perser ein IQ von... Ey, Kian, hallo. Kian, warum haben Perser einen durchschnittlichen IQ von 70 während Aseris einen IQ von 90 haben? Ah, du meinst also, die alle, die so einen Türkenkopf haben, die sind klüger als Perser. Ganz genau. Und warum haben die Türken... eine Kulturnation und ihr seid noch 800 Jahre als Mongolen-Seite gekommen? Ja, ja, einen Moment, Kian. Deswegen heißt ihr Gengis. Deswegen haben wir Gengis zum Beispiel. 800 Jahre lang unter unserer Herrschaft. 800 Jahre, mein Bester. Leute, teilen und liken. Alle, die hier drin sind. Unsinn? Ja. Die Safi Wieden waren Aserbaidschaner, mein Bester. Die Timuriden waren Usbekin. Die Türkvölker haben euch 800 Jahre lang kontrolliert. Ja, ich schau dir mal an, wie intelligent die Türken in Deutschland sind. Wir haben einen höheren durchschnittlichen IQ als die Perser. Ja, ja, das möchtest du gerne. Das ist so, du kannst das gerne nachforschen. Das ist so, ja. Aber Schuko Seng. Ja, bitte. Schuko Seng, Schuko Seng, du beweist tatsächlich gerade das Gegenteil, weil deine Aussagen sind ziemlich dämlich, die du hier triffst. Die sind nicht dämlich. Ich rede mit wissenschaftlichen Belegen, ja. Und ich glaube, die müssen bewegen. Du kannst dich nicht mal richtig aussprechen, Wissenschaft. Ja, 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 einen Moment bitte, Kian. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, warum sind die Türkvölker im Durchschnitt 180 groß, während die Perser nur 1,60 sind? Ja, klar. Hast du mal gesehen, die Türkvölker sind... Siehst du mal, wie klein die Asiaten in der Regel sind? Dann schau dir mal die Schnitzel. Junge, wir sind euch genetisch überlegen, die Mongolen. Die sind euch genetisch überlegen, die Schnitzel haben. Schau dir doch mal an, wie sie aussehen. Die können doch, die sind so klein, die können... Ja, lass deinen Rassismus freien Lauf, mein Bester. Die können als Gartenzwerge in Deutschland... Ja, lass deinen Rassismus freien Lauf, mein Bester. Aber was machst du, wenn die grauen Wölfe an deine Tür klopfen? Ja, komm hier nicht mit diesem Quatsch mit dieser Türkvolk-Propaganda. Was machst du, wenn die grauen Wölfe an deine Tür klopfen, mein Bester? Ach, lass mich in Ruhe. Du meinst diese Boss-Eschek, diese grauen Esel? Du kleiner Köter, du. Boss-Eschek, das ist das... Ja, hier, hier. Freiheit für Südaserbaikan, Freiheit für Südaserbaikan, Freiheit für Südaserbaikan. Ja, bitteschön, bitteschön. Deswegen glaubt ihr, dass die Perser nur 70 IQ haben. Warum unterdrückt ihr meine Leute? Warum unterdrückt ihr meine Leute? Wir werden die nicht nur unterdrücken, wir werden auch unsere Unterdrückentum aus dem Leib bleiben. Ach so, ihr wollt unsere Identität vernichten. Wir werden auch deine Identität vernichten. Wir klopfen an deiner Tür mit Boss-Eschek. Kian, wir haben euch 800 Jahre lang kontrolliert, mein Bester. Geht doch gar nicht, jetzt kontrollieren wir euch. Ihr kontrolliert uns niemals und Aserbaidschan wird frei. Südaserbaikan wird frei. Da dürft ihr unsere Schuhe putzen. Ach so, werden wir sehen, mein Bester. Werden wir sehen, so wie es früher war. Bald wird wieder in Ordnung sein, alles wird wieder gerecht sein. Freiheit für Südaserbaikan. Geh zurück in die Mongolei, da wo du hingehörst. Du kleiner Fascho, du bist der Faschistin. Geh mal in die Mongolei. Du bist der Faschistin. Nenn dich lieber Genghis Khan. Der Genghis Khan hat euch versklavt, Alter. Ja, guck dir mal. Jeder zweite Türker heißt Genghis. Leute, es ist doch ein Genghis. Meine Güte. Geh mal lieber zu deinem Reiterfolgen in die Mongolei. Geh mal zu den Uiguren. Das sind deine Landsleute. Was, was, was? Was hältst du eigentlich wegen den Uiguren? Was findest du das Schlimmste? Bei 100.000 Likes kommen die Pusada. Findest du schlimm, was da passiert, Kian, mit den Uiguren? Nee, find ich überhaupt nicht schlimm. Oder ist es okay so, weil sie Muslime sind? Euch kann man wirklich nur so behandeln. Du findest das nicht schlimm? Nee, überhaupt nicht. 100.000 Likes wollen. Ja, Digga, du sagst, es ist ja einfach okay, dass sie im KZ nicht mehr haben, Bruder. Was stimmt nicht mit dir? Euch muss man erziehen. Genau wie ihr denkt. Wie? Man muss uns in ein Umerziehungslager stecken, wie im KZ? Sonst knallt ihr komplett durch. Türkie, 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 Türkie. Digga, du bist so krank, Bruder. Du bist so krank. Du sagst einfach, es ist okay, was in China passiert mit den Muslimen. Habt ihr euch mal gesehen? In England haben die Türken das durchgesetzt, dass das Wort Turkey nicht mehr verwendet wird in der Werbung, sondern Welcome to Turkey, ja, das Wort, äh, ja, weil sie sich... Normal, die Welt muss das tun, worüber redest du? Natürlich, Gian, die Welt muss das tun, was wir denen sagen, nicht über euch Iraner, die Terroristen, ihr unterstützt sich, Junge, dein Land ist ein Terrorregime. Dein Land wird von einem Terrorregime regiert, was ist los mit dir? Ja, und du hast ja einen Führer, der immer Willkommen, Willkommen mit so einer quietsche Stimme redet. Junge, Freiheit für Südaserbaidschan, 30 Millionen Aserbaidschaner im Iran. Wir haben das unter Kontrolle. 30 Millionen Aserbaidschaner im Iran, Dicke. Ja, was redest du von Arisch, Deutsch, schau dich doch mal an. Ja, very good, very beautiful. Nur weil du den Hype deines Lebens verpasst, versuchst du ja auf TikTok alles hier hochzujagen, aber was geht, man? Bruder, du bist 50 Jahre alt, man lasst doch den jüngeren Generationen diese App, du siehst doch nur, dass du... Oh, okay, ich werde überlassen dir. Zwerge seid doch auch hier. Ich überlasse dir jemanden, der Mando heißt. Ja, ich bin auch in der Blüte meines Lebens. Ich bin in der Blüte meines Lebens. Kian, der ist doch schon am Absterben hier. Also Kian, also Kian ist glaube ich knapp, Kian ist glaube ich 50 oder knapp 50 Jahre alt, ja? Also bitte, du musst ein bisschen Respekt haben vor älteren Männern, ja? Er als orientalischer Mann kann doch am besten die orientalischen Leute beurteilen, findet ihr nicht? Nein, ein orientaler Bro, der kann höchstens LGBTQ beurteilen, mehr kann der Typ nicht, denn da stufe ich dich ein, Kian, weißt du das eigentlich? Da stufen wir alle dich ein mit deinen 50 Jahren, mein Freund. Was, warte, ich habe nicht mal verstanden, du nuschelst und du redest so komisch. Warum habt ihr Migranten in der dritten und vierten Generationen? Bio-Deutsche, Mann, was redest du? Ich spüre halt dich, mach dich fett dich, äh, mach dich normal Hochdeutsch reden. Also so habe ich noch nie geredet. Leute, warum macht ihr ein, wenn du willst, kann ich auch aus Schwäbisch, bis nach vorne. In der vierten Generation muss man so reden wie ich und nicht so wie ihr. Ja, hast du Lust ein bisschen auf Schwäbisch zu reden? Ich spüre halt doch. Hast du Lust ein bisschen auf Schwäbisch zu reden? Ich spüre mal, bitte, hüpke mal auf, ja. Aber besser so geschwollen reden, als die ganze zu lispeln, oder? Ja, komm, wenn du schon mal Abredeungen auslachst, oder? Lispeln ist sexy. Ist sexy? Ja, na klar. Sexy motherfucker. Genau. Kian, komm schnell aus dem Schwaben, Lindle. Geil, ich bin, 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 ich bin. Auf eine Art und Weise, auf eine Art und Weise feiere ich dich, muss mich, muss ich ehrlich sagen. Finde ich gut. weil du bleibst deiner Linie treu, egal wie man dich triggert. Egal wie man dich triggert, du versuchst immer, deiner Linie treu zu bleiben. Aber ich muss dir eine Sache sagen, ich bin ja, also das ist ja erst der Anfang von unserer schönen Geschichte. Das ist erst Kapitel 1, unser Buch wird so, glaube ich, so sechs, sieben Kapitel haben. Glaub mir, es wird sogar ein sehr schönes Ende haben. Also ein sehr schönes Buch. Rede nicht, Mr. Terrorist. Ist alles okay. Ich habe schon einen Endburtstag. Ich habe in zwei Minuten Geburtstag. Deswegen möchte ich meinen eigenen Stream starten. Mein Beileid. Ich danke, ich würde erst mal mein Geburtstag jetzt mal ein bisschen so reinkommen. Fashion, aber in deinem Stream sind zehn Leute, das interessiert doch gar keinen. Ich feiere lieber mit zehn Leuten, als mit 52 Lügner. Ich habe eine Frage, ich habe eine Frage. Pian, Pian. Hast du eine Frau oder hat sich das noch keine Frau angetan mit dir? Pian hat 17 Frauen. Keine Frau, keine Frau hat das schon mit nachher. Also keine hat sich noch, kannst du deine Cap kurz abnehmen? Ich will sehen, ob du noch Haare auf dem Kopf hast. Ich kann auch meine Hose runterziehen, ob ich beschnitten bin. Nein, das wollen wir nicht sehen. Das wollen wir nicht sehen, mein Freund. Wir haben neben deinen Haaren. Kannst du deine Hose runterziehen, damit ich sehen kann, wie du aussiehst? Und wenn du, wenn du deine Hose runterziehst, dann hast du ja noch weniger Frage. Oder kannst du dich umdrehen und mir deinen haarigen Hintern zeigen? Oder was sollen diese Fragen? Ja, mein Haar hinterher kommt gut an bei den Frauen. Was soll ich denn sagen? Kannst du mir deine Muskeln zeigen oder dein Muskel-Shirt? Ja, kann ich machen. Ja, kann ich machen, wenn du das willst. Aber ich bin nicht so einer. Ich bin nicht schwul, mein Freund. Medizin, Krankheit. Medizin, Krankheit. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Chath. Hast du mal ein bisschen zu viel Antibiotikum? So sieht es aus. Ich habe kein Wort verstanden. Wir sind in Deutschland. Kannst du ein bisschen Deutsch sprechen hier? Nein, Jüdisch ist die zweite Amtssprache von Deutschland. Nein, ist es nicht. Ist es? Ist es nicht? Zeig es mir. Ja, Jüdisch ist die zweite Amtssprache von Deutschland. Wo steht das? Das steht in den... In der Verfassung muss das stehen. Im Grundgesetz muss das stehen. Das steht im Grundgesetz. Zeig mir doch. Schau mal Kian, da ist eine Frau für dich. Michaela ist eine Frau für dich. Die Juden kontrollieren Deutschland und deswegen ist die hebräische Sprache die Zweitsprache von Deutschland. Ey, du bist so ein Hügembau und das gibt es nicht, Alter. Ich bitte das Erdbeben gerade alle. Fäschchen, Fäschchen. Fäschchen, du verstehst einfach keinen Sarkasmus. Doch, ich habe ihn verstanden. Er verarscht dich und du merkst es nicht. Ich habe das noch verstanden. Deswegen habe ich das in dem Erdbeben gerade. Also Leute, bis später. Ich habe Geburtstag gerade. Dankeschön für die Gratulation. Hallo, Kian. Kian, Kian. Ich habe eine Verstoßwarnung bekommen. So, von mir? Soll ich rausgehen kurz? Nee, generell. Ich habe eine bekommen. Nein, die haben doch so eine Verstoßwarnung. Komm gerade. Ich musste mal aus. Ja, mach mal. Mach mal. Kian, Kian. Kian, Kian. Kian, Kian. Ich habe eine Nachricht gezeigt, die da anscheinend zwischen dir und Fashion geschrieben wurde. So, und in dieser Nachricht ging es darum, dass Nelson ein Video gemacht hat über jemanden, der maskiert hier sitzt auf TikTok und nur Einnahmen regenerieren will. Und jetzt hat er das so versucht zu drehen und das mit dir versucht in Verbindung zu tun. Nelson hat gesagt, im Namen von der AfD. Habe ich aber nie gemacht im Namen von der AfD. Nein, du warst damit noch nicht mal gemeint. Ich weiß, wer damit gemeint ist. Das Ding dabei war, wenn man von maskiert spricht, dann denken die Leute, weil es geht gar nicht dabei um dich, es geht dabei um das, was die Leute hören. Sie hören dann, ach, der Maskierte. Also denken sie, ah, guck mal hier, der hat doch ein maskiertes Bild. Dann war es bestimmt der. Und dann hat er diese Nachricht aufgemacht, hat da so ein Kringel rumgemacht, dass man da auch nicht richtig lesen konnte, was da war. Und da war mir nur, dass... Kian, würde ich die Kamera anmachen oder auslassen? Im Moment lasse ich erst mal kurz aus. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich komme gleich wieder rein mit Kamera. Ja, ja. Roy, bitte. Und dann ging es einfach nur darum, dann dich damit in Verbindung zu bringen. Und diese Aussage hat dann Nelson gedacht, dass sie auf dich gemünzt war. Hat dann gesagt, Herr Löwenherz kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, von wem du redest. So. Dann ist er zu dir gekommen und hat nur davon geredet, von dem Maskierten. Hat aber nicht erwähnt, dass Nelson gar nicht dich meinte, sondern den anderen. Und als du dann rübergekommen bist, wusste ich, alles klar, es hat also geklappt. Sein eigentliches Ziel war somit erreicht. Und er konnte dann weiter dich dafür nutzen, Nelson zu deformieren. Und hat für dich was gehabt, um dir sagen zu können, da spricht jemand von der AfD gegen dich. Also er hat euch beide gegeneinander ausgespielt. Und das bewusst und absolut widerwärtig. Roy, du hast ja noch gar nicht mitbekommen, was er heute gemacht hat. Er probiert, Kian zu deformieren, indem er Bilder von Kian öffentlich zeigt, wo Kian irgendwie Döner verkauft oder weiß nicht, irgendwas Essen verkauft hat und probiert, dass sie so darzustellen. Also dieser Mensch ist so hinterhältig, das ist ja, und der zeigt private Chats von mir. Ich habe das nicht genehmigt von mir, zwischen ihm und mir. Und deswegen, und das zeigt ja, um die Leute zu belustigen. Und ich weiß nicht, was diese Scheiße soll. Weißt du, was das Schlimme an der ganzen Sache ist? Das ist sehr manipulierend. Und leider darf man immer nicht davon ausgehen, guck mal, man selber versteht das, aber nicht jeder unbedingt im Live, der die ganze Geschichte kennt, versteht das. Und diesen Fakt, den nutzt Fashion aus. Also in seiner manipulierenden Art ist er sehr erfolgreich auch damit. Und das ist das eigentlich Gefährliche. Und der denkt sich, bei jeder Sache, die er da macht, auch wenn er uns hier anlächelt, sorgt es einfach nur dafür, dass man da ins Gespräch kommen kann, um all diese Sachen zu nutzen. Aber am Ende ist das ein hinterhältiger, manipulierender Sack. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, so ist es. Kian, sag du doch mal was zu Fashion, wie du ihn kennengelernt hast. Ja, wie gesagt, ich beschreibe sie alle als Wölfe im Schafspelz. Ich kenne sie. Ich komme aus ihrer Mitte. Ich weiß, dass wir eine bestimmte Rhetorik benutzen, um sich als den netten Muslim von nebenan zu verkaufen. Sie sagen auch nicht alles, was sie im Herzen wirklich tragen oder was sie im Kopf tragen. Und sie geben sich freundlich. Aber wenn man sich angriffslustig zeigt oder sagen wir mal, wenn die Kritik gegenüber ihrer Gesinnung oder Ideologie zunimmt, dann kommen sie raus und dann verändern sie sich natürlich. Ja, und jetzt hat er seinen Livestream aufgenommen, habe ich gehört. Und jetzt zeigt er diese Bilder. Und das ist ja nicht schlimm. Das war ja auch ich vor zehn Jahren. Da war ich halt eben noch ein Taliban zu der Zeit. Und da habe ich auch in einer ganz anderen Welt gelebt. Da war ich halt eben so ein Vollpfosten wie er. Und jetzt ist das völlig okay. Das ist ein Teil meines Lebens. Es gibt von mir auch andere Videos im Internet, wo ich auf Demonstrationen, islamischen Demonstrationen spreche, auf der Kurzdemonstration, auf der Jerusalem-Demonstration. Es gibt viel mehr. Der Schwachkopf hat nicht mal die besten Videos gefunden von mir. Oder die besten Bilder. Das Einzige lustige dabei ist, Kian, wenn man das mal ganz genau betrachtet, ist das, was er vorhat, am Ende sogar kontraproduktiv zu dem, was er damit durchsetzen möchte. Weil er sorgt auf jeden Fall erst mal für eins. Für Werbung, für das eigentliche Thema. Und das vergisst er bei alledem. Und das finde ich wiederum eigentlich sehr gut. Weil auch Leute, die dich dann da noch nicht kennen und kannten, die setzen sich auf einmal bei und gucken nach und schauen nach. Wer ist dieser Kian eigentlich? Und dann merkt man auch, er war auf Grundgebung. Ach, übrigens, Kian, wo wir gerade über Grundgebung reden, ich glaube, deine letzte war das, wo du dir die Deutschlandflagge aus dem Publikum geschnappt hast. Leute, teilen und liken. Und die fand ich übrigens sehr schön. Ja. Du meinst die... In München. In München oder in Köln? Ich weiß nur, dass du ins Publikum gegangen bist und in Deutschlandflagge gegeben hast. Und der Dank zurückgegeben hast. Kundgebung war München. Ja, das ist wie gesagt. München oder Nürnberg. Aber ich kenne die Kundgebung und die war wirklich mega genial, Kian. Da warst du ja wieder mal in Hochform. Ja, danke dir. Mahlzeit zusammen. Mahlzeit. Hier, guck mal, Mambo, Mambo G ist auch so einer. Das ist auch so ein falscher Fuffi. Das ist genau so einer. Du bist der Erste, der das sagt in meinem Leben, mein Freund. Ich bin kein falscher Fuffi. Oh, Mambo, Alter. Mal ganz ehrlich, das Einzige, was ich den anderen als Vorteil habe, ist, dass ich dich hier auf Tiefen so lange kenne, um sagen zu können, was für ein falscher Fuffi du bist. Hast du genug Mutter? Und du bist ein falscher Fuffi. Du bist ein kleiner, rosettenleckender, alter Fuffi. Ich glaube, ich jetzt 12 oder 13. Nein, ich meine jetzt anwesend. Ich glaube nicht. Warum? Dann mach mal die Cellibi zur Moderatorin. Die ist auch bei mir Moderatorin. Die macht immer eine ganz gute Sache da. Die achtet immer gut darauf, dass der Chat sauber bleibt. Oh Mann, ey. Guck mal hier, der ganze Chat fängt gleich an. Mambo, du 31er. Hast du sie gesehen? Ich habe nicht, man. Ich grüße Sirkani im Chat, aber sei mal ehrlich. Meine Meinung kanntest du ja eh immer. Hast du gesehen? Du bist ein falscher Fuffi. Du bewegst dich durchs Live. Das ist ja das Ding. Du redest mal hier so, mal da so. Ey, wann habe ich denn anders geredet? Mal ganz ehrlich, das ist schon was ganz Widerliches. Jeder Typ mit Erde, jeder, der was auf sich hält, würde dann an seiner Meinung festhalten. Du drehst dich wie die Fahne im Wind. Du bist einfach nur ekelhaft. Bei unseren ganzen Distanzen. Falscher Fuffi. Bei unseren ganzen Distanzen, die wir untereinander haben. Roy, du, ich bin dein allergrößter Fan. Dein allergrößter Fan. Du kannst mir sonst wo mal mit deinem allergrößten Fan. Du bist ein falscher Fuffi und ich will gar nicht, dass du mein Fan bist. Allein das ist schon, selbst das ist schon eine Lüge. Du bist zum Lügen erzogen worden. Nein, wenn ich so blöd erzogen bin, dann wäre ich so ganz anders im Leben. Dann wäre ich so ganz anders im Leben, wäre ich so blöd erzogen worden, Roy. Ähm, Mambo, ganz kurz. Selbst das bist du zu glatt. Ich kenne dich in deinem Wagenleben gar nicht. Ich beurteile dich von dem, was ich hier von TikTok von dir kenne. Roy, warte kurz. Mambo, bist du Muslim? Ja, was soll ich sagen? Alhamdulillah. Oh, ich schmeiße dich gleich raus. Ich bin gebürtiger Moslem, würde ich sagen. Ja, okay. Also, Kian und ich können dir nur sagen, wenn du gebürtiger Moslem bist, dann bist du zum Lügen erzogen. Warum denn? Sag ich doch. Weil du Takir betreibst, du lügst. Also Muslime haben Lügen als ihr Hobby, tatsächlich. Damit ich das klarstellen kann, ich bin hier aufgewachsen mit deutschen Werten. Und wenn ich lüge, nur weil ich Moslem bin, ist es Takiyah. Und wenn ihr lügt, ist es normales Lügen. Kian, bitte. Sag was. Also, wenn er von sich aus sagt, wenn er sich von sich alleine aus als Moslem identifiziert, dann hat er schon eine Agenda. Das triffst du, obwohl du mich gar nicht kennst. Das ist seine Agenda. Damit wir die ganzen, damit wir kurz, eine Sekunde, bitte, ich lasse dich gleich aussprechen. Klar machen, ich bin Muslim, das ist das Dawa, das ist Einladung zum Islam, dass er sagt, ja, ich bin Muslim. Damit will er schon mal die Leute hellhörig machen oder sich interessant machen bei den dummen Eseln da draußen. So ist es aus. Die alle dürsten nach dem Islam. Danke, Bietz. Jeder, der sich outet als Muslim, hat eine Agenda. Und das ist es, so viel Islam in die Gesellschaft pushen, wie er kann. Und dann kommt darauf an, was für eine Art Verkäufer er ist. Pierre Vogel ist auch ein Verkäufer, aber ein schlechter Verkäufer oder zumindest ein ehrlicher Verkäufer. Er sagt, was er sagt. Und dann gibt es solche Leute wie Fashion oder so, die sagen dann zum Beispiel, Islam ist tolerant, Islam versteht dies und ich bin nett und ich bin gut integriert. Kein praktizierender Muslim ist gut integriert. Alles Unsinn. Also kann ich dir eine Frage stellen, bevor du wieder einen Monolog hältst. Aber davor will ich nur kurz sagen, hier sehen wir die ganzen Christen im Chat, die lang lebe in Midasovic schreiben, einen Völkermörder, der auch ein Genozid im Balkan gemacht hat. Nicht nur in Kostow, auch in Bosnien. Das sind die... Wieso lenkst du jetzt ab? Wir reden über Al-Handula Moslem, über dich. Komm jetzt rauf. Ich wollte nur auf die Christen im Chat, die gutherzigen Menschen hinweisen, die Völkermord befürworten. Also Kian, willst du mir wirklich damit weismachen, dass ich unterschwellig versuche, den Islam in Deutschland zu integrieren und meine ganzen Freunde zum Islam zu bekehren? Willst du mir das ankreiden? Also ich kann es noch nicht beweisen, aber dass du schon mal gesagt hast, dass du Muslim bist, ist schon mal ein Zeichen dafür, dass du möchtest, dass die Leute auf dich als Muslim aufmerksam werden. Nein, das denkst du nur. Du hättest einfach sagen können, ich bin ein Mensch und ich bin ein Bürger Deutschlands. Aber du gehst darauf, die Antwort... Kian, du machst dich lächerlich, mein Freund. Du machst dich lächerlich. Von mir aus... Das ist die Realität. Nein, von mir aus. Guck mal, du schließt aus meinem Glauben heraus, den ich anscheinend habe. Vielleicht kann ich auch lügen. Und ich bin was ganz anderes, aber das... Mambo, Mambo, glaubst du an die Scharia? Mambo, glaubst du an die Scharia? Natürlich. An die Scharia glauben, an die Scharia kann man nicht glauben. Das ist ein Gesetz, mein Freund. Okay, also nimmst du das Gesetz an? Nee, ich nehme es nicht. Also wenn es in Deutschland kommt, dann nehme ich es an. Ich bin ja Muslim, aber wir leben in Deutschland. Na bitte, da ist der Verkäufer. Da ist der Verkäufer. Nein, ich sage ja die Wahrheit. Ich glaube, du bist da nicht der Verkäufer, aber ich wollte dir eine Frage tankieren. In drei Sätze und schon wissen wir, wer... Nein, nein, wenn ich Verkäufer wäre, dann müsste ich doch, und Roy kann das bestätigen. Dann würde ich doch immer versuchen, euch zu sagen, vom Islam positiv zu... Roy hat dich schon gekoabt. Roy hat keinen Bock auf dich. Ja, aber Roy kann das ja bezeugen. Man muss ja nicht lügen, oder? Lügen darf man ja nicht. Nee, das Ding dabei ist, was Kian und Löwenherz, ich kenne den ja schon ein bisschen länger. Und er ist in seiner Rhetorik gut bewandert. Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn ihr da die Fragen stellt, dann müsst ihr sie richtig stellen. Als erstes geht es dann darum, nachzufragen. Mambo, bist du ein frommer Moslem? Ich sage dir ehrlich, ich weiß es nicht. Also du weißt noch nicht, ob du ein frommer Moslem bist. Ghost, stell eine Anfrage. Ich kann ja sein, was ich will, ist doch scheißegal. Und von dem Kian, was der sagt, dass wir unterschwellig hier den Islam einführen. Ja, aber guck mal, da müssen wir uns erstmal unterhalten. Was ist dann eigentlich... Du hast das oberschwellig gerade zugegeben. Ist, ist, erst mal da hast du nur mal so nebenbei. Aber wir müssen das natürlich ja auch für die Gäste so ein bisschen klarstellen hier. Und von daher, Mambo, das macht ein frommer. Was macht ein frommer Moslem überhaupt aus? Der kommt, der nach dem Islam lebt. 100 Prozent, die fünf Säulen des Islams befolgt. Das macht ein Moslem aus. Würde ich behaupten. Darf ich euch was fragen? Darf ich euch was fragen? Wie viele Muslime sind hier drin? Eventuell zu viele. Kommt drauf an, ob du nach Ex-Muslimen fragst oder... Jetzt unter den Jungs, unter den Jungs, die gerade sprechen. Also bei den Jungs, die gerade sprechen. Wie viele sind Muslime? Du musst konkretisieren. Du musst konkretisieren. Es geht darum, ihr habt gerade über die Scharia gesprochen. Oder ein frommer Moslem müsst ihr die Scharia annehmen, habt ihr gesagt. Richtig? Nein, haben wir nicht. Habt ihr nicht gesagt? Doch, so ähnlich. Ja, aber was wollt ihr über die Scharia wissen? Ich bin da gut bewandert hier. Stellt mich in die Frage. Ja, aber was heißt das? Hier, da kommt der nächste Verkäufer. Nein, nein, kein Verkäufer. Das ist der nächste Verkäufer. Die Scharia ist... Ich lebe in England. Ich lebe in England. Jungs, warten wir ganz kurz. Ich lebe in England. Ich habe 30 Jahre in Deutschland gelebt. Jetzt könnt ihr mich gerne in die Fragen stellen. Ich gebe euch aber als Antwort. Ja, deswegen. Er ist auch ein Verkäufer. Da haben wir wieder einen Verkäufer. Ja, aber wie interpretierst du Verkäufer? Den Glauben verkauft man nicht. Entweder man glaubt oder man glaubt nicht. Ja, einer arbeitet nur an die Baba und der andere arbeitet bei Allerden. Die wollen nicht alle was verkaufen. Kian, eine Frage habe ich an dich. Du meintest ja vorhin nach deinen ganzen argumentativen Sachen, die du gerade gesagt hast, dass all jeder Muslim eine Agenda im Kopf hat, die man durchführen will, oder? Ja oder nein? So sieht das aus. Ich glaube, dass du eine Agenda hast. Okay, also wenn ich meine Agenda zur Folge laut dir nachfolgen muss, dann müsste ich ja eigentlich teilweise nur versuchen, über den Islam zu reden. Habe ich das gemacht oder habe ich das nicht gemacht? Nein, das siehst du, Mambo, das alleine siehst du schon falsch. Nur wahrheitlich. Und du verstehst die Äußerung nicht. Was zum Beispiel Kian dir versucht hat zu erklären, ist, wenn du in einen Live kommst und dich erst mal als etwas outest, nämlich ich bin ein Moslem, dann stehst du schon für eine Sache ein und möchtest diese da auch in deinen Grundlagen untermauern, indem du sagst, ich bin ein Moslem. Okay, aber wenn ich dich frage, wie heißt du, willst du dich dann selber verkaufen? Also willst du mir damit sagen, wer ist Roy oder wollte ich einfach nur wissen, wer du bist? Guck mal, und das ist ja eben, das ist ja der springende Punkt. Wenn du mich das fragen würdest, würde ich sagen, ich bin Roy. Ja also, und was willst du mir damit sagen? Willst du mir jetzt dann was verkaufen oder wollte ich einfach nur wissen, wie du heißt? Wenn du sagst, ich bin Mambo, dann würde man sagen, alles klar, das bist du als Person. Wenn du sagst, ich bin Mambo, ein Moslem, dann hast du schon angefangen, dich auf eine Sache zu positionieren. Und ich würde auch mitfragen. Roy, was bist du denn? Roy, was bist du denn? Bist du Christ? Ich bin Roy. Das spielt doch gar keine Rolle. Ihr probiert euch. Aber meine Frage ist nur, um was geht es denn hier eigentlich? Schiff, Meister, Meister, Guck mal, Leute, damit ich nicht schon stehen kann, um was geht es denn hier? Guck mal, das fängt mit Respekt an. Ghost, kannst du mal aufhören, ständig dazwischen zu brüllen? Abdi, komm mal hoch. Du probierst doch schon mit dem ersten Satz, mit dem, hallo, ich bin der und der, ich bin Moslem, probierst du doch schon Sympathiepunkte aufzubauen. So sieht es aus. Hab ich gesagt, dass ich Moslem bin? Abdi, Abdi, Ghost, um dich geht es doch gar nicht, Mann. Abdi, Abdi, diese Ghost, diese Ghost, der mobbt ganz sehr treu. Abdi, dieser Ghost, der mobbt euch. Hey, Ghost, mein Freund, was haben du gemacht? Ich will doch sachlich reden mit euch, Mensch. Nein, du redest nicht sachlich, du redest, du brüllst hier, du gehst besser. Aber ich hoffe, ihr wollt Scharia in Deutschland haben. Gehst du besser, sag ich. Und das ist etwas, was sehr gefährlich ist. Halt mal deine Mundi, geh mal bitte, dass ihr einen Film guckt, von Ghostbusters, okay? Und red nicht so Müll. Hör mal zu, du Hund. Pass auf, wie du mit deinem Vater redest. Dein Vater ist derjenige, der deine Mama gefickt hat, damit du geboren worden bist. Ja, rede weiter. Du redest, rede dich doch. Hab ich deine Mama... So wie du redest, rede ich. Nee, nee, hab ich deine Mama beledigt, deine Mama beledigt. Deine Mutter wurde auf dem Rücken von deinem Vater gefickt, du Hund, als du gezeugt worden bist. Löwenherz, ich komme gleich. Ich komme gleich. Jo. Komm, rede. Komm, bist du hier jetzt mit mir. Sachlich, der kann mit mir Sachen reden. Er redet gleich. Er kommt gleich. Roi, warte mal kurz. Das hört sich nicht so. Er soll mit Kian ein Anständiges beschränken. Roi, warte du auch mal kurz. So, Kian. Er hat angefangen. Er hat angefangen. Kian, hast du es jetzt wieder gehört? Hast du es wieder gehört? Wir müssen auch einstecken können. Er hat ausgeteilt, er muss einstecken. Hab ich mitbekommen. Hab ich mitbekommen. Du sagst, Mama, Papa, du Hurensohn, ich ficke deine Mama auf deinen Rücken, du Hurensohn. Hast du verstanden, du Hurensohn? Ich ficke dich, ich ficke deine Mama auf Roy, seine Rücken. Hast du verstanden? Auf Roy, seine Rücken ficke ich deine Mama. Welche? Welche Mama? Deine Mama. Na, ab die, er meint los. Auf die, er meint los. Hast du verstanden? Ich ficke deine Mama auf den Rücken. Auf Roy, er meint los. Hey, kannst du mal irgendwelche andere Sprüche loslassen? Du Hurensohn. Ja, Jan, er meint, du Ghost. Hallo, es war mein Spruch. Hallo, es war mein Spruch. Er meint, er meint, er meint Ghost, 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 Ghost. Hätte deine Papa gegen eine Zugespritzen, wärst du heute noch unterwegs, du Hurensohn. Mein Vater wird dafür sorgen, dass der Scharia in Deutschland implementiert. Und er wird erst gesteinigt, du kleiner Kaffur. Okay, dann werde ich meine dritte Beine in deinem Papa seinen Mundi reintun. Hast du verstanden? Okay? Du Hurensohn. Der wird deinen Schwanz abschneiden, mein Freund. Bei der Steinigung. Ihr, bitteschön, da sind sie die Leute, die Zivilisation bringen wollen. Aber nur, 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 Ghost, Ghost. Leute, ihr seid selber schuld. Ganz ehrlich, ihr seid selber schuld. Ihr könnt weder sachlich diskutieren, noch habt ihr das Wissen, ja? Und versucht die Leute die ganze Zeit auszuspotten. Und dann geschieht euch recht, wenn dann einer wie ich kommt, ja, der wenigstens auszeilen kann. Und dann kriegt ihr richtig auf die Fresse. Dann kriegt ihr richtig auf die Fresse. Wisst ihr, ihr habt einfach Angst. Ihr habt selber gar kein Glauben. Weil wenn ihr einen Glauben hättet, würdet ihr nicht. Wenn ihr einen Glauben gehabt hättet, würdet ihr nicht über das Glauben von jemand anderem ablästern. Du kannst in deinem Land zurückgehen, du passt. Inwieweit seid ihr gute Christen? Erzählt mal bitte. Du kannst in deinem Land zurückgehen. Jeder kann zu reden wie du. Du bist doch kein Geschenk für dieses Land. Du kannst in deinem Land zurückgehen. Vielleicht wird der Deutschland sein. Ich bin doch gar nicht in deinem Land, du Hund. Na, dann ist es doch noch besser. Deine Papa ist mein Hund. Deine Papa ist mein Hund. Ja, du Hurensohn. Was ist dann, du Hurensohn? Ich ficke deine Mama auf dem Rücken. Du weißt schon, ich hab's schon gesagt, Deine Mama wurde auf dem Rücken. Ich ficke... Deine Mama wurde auf dem Rücken von deinem Vater. Das weißt du schon, ne? Ich ficke, Roy, ich ficke deine Mama auf dem Rücken. Oh, 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 oh. Der Kulturträger seiner... Ey, ich ficke deine Mama, du Hurensohn. Ja, hier ein großer Vertreter seiner Zivilisation. Guck mal, jetzt guck mal Kian, du bist so ein Unterwälter manchmal. Das ist ja unglaublich. Du sagst, ein großer Vertreter seiner... Was war das für ein Vertreter? Das ist doch einfach nur einer auf TikTok. Und du sagst, großer Vertreter seiner Religion. Ihr seid alle gleich. Also ich bin auch so... Wir armen deutschen Kinder, das Wort HS lernen und F deine Mama und so weiter. Kenne ich genug Deutsche, die das auch kennen. Ja, kenne ich genug Deutsche, die das auch kennen. Dieses Volk, dieses arme deutsche Volk wird geplagt und gejagt von diesen Neandertalern, die da in unser Land gekommen sind. Ach, Kian, da sprichst du nur das aus, was die Leute hören wollen, aber das stimmt doch gar nicht, Mann. Na doch, das ist schon die Wahrheit. Nein, nein, das stimmt doch. Schau mal, schau mal. Ich kann das verstehen. Aber dort, ich habe das nicht genau gehört, offenbar wurde er auch angegriffen. Was erwartet man dann, wenn man was austeilt, muss auch einstecken können. Ja, aber das ist doch hier keine Diskussion. Das ist doch ein Irrwaus, ganz ehrlich. Ist mir egal, wenn jemand mich beleidigt, ob ich jetzt zivilisiert genug bin, dann nicht zurück zur Beleidigung, ob ich es mache. Das ist doch scheißegal, oder nicht? Nee, das ist nicht egal. Weißt du, warum das nicht egal ist? Weil du nämlich immer nur für dein Verhalten verantwortlich bist. Leute teilen, liken, weiter teilen und liken. Du bist nur für dein Verhalten verantwortlich und der andere ist für sein Verhalten verantwortlich. Und wenn du dich auf dasselbe Niveau heruntergibst, so wie das eben hier abgelaufen ist, ey, da denke ich mir, wo bin ich hier gelandet? Im Affenstall, oder was? Ja, da gebe ich dir recht, ich bin auch nicht ein Freund von solchen Diskussionen, aber da steckt mich Kian mit dem unter eine Kappe. Und da muss man dem Kian mal sagen, der soll aufhören, in diesem Schubladendenken zu reden. Das kannst du mal echt lernen, Kian. Ich kann mit Scharia-Verkäufern nicht zu anfangen. Ach, guck mal, du kommst mit diesen Standortraussagen, Scharia-Verkäufern. Du bist ein Unterhändler des Kurses, wenn es ihm gäbe. Ich wollte vorhin die ganze Zeit... Was Konstruktives möchtest du hören? Mambo, warte mal ganz kurz, du möchtest was Konstruktives hören? Ja. Da kommt jemand rein und er bricht ein Gespräch. Leute. Er mischt sich ein, weil du gesagt hast... Ey Leute, ich durfte ein Herz, sorry von ihm, bitte, mein Freund. Ich musste, ich war noch 180. Alles gut, Abdi, alles gut. Guck mal, wenn solche Leute kommen in Deutschland, verblieben solche Lugen, dann ist es für mich... Solche Leute müssen zurück in Heimat. Direkt zurück. Ja, 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 aber Creu wollte was gerade sagen. Alles gut, Abdi. Pass auf, pass auf, Mambo. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Da kommt jemand rein und möchte sich in die Unterhaltung mit einbringen, weil du gesagt hast, ich bin ein Moslem. Nur kurz, ich möchte das gerade stellen. Höre zu. Höre zu. Höre zu. Nun hat er sich versucht, in dieses Gespräch mit einzubringen, hat dann irgendwo das Wort Scharia noch mit aufgeschnappt und hat gesagt, passt auf Leute, ich kenne mich aus. Wenn ihr Fragen zu Scharia habt, hier, ich bin euer Ansprechpartner. Dann hört er eine Sache, die ihm nicht gefällt und trifft nebenbei noch eine Aussage, wie zum Beispiel, mein Vater wird dafür sorgen. Zum Beispiel nur. Und zeigt dann das, was da andere als Befürchtung haben. Und das ist das eigentliche Problem. Deswegen hat Kian von mir gesagt, dass du ein Vertreter der Sache bist und dass du etwas verkaufen möchtest. Und das ist das, was du nicht verstehst. Nein, weißt du was, was du nicht verstehst, Roy? Jetzt komme ich mal endlich zum Punkt, weil Sirkani sagt es doch auch in den Comptan. Erstens, ich kam hier rein und ich habe Mahlzeit gesagt. Natürlich hat keiner von euch was zurückgesagt, hat keiner zurückgegrüßt, finde ich aber auch nicht schlimm. Dann wurde ich gefragt, bist du Moslem? Und ich habe mir gedacht, lohnt es sich wirklich, darauf zu antworten? Soll ich einfach sagen, was ich bin? Das bringt ja nichts zur Sache. Und ich wurde halt einfach gefragt, ich möchte hier nichts verkaufen. Und wenn ich dem Kian sage, weil er meint, dass ich einer Agenda folge, nur weil ich Moslem bin, dann kann ich doch vom Herzen aus sagen, Kian, was du glaubst, ist mir doch scheißegal. Du kannst auch an eine Kuh glauben, das ist mir scheißegal, das interessiert mich nicht. Was hat das mit einer Agenda zu tun? Du verstehst das nicht. Nein, nur kurz, mal kurz. Pass mal auf. Nein, nur kurz. Wenn ich sage, ich bin Moslem. Hör zu. Mambu, jetzt bin ich wieder dran. Hör zu. Der Typ, der da eben so rumgedödelt hat, der hat mich auch gefragt, was ich bin. Und ich sagte zu ihm, ich bin Roy. Das hast du aber absichtlich gemacht. Ja, das ist ganz ehrlich, das könnte jetzt auch eine blöde Unterstellung von dir sein. Fakt ist auf jeden Fall eins, ich antworte immer so. Weil es mir nämlich am Ende egal ist. Weißt du wieso? Mein Glaube gehört mir, es geht kein Schwein was an. Woran ich da glaube, das kann den anderen doch scheißegal sein. In der Form, wo du dich aber dafür entschieden hast, zu sagen, da auf die Frage zu antworten, ich bin Moslem. Hast du dich in eine Position begeben, um dann da deinem Wort mehr Gewicht zu geben? Weil worum es hier in diesem Live geht, dafür brauchen wir nicht irgendwie einen Test machen oder irgendwas. Das wissen wir beide so. Roy, Roy, bitte hör doch zu. Denk doch eine Sekunde mit. Das Problem ist, komm bitte, das Problem ist. Nein, Abdi, warte kurz. Ich bin Moslem. Bist du Moslem? Wurde ich gefragt. Ich habe gesagt. Aber ich würde eher sagen, dass ich ein witziger Moslem bin. In welcher Richtung habe ich mich extra positioniert oder habe ich nur, Kian, aus gutem Gewissen und weil ich eine gute Diskussion machen wollte, gescheit geantwortet? Was habe ich jetzt laut deinem Wort? Mambo, du ralzt das immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob du da eine kognitive Dissonanz hast. Ich habe da keine Ahnung. Fakt ist eins, wenn du diese Frage gestellt bekommst, bist du als Mensch für dich alleine verantwortlich, um darauf entweder zu antworten, der Frage auszuweichen oder zu sagen, schlichtweg, es geht dich einen Scheiß an. Je nachdem, wie du dich da entscheidest. Du hast dich jetzt entschieden zu sagen, ich bin Moslem. So, somit hast du dich in eine Position gebracht, um deinem Wort da mehr Gewicht zu geben, weil die Diskussionsgrundlage, die Thematik in diesem Live, die ist ja klar. Das heißt also, du möchtest dann durch diese Äußerung, die du getroffen hast, deinem Wort mehr Gewicht geben. So ist es richtig, was Kian da gesagt hat. Man versucht dann, eine Sache besser verkaufen zu können, weil man seinem Wort mehr Gewicht gibt, weil man da als Moslem dann spricht. Würde man das einem Christen unterjubeln, da würde ich genau so sagen, ey, labert Schwachsinn. Roy, das ist Schwachsinn. Würde ich gefragt werden, isst du Schweinefleisch und ich sage, ich bin Moslem, damit würde ich ja deiner These oder deiner Frage untermauern, dass ich kein Schweinefleisch esse, weil ich mache. Ey, das ist nicht vergleichbar. Aber ich wurde nur gefragt, ob ich es bin. Ich habe doch nichts gemeint. Also ich mache eine Umfrage und jeder, der in den Kontant denkt, dass ich da was verkaufen wollte, geht zu einem Psychiater. Ich kann es euch nur raten. Nee, aber jetzt mal ohne Spaß, worum geht es hier eigentlich? Zum Beispiel, Leute, guck mal heute. Meine Neffe war gestern mit Arafat Leif. Und wir haben gesehen einen Tannenbaum und haben zu meiner Neffe gesagt, du bist keine Muslim. Was haben das mit Muslimen zu tun? Wir leben in Deutschland. Das ist deutsche Kultur. Wir haben uns hier angepasst. Natürlich, wir machen einen Weihnachtsbaum dahin. Ist doch schön, wenn ihr meinen Vorgarten seht, das Einzige in der deutschen Umgebung, der hier komplett von A bis Z mit Lichtern untermalt ist. Ich würde gerne die Kamera anmachen, aber ich bin jetzt zu voll rauszugehen. Was hat es denn damit zu tun? Kann doch jeder machen, was der will. Aber Kian sagt ja, ich bin... Kian, der trichtert euch dieses Denken ein. Er sagt, wenn ihr Moslem hört, dann müsst ihr direkt denken, dass der Typ vor euch lügt. Und dieses Wort Takiyah, das habt ihr so schön einintegriert in die deutsche Sprache. Ich lache mich tot. Ich lache mich da brett kaputt, dass Leute älteren, also ältere Leute... Kian, möchtest du was dazu sagen? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das Wort Takiyah kommt in... Ich reg mich nicht auf. ...Sure 3, Vers 28 vor. Ich weiß gar nicht, warum er... Ich reg mich doch nicht auf. ...ziehen wir uns das Wort Takiyah aus der Nase. Ja, aber wenn man Fakten spricht, die man einfach nicht... Pass auf, Mambo, ich versuche es dir nochmal anders zu erklären. Bitte unterbrech nicht. Wenn man Fakten spricht in einigen Lives, dann fangen die Leute an, Takiyah, Takiyah zu schreiben. Ich lache mich tot, das habt ihr so gut gemacht. Und jetzt lass das Wort Takiyah mal weg, Mambo. Pass mal auf. Als du diesen Live betreten hast, kannst du... Ich würde ganz gerne auch gleich Serbien mal hören. Wir reden die ganze Zeit nur Mambo und Roy. Vielleicht gleich Serbien. Mach das jetzt noch zu Ende, Roy. Aber danach würde ich ganz gerne Serbien mal hören. Ja, könnte gerne machen. Du kannst ihn auch gleich mit ins Gespräch nehmen. Ja, Serbien, bitte. Schönen guten Abend erstmal. Guten Abend. Guten Abend. Inshallahum an alle. Es geht erstmal darum, aber ich muss den Kian echt auch recht geben. Wenn du sagst, du bist Muslim, positionierst du dich ja auch damit. Zum Beispiel, es gibt welche, die sagen auch nicht, dass sie Christen sind, obwohl sie sie nicht sind. Verstehst du, was mein Beruf ich hinaus will? Das ist aber Leugnung. Positionierst du dich da schon mit der Religion dann noch. Weil wenn du sagst, dass du Muslim bist, musst du ja irgendwo praktizieren oder nicht, was die meisten ja nicht machen, was ich dazu sagen muss. Die sich auch, also sowas nenne ich einfach Hobbymuslime. Und diese ganze Thematik habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum ich auch gestritten habe oder sowas. Deswegen würde ich da gerne noch mehr reinhören. Du bist aber, du bist höchstwahrscheinlich orthodoxer Christ, oder? Ich bin so Christ, ja. Aber Konfession orthodox, richtig, ja. Ja. Aber warum hast du dich jetzt positioniert? Warum willst du mir dein Glauben verkaufen? Ich habe meinen Glauben ja nicht verkauft. Doch, 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 Mann. Du hast doch gerade gesagt, du bist Christ und deine Konfession ist orthodox. Warum willst du mir dein Glauben verkaufen? Man kann es jetzt so oder so sehen, ne? Ja, ja, aber das wird mir doch gerade auch unterstellt. Verstehst du, was ich meine? Brate. Nee, Mambo, du kapierst das immer noch nicht. Ich probiere es nochmal. Pass auf. Der Live-Film, der ist ja nicht von Serbien. Von daher ist er als Gast zu sehen. Und dann ganz einfach, ich sage mal, in seiner Äußerung da jetzt nicht so relevant, so doof, wie es sich anhören mag. Auch nicht negativ gemeint. Ja, das stimmt schon. Du kommst hier rein, Mambo. Du wurdest eingeladen, ja. Höre zu. Und du siehst Kian. Du siehst Löwenherz. Und du weißt genau, schon nur alleine, wenn du den Live betrittst, worum es hier geht. Das heißt, du weißt genau, alles klar, die quackeln hier über den Islam. So. Nun stellst du eine Anfrage oder wirst eingeladen, je nachdem, auf jeden Fall am Ende entschieden, hier reinzugehen, hast du dich. Das ist deine Entscheidung gewesen. So. Dann sag, wirst du gefragt, was du bist. Und du antwortest mit, ich bin Moslem. So. Das heißt, in der Thematik, da, wo es hier drum geht, gerade auch wenn man sich mit Kian unterhält, weißt du sofort, alles klar, der redet da und da drüber. Ich positioniere mich, also in dem Sinne, wenn du sagst, ich bin Moslem, auf eine ganz andere Art und Weise. Nur kurz. Das heißt also, du hast da auf jeden Fall versucht, deinen Worten, die danach folgen, mehr Gewicht zu geben, sie zu untermauern mit der Aussage, ich bin Moslem. Erstens, ja, das kann sein, dass ich mir gedacht habe, worum es in diesem Live geht, ich möchte das nicht verneinen. Der Live wurde aber... Leute, alle, die hier drin sind, macht das Team jetzt weg, das kostet nur ein Coin. Also Leute, gebt Vollgas, macht das Team jetzt weg. Der Live wurde neu gestartet, das hatte kein Thema und ich wurde eingeladen, wie du bereits festgestellt hast. Oben neben meinem Namen, das orangene Herz, draufklicken, ein Coin. Und deswegen macht auch diese weitere Diskussion, ob ich jetzt das verkaufen wollte oder nicht verkaufen wollte, hat keinen Sinn. Weil wenn ich sage nein und du sagst, ja, das führt doch zu nichts, Roy, das kannst du dir doch auch denken, oder? Kian hat einfach eine sinnlose... Nein, ich glaube, du hängst dich an dem Wort verkaufen zu sehr auf. Das ist das eigentliche Problem. Es geht darum, wenn du dich als Moslem in so einem Live, gerade wo Kian anwesend ist, bewegst, weißt du um die Thematik. Wenn du dann dich als Moslem da outest, dann geht es darum, dass du deinem Wort mehr Gewicht geben möchtest und natürlich dann auch in der Thematik, ich denke jetzt mal nicht, dass du dann Kian oder Löwenherz Meinung teilst, sondern die Gegenstimme darstellst und dafür dann mit deiner klaren Äußerung, ich bin Moslem, dafür sorgst, dass man von außen deinem Wort mehr Gewicht gibt, weil du ja ein Moslem bist. Das jetzt, guck mal, das verstehe ich. Ich würde es eher verstehen mit dem Wort positionieren. Hast du wahrscheinlich auch erwähnt, aber ich habe es vielleicht misshört. Natürlich würde ich mich in so einem Live positionieren, aber Kian ging es nicht um meine Positionierung allgemein, sondern ich glaube, Kian ging es darum, nicht du antwortest bitte nicht für Kian. Also erzähl weiter, Mambuch. Wo war ich stehen geblieben? Es ging darum, dass ich, du hast recht, dass wenn ich in ein Live komme und ich werde gefragt, was ich bin, dann habe ich mich klar und deutlich für eine Position positioniert, was ich bin und wahrscheinlich die Gegenstimme, aber darum geht es Kian in seiner Aussage nicht, sondern darum, dass wir immer den Islam verkaufen wollen. Aber ich will den doch nicht anderen verkaufen. Wenn jemand den annehmen will, soll er annehmen. Wenn nicht, was juckt es mich? So, Kian, bitte. Ja, also wer sich den Islam zur Identität macht, der räumt dem Islam sozusagen eine Priorität ein, vor seiner kulturellen Identität oder vor seiner nationalen Identität. Wer ausdrücklich sagt, dass er Muslim ist, der möchte, dass Leute zur Kenntnis nehmen, dass er Muslim ist. Und von da ab setzt er dann sozusagen die Instrumente an, wo er dann als Verkäufer auftritt. Ja, dann fragt mich doch was über den Islam und dann fängt das an. So wie ich als Ex-Muslim auch ein Verkäufer bin, denn ich will sie auch dazu anregen, über den Islam zu denken und eventuell zu einem Punkt zu kommen, an dem sie sagen, oh, das ist die Religion. Ja, aber sie sind Verkäufer und sie tun das auf eine sehr subtile Art und Weise. Bist du Christ? Das merken die Leute auch gar nicht. Bist du gläubig oder gar nicht gläubig? Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Würdest du einem Roy, ich will das nicht droppen, ich droppe das einfach über Serbien, weil von ihm wissen wir, dass er Christ ist. Würde Serbien sagen, er ist Christ, würdest du ihm das schlecht anreden, dass er wahrscheinlich sagt, ja, der Glaube ist mir wichtiger als mein Christ. Weißt du, selbst wenn alle Christen das sagen, weil sie jemanden bekehren wollen, es bleibt höchstens dabei, dass sie versuchen dir zu sagen, komm zum Christentum, Jesus liebt dich. Das ist das maximalste, was du von einem Christen hören wirst. Ja, aber wenn du einem Muslim begegnest, dann schiebt er seine Dawa-Masche ein und dann will er dich einfangen in seine Oma, in seine Gemeinschaft, ja, und dann programmiert er dich um. Schau dir mal die Konvertiten an, die zum Islam kommen. Und was ist, wenn ein Muslim sagt, was ist, wenn ein Muslim sagt, was ist, wenn er wie die meisten Muslime, ich weiß nicht, wie, nur kurz, ich will das gar nicht jetzt wieder zur Frage stellen, wenn ich da lieber lächerlich mache, wie alt bist du? Das spielt überhaupt keine Rolle. Nein, damit die Generation weiß, weil in meiner Generation und in jüngeren Generationen, da gibt es keine, die sagen, hey, wir versuchen die jetzt heimlich, weil du stellst es als heimlich dar, in den Islam zu bringen. Wenn das überhaupt dazu vorkommt, dann sagt einer, weißt du was, hier ist der Koran, lies ihn, wenn es dir passt, dann passt es, wenn es nicht, dann nicht. Da gibt es nicht, wovon du redest, ist nur Meinungsmache, das ist nichts anderes, du machst nur Meinungsmache. Falsch, Mambo, Mambo, falsch. Guck mal, es geht alleine schon darum, dass man da, wenn man das darstellt, sagt, meins ist besser als deins. Da geht das schon los. Da geht es schon los, wo man etwas verkauft. Gibt es doch in jedem Glauben, jeder, guck mal, ich war in christlichen Lais und jeder Christ hat gesagt, ihr seid verloren, ob du jetzt Buddhist bist oder nicht. Und das ist indirekt, nein, nur kurz, nur kurz, bitte. Das ist doch indirekt, meins ist besser als deins. Ja, aber hier ist kein christlicher Chat, Mambo, wir sind nie, wir vertreten nicht, dass die Wahrheit, es geht doch um die Wahrheit, oder nicht? Er sagt, es eine, stellt sie, ihr sagt, ihr stellt euch besser hin als wir, aber das Kian, Kian, erklär ihm mal bitte, Kian, erklär ihm mal bitte, dass wir hier nicht für das Christentum sprechen. Es geht nicht darum. Niemand spricht hier für das Christentum, niemand, überhaupt. Aber von den Christen geht keine Gefahr aus, es geht keine Gefahr aus. Das europäische Christentum ist gezähmt, ist harmlos und wenn die Christen untereinander, wir, weißt du, das ist ja das Problem bei diesen Religioten oder Religioten, sie wollen sich gegenseitig immer die Seelen abluxen. Der Muslim will den Christen zum Islam ziehen, der Christ möchte, dass der Muslim zum Zeug zu Jesus findet. Das ist diese Seelenabluxerei unter denen. Das ist ein nettes und lustiges Spiel unter diesen ganzen monotheistischen Anhängern. Aber beim Islam, da gibt es diese, die Christen lassen andere Menschen, die in ihrem Leben. Wie bitte, ich habe es nicht gehört. Der Islam ist so lange, ist nur dann tolerant, wenn er merkt, dass er noch nicht die Power hat. Aber wenn er die Power hat, und dann schaut euch einfach mal die islamischen Gesellschaften der 70er und 80er Jahre an. Das waren alles säkulare Gesellschaften. Ja, die hatten ihre Diktatoren, aber die hatten säkulare Systeme. Und dann haben die islamischen Bewegungen übernommen. Und was ist dann passiert? Dann haben alle darunter gelitten. Die Christen und die Nicht-Christen, die Nicht-Muslime und sogar die Muslime. Das ist alles nur ein Spiel. Fashion, Meshen, Isan Bayan, all diese Marionetten, die bei uns hier in Deutschland herumlaufen. Sie sind die Verkäufer. Und sie sind nur so lange nett und benutzen die Plattform, die wir ihnen bieten, bis sie die Mehrheit haben. Und dann ändern sie ihre Strategie. Hast du mal ausgerechnet. Mohammed hat Medina eingenommen und dann hat er aufgehört, mit den Mekkanern zu sprechen. In Mekkaner, 13 Jahre lang, hat er gesagt, oh, kommt ihr bald zu einem Wort, das uns gleich ist, dass wir nur einen Gott verehren und so weiter. Aber als er aus Medina zurückgekommen ist und eine Stadt übernommen hat, da hieß es dann plötzlich, bekämpft sie, bis sie bekennen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das ist die Strategie. Soft, wenn sie in der Minderheit sind und die Stärke nicht haben. Und dann werden sie extremistisch. Guck mal, du kommst aber jetzt mit Weiß. Und dann löschen sie alle sich herum. Kian, ich würde ganz gerne noch mal hören, was ich immer ganz, ganz lustig fand. So was hältst du von Mekka und dem schwarzen Stein. Erzähl mal, das fand ich immer ganz witzig. Können wir erst mal darauf eingehen, was er gesagt hat, bevor wir ein neues Thema öffnen? Ich bin der Host, ich höre, dass ganz gerne von Kian wissen, was er von Mekka und dem schwarzen Stein hält. Ja, sie behaupten, dass er hier, dass ein Stück Komet, ja. Und das sieht aus wie die Vagina von einer Frau, ja. Welche Farbe? Nein, das stimmt nicht. Welche Farbe hatte der Stein, als er auf die Erde kam? Ich weiß nicht. Ja, dann bist du kein Moslem, wenn du es nicht. Ach, Quatsch, lass mich in Ruhe jetzt mit diesen Farben. Ich rede davon, von dem Metall, was man an die Ecke da gesetzt hat und wo man dann mit seinen Kopf reinstecken kann. Ich rede von dieser Metallverkleidung, die aussieht wie die Vagina von einer Frau. Ja, und warum ist es jetzt nennenswert? Kannst du das erklären? Ja, ich meine, guck dir mal Minaret an, ja, dann diese Form dort. Ja, schau dir das mal alles an. Ja, eine extrem sexualisierte Religion. Weil das aussieht wie eine Vagina, weil du es dir so vorstellst, ist die Religion sexualisiert. Natürlich, der Islam ist ein... Wisst ihr, was lustig ist? Wisst ihr, was richtig lustig ist? Kian erklärt gerade was und Löwenherz hat die Frage gestellt. Kian setzt es in einen Vergleich, was man durchaus vom optischen Eindruck her so sehen könnte. Also ist ein Kirchturm auch wie ein Penis, oder was? Warte mal ganz kurz. Das ist mir doch egal, wie du den Kirchturm bist. Das ist eben der springende Punkt. Mir ist das egal. Ja, das zeigt deine ohne kranke sexuelle Fantasie. Mehr zeigt das ja nicht. Sibum, warte doch mal ganz kurz. Du kannst doch nachher zwischenquatschen. So, in der Form sieht es ganz einfach so aus, dass Kian einen Vergleich setzt. Diesen Vergleich auf eine Frage, die Löwenherz gestellt hat. Löwenherz sagte gleich, ich finde das lustig, deswegen möchte ich es gerne nochmal hören. So, man könnte natürlich, egal wie es da zu sehen ist, aus muslimischer Sicht, sondern aus Kians Sicht könnte man es so sagen, für ihn ist das schon ziemlich lustig. Der Kirchturm sieht aus wie die Vagina einer Frau und die stecken ihren Kopf mit rein. So, ich würde jetzt auch darüber lachen, wenn jemand anderes sagt, guck mal, der Kirchturm sieht aus wie ein Peniskopf, würde ich auch darüber lachen, wenn es dann an dem ist. So, aber ihr geht sofort, sofort in die Verteidigungsstellung. Sofort. Ja, aber das ist ein Beispiel, wenn ich sage, dass deine Glatze auch wie eine Eichel aussieht, Roy. Was sollst du dann davon halten? Das ist mir doch egal, wie du meinen Kopf schließt, dann will ich hoffen, dass du ihn nicht streicheln willst. Doch, ab und zu schon. Nicht, dass ich aus dem Kopf heraus ejakuliere. Was bringt es denn der Diskussion bei? Das war doch einfach nur eine reine Provokation von Kian, Mann. Wieso? Es ist eine sichere Dinge. Das liegt ja gar nichts hinzu. Das ist eine Provokation und ihr beide seid da reingefallen drauf. Das ist halt was der Roy gerade meint. Lass doch Kian mal antworten. Kian, war es eine Provokation? Kannst du darauf antworten? Von Löwen her. Nein, der Islam ist eine von Männern geschaffene Religion für Männer. Und die Männer können sich im Islam ordentlich austoben. Sie können vier Frauen heiraten, sie können so viele Sexsklavinnen nehmen, wie sie wollen. Sie können bei den Sunniten die Messia-Ehe machen, die Zeitehe, wo sie Frauen auf fünf Minuten... Ich glaube, man wollte einfach nur verhindern, dass die Christen die Frauen verbrennen. Man hat sie lieber angeheizt. Sie können ihre Frauen zu Sex zwingen und wenn die Frauen nicht gehorchen, dann redet ihnen Onkel Allah dann bis zum Morgengrauen in schlechtes Gewissen ein und die Engel verfluchen sie. Also kriegt die Frau wieder ins Bett zurück. Es ist in der Tat eine sexualisierte Religion. Was erzähle ich denn da? Das ist doch kein Müge. Das kann doch jeder... Die ganzen Füße, die haben ja auch was dann falsch sexualisiert. Kann das sein, wenn du schon sowas erwähnst? Ja. Die stehen doch auch für den... Guck mal, ich kann es verstehen, wenn du jetzt mit der Aussage kommst, dass die Christen... ...sahabion auf der Straße, sieht eine Frau an sich vorbeilaufen, springt auf, ohne seinen Anhängern was zu sagen, kommt nach einer kurzen Zeit wieder, hat nasse Haare und erzählt dann seinen Anhängern, Oh, ich habe eine Frau gesehen, die an mir vorbeigelaufen ist, wurde geil, bin nach Hause gelaufen, habe mit meiner Frau geschlafen und das ist die große Nachricht, die ich euch geben kann. Wenn ihr eine Frau seht und ihr seid angemacht, dann rennt nach Hause und... Ja, aber jetzt hast du einfach mit einer Gegenargumentation auf das, was ich gesagt habe, geantwortet. Das ist einfach Whataboutism, mein Freund. Ja, es ist nicht Whataboutism, sondern es ist die klare und deutliche Antwort, was der Islam aus Muslimen macht. Ja, das ist Whataboutism. Deswegen, ihr Muslime, ihr habt dann deswegen auch diese Fäkalsprache. Deswegen habt ihr auch das, ich eff deine Mutter oder ich eff deine Schwester. Nein, 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 das ist... Ja, guck mal, guck mal, guck mal, ich möchte nur was sagen, Finanz. Ich rede nie so. Raff dich doch mal, ich bin doch ganz nett. Du redest mit ihr, euch, eurer Fäkalsprache. Nein, lass mich da ausreden. Du hast gar keine Diskussionskulturen. Was ist dein Bildungsabschluss? Wer hat uns diese Fäkalsprache geschenkt? Was ist dein Bildungsabschluss? Stimmt, das würde ich auch gerne mal wissen. Was hast du denn studiert? Die Araber haben Fäkalsprache? Was hast du denn studiert? Das ist mal interessant zu wissen, welchen Bildungsstand du hast. Mein Bildungsstand ist Kotzologie. Weil ich mich jedes Mal übergeben muss, wenn ich vom Islam spreche. Du hast es nicht weitergebracht, als ein Dönerverkäufer zu sein. Ich habe es leider nicht weitergebracht, als ein Dönerverkäufer. Du bist ja Islamhasser, das ist auch ganz gut. Und du redest von Bildung, Niveau und Sprache bei anderen Menschen. Genau. Aber ihr seid gerade dabei, ihr könnt damit nicht umgehen. Und ihr seid gerade dabei, Kian, obwohl er euch nicht irgendwie beleidigt hat. Sogar sich vernünftig aufgedrückt hat. Hat ihr wieder gleich versucht, ihn zu deformieren? Schau mal. Dann versucht man ihn da zu deklarieren, was für einen Bildungsabschluss hast du eigentlich. Und das ist das, was ihr nicht verstehen wollt. Du machst einfach Takia. Weißt du, warum du Takia machst? Weil er hat mich in diese, in Anführungszeichen, Fäkalsprache mit einbegriffen. Ich habe keine Fäkalsprache. Nein, du hast dich selbst mit, Mambo, du hast dich selbst mit reingenommen. Er hat niemals gesagt, Mambo. Er hat gesagt, ihr, er redet von dem Islam. Er redet von dem Islam. Er hat nicht einmal dich als Person getitelt. Wenn du diese Ansage zu dir nimmst. Aber das kann ich ganz kurz einwerfen hier, weil ich will gleich schlafen gehen. Genau, ich wollte von vorhin sagen, Mambo, du hast recht. Allerdings, das Ding ist, schau mal darauf, wie du defensiv reagierst, zeigt dir, dass du dich darin angesprochen fühlst. Und was Kian vorhin meinte, ich muss da mit ihm, bin ich nicht ganz seiner Meinung, weil ich finde, dass du nicht genauso bist, wie der Typ, der hier rumgekommen ist und F, deine Mutter und so gesagt hat. Ich glaube, dass du ein bisschen sehr viel gefährlicher bist, weil du sehr kultiviert dich ausdrückst und sehr gebildet bist wahrscheinlich. Und dass du einfach dich auf dumm stellst. Ich glaube nicht, ich habe dir jetzt seit einer halben Stunde oder so zugehört. Ich glaube, dass du es sehr gut schaffst, dir fünf Leute auf Zack zu halten und den ganzen Chat dazu und das Thema einfach aufzuhalten und dich in irgendwelchen Klammern zu verrennen. Schau mal, wie heißt du oder willst du das nicht droppen, weil ich kann das nicht lesen? Kannst du Leon sagen. Leon, okay, Leon. Erstens, es trifft mich nicht, weil was jemand auf TikTok zu mir sagt, kann mich gar nicht treffen, weil diese Person kennt mich nicht mal. Es geht nur darum, die Denkensweise, die Kian auf die Köpfe von diesen 260 Leuten überträgt, weil ich finde auch nicht, dass hier jede so schlau sein kann und das zu durchschauen, was Kian da versucht zu machen. Das Ding, was Kian, okay, pass auf, pass auf, vielleicht bin ich nicht immer mit Kians Rhetorik einer Meinung, aber was er versucht hier zu machen und das unterstütze ich hundertprozentig, ist Awareness, weißt du, er will versuchen, dass die Leute aufwachen und das sehen, dass Islam, dass da eine Parallelgesellschaft in Deutschland existiert und die gefährden. Leon, bist du Israeli? Ja. Okay. Diese Menschen wie Kian haben es dazu gebracht, dass irgendwann mal sechs Millionen Juden hier umgebracht worden sind. Das ist ein Volksverhetzer vom Herren und genauso hat man das damals mit den Juden gemacht und ich leide selber, jedes Mal, wenn ich diese Dokumentarfilme sehe und so, extrem mit den Dingen, was damals passiert und wie das so gekauft ist. Ey, Sibum, Alter, das kannst du so nicht bringen, überleg mal, was du sagst. Nein, nein, du stellst es falsch dar, weil Kian ist sehr für Liberalismus, okay? Und er ist gegen islamisierte Gesellschaften. Schau mal, er hat eben gerade über Mongolen abgelästert, er hat eben über Mongolen abgelästert, sie als Wasserköpfe dargestellt. Vorhin hat er auch degradiert, er hat gesagt, das verdienen die, das bekommen, rechtmäßig werden die dort Boltern besagt. Ja, genau, jetzt. Entschuldigung, ich möchte nur eine Sache sagen. Löwenherz, Löwenherz, Entschuldigung, was habe ich dir gesagt, als dein Stream beendet wurde von TikTok über diese Sachen mit Mongolei und so? Ja, das, ach so, ja, 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 okay, ja. Was habe ich da gesagt, kannst du das wiederholen? Sag's doch, ich weiß nicht mehr den exakten Wortlaut. Naja, ich habe gesagt, ich habe, ich habe mich einfach über, ich wollte sie einfach triggern. Ja, gut, das ist ja auch eine Art von Volksverhältnissen, ich habe das auch alles aufgenommen. Wenn ich antisemitische Aussagen mache. Scheißegal, Sibu, du bist schon längst auf der Liste von guten, rechten, konservativen Bürgern. Wir beobachten Leute wie dich. Du bist ein Dawaist, du bist jemand, der diese Gesellschaft islamisiert. Sibu, wir haben dich im Blick. Ja, okay, oh, jetzt habe ich Angst, nicht, dass du mich mit deinem Dönerwagen jagst. Es wird sehr warm für euch Muslime in der nächsten Zeit. Genau, und das ist noch so eine Taktik, nämlich immer ausweichen, Witze reißen und immer ablenken vom eigentlichen Thema, damit man ja nicht mit Fakten argumentieren braucht. Das ist sehr, sehr viel. Also ich betrachte das jetzt als Drohung. Sibu, ich weiß nicht, was du, Sibu, ich weiß tatsächlich nicht, was du für einen Bildungsabschluss hast, aber wenn man sagt, für die Muslime, im Gegensatz zum Kian kann ich das sagen. Äh, wenn du sagst, wenn man sagt, für die Muslime wird es warm in nächster Zeit, wo ist das eine Drohung? Hast du einen Lattenschuss? Nein, nein, der hat ja gesagt, dass die Rechten mich beobachten. Ja, aber es ist jetzt schlimmer. So, ja, kann ich mich nicht mehr sicher fühlen in meinem Zuhause. Ja, natürlich würde ich leider psychische Störungen haben wegen Kian. Ich habe eine Frage an Kian, weil du sagst, was ich. Also kann ich laut dir, um die Leute zu triggern, antisemitische Aussagen treffen? Also Kian, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fühle mich hier wie im Zirkus. Kann ich das machen, Kian? Junge, ich. Kian als Clown einmal. Schau mal, Antisemitische nur im Triggerpunkt der Rechtenaussagen treffen. Hate speech ist free speech. Mach, was du willst. Es ist mir völlig egal. Aber ist es moralisch nicht verwerfen? Meine Haut ist so dick, dass ich alles ertragen kann. Sag, was du möchtest. Nein, ich sage ja nichts zu dir. Ja, auch generell, mach, was du willst. Mach, was du willst. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder so viel Unsinn erzählen soll, wie er erzählen soll. Warum weichst du aber aus, Junge? Ich weiche nicht aus, ich habe dir die Antwort gegeben. Nein, ich frage dich aus, ob es richtig ist. Es spielt keine Rolle, ob es richtig ist. Nein, ich frage dich, ich weiche doch nicht aus. Ich gebe dir das Recht, zu sagen, was du willst. Nein, das Recht habe ich, zu machen, was ich will. Aber ich frage dich, ob es moralisch verwerflich ist oder nicht. Es ist völlig egal. Es ist völlig egal. Sprache führt nicht zu Gewalt. Doch, natürlich. Wenn du Worte dazu nimmst, um Gewalt zu machen, dann bist du ein schwacher Mensch. Wir hatten so welche wie dich. Vor 1933 gab es so welche. Wir haben gehetzt gegen eine Religionsgruppe und dann ist das eskaliert. Und du bist einer von diesen Schlagmensch. Woher kommt denn hier Hassprediger? Kommt das hier von... Anscheinend aus dem Iran. Anscheinend aus dem Iran. Vielleicht habt ihr eine Brutstätte dafür. Entschuldigung, ich habe mal eine Frage an Leon und Roy. Und zwar, Leon, du meintest gerade, dass er sehr liberal ist. Aber davor im Live habe ich ihn gefragt, ob er das dann gut findet mit den Alguren in China. Und er meinte, ja, findet es gut. Denn es ist der einzige Weg, den Koran aus deren Köpfen zu entfernen. Ich glaube, du weißt ja, was mit den Alguren passiert. Ist es immer noch so liberal und schön, was er gesagt hat? Dass da die in einem KZ sind und gezwungen werden, die Religion abzulegen? Nee, okay, kann ich dir darauf antworten. Ich finde das absolut nicht so genial. Da stimme ich ihm nicht überein. Auch meine Meinung zu USA ist eine ganz andere als die von Kian. Aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein, wenn es zu den Themen kommt. Ja, aber was ist da ein Liberaler? Es geht nicht darum, ob du eine Meinung geht. Okay, kann ich das nochmal? Es ist Menschenverhalten. Jemand zuerst so denken. Okay, demokratisch anstatt liberal. Wenn ich sage, töte jeden Juden, ist das dann eine andere Meinung? Oder bin ich einfach ein Bastard dann? Sag mal bitte. Ja, das ist nicht nur eine andere Meinung. Das ist sogar in Deutschland verboten, so etwas zu sagen. Ja, aber es geht nicht. Es ist okay mit den Alguren, dass sie da gequält werden und deren Glaube den, wie heißt es, nicht gezwungen wird, sondern genau das Gegenteil, dass sie den ablegen. Ausgeschlagen. Ja, das habe ich gerade gesagt. Nein, finde ich absolut nicht okay, dass sie es machen. Und warum hält man die Füße still? Warum haltet ihr dann die Füße still, wenn Roy sagt nichts? Na schau mal, du fragst mich, ob es verboten ist, ja? Du fragst mich, guck mal, in China, da ist verboten, was der Präsident von China sagt, das verboten ist. Die reden über Deutsch, das ist Volksverhetzung. So läuft es dann nämlich auch. Klar ist das Volksverhetzung. Natürlich ist das Volksverhetzung. Aber da halten die Leute die Füße still, weil die wissen, der hat gerade was Falsches gesagt. Das Einzige ist, warum Leon zu ihm hält, ist die israelische Flagge da. Ja, wirklich. Das ist so traurig. Dass er Menschen verachtet ist, stört dich weniger. Ich war gestern mit ihm live für drei Stunden und er ist sehr gebildet, wenn es zum Schlagen kommt. Er weiß sehr, sehr viel, was ich noch nie gehört habe. Ja, guck, du redest nur über den Schlamm. Er weiß gar nichts. Er erzählt so viel Unsinn hier drin, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und du fällst auch noch darauf rein, obwohl damals die Deutschen auf dieselbe Scheiße reingefallen sind. Siebum, er erzählt Unsinn, aber du bist ein Universitätsprofessor, wissen wir ja. Das hast du auch nicht gedacht, das habe ich nie behauptet. Leon, er meinte, es ist gut, dass die Uiguren dort vergewaltt etc. werden. Wie kannst du das überhaupt noch verteilen? Habe ich nicht gehört, kann ich nichts zu sagen. Und Nukuls, Nukuls, wie kann ich nichts zu sagen. Habe ich nicht gehört, dass er es gesagt hat. Doch, klar hat er das gesagt. Leute, warte mal, wir reden, Leute, warte mal, wir reden ja jetzt alle über mich. Also erst einmal, China sieht, dass unter den Uiguren immer stärkere separatistische Bestrebungen existieren. Und es gibt unzählige Videos auf YouTube, wo man sehen kann, wie Uiguren in der Provinz Xinjiang Terroranschläge gegen chinesische Truppen verüben. Und wir werden inspiriert und verführt von Saudi-Arabien und vor allem von der islamischen Welt. Und es sind unheimlich viele Uiguren auch nach Syrien. Wie aufgeklärt. Wie aufgeklärt, Leon. Nach Syrien in Irak gegangen und sie haben dort mit dem IS mitgekämpft. Wenn die Chinesen, was tun sie denn? Die Chinesen stecken die Uiguren da in Camps und geben denen die Mao-Fibel und sagen, die lest ihr jetzt von morgens bis abends, bis ihr euch wieder besinnt, dass ihr Menschen seid. Das glaubst aber auch nur du. So, dann werden sie was tun. Aber Kian, da sagt die internationale Gemeinschaft, um Quillen und Vergewaltigungen gebrochen. Haltet doch mal die Backen, ihr habt jetzt alle abgelästert. Jetzt lasst Kian doch mal aussprechen. Genau. So, da wird keiner umgebracht. Da wird niemand, die werden da umerzogen zu Menschen, nachdem sie eine menschenfeindlichere Idee angenommen haben, nämlich eine, diese Dschihadi-Ideologie, diese Dschihadismus. Wie viel Menschenhass muss man in sich tragen, um so eine Scheiße abzulassen? Das ist das, was die Chinesen machen. Kian, ich wünsche dir wirklich die Hölle, dass du nichts anderes verdienst. Wenn die Menschen auslöschen würden, dann fände ich das schrecklich. Aber sie erzielen die Leute um zum Menschen. Die kommen raus und haben dann diese Dschihadi-Ideologie nicht mehr. Und das ist korrekt. Schau mal, Kian. Das müssen wir hier auch im Deutschland machen. Der Islam, der Islam. Dann nehmen wir hier... Zibum, das müssen sie mit dir machen. So, was, hast du das gehört? In Deutschland mit dir machen, Zibum. Ja, der Kian hat ja keine Ahnung. Ich bin ja total gemäßigter Mensch. Ich habe eine deutsche Frau. Ich habe deutsch-türkische Kinder. Was ist das denn? Erzählt. Der hat sich irgendwas da eingebildet, wer ich sein müsste für ihn, der so denkt. Aber Erziehung hast du einfach nur einen Menschenfreund. Du unterbrichst die ganze Zeit. Ich habe mich verstanden von dem, was Kian sagen wollte. Roy, warum sagst du denn nicht deine Meinung dazu, was er über die Eugurung gesagt hat? Wenn es um ihn beschützen geht, bist du immer voll dabei. Aber wenn ich dir die Frage gestellt habe, was du davon hältst, antwortest du nicht. Warum? Weil ich noch nicht mal zu Kians Aussage gekommen bin. Ich habe nichts verstanden, weil ich das ständig unterbrochen habe. Dann hast du jetzt die Chance. Du hast jetzt die Chance, dich darüber zu holen. Aber erst mal stopp, stopp. Ihr leitet das Leibnis. So, frohe Weihnachten. Nein, ich bin jetzt dran. Ich bin jetzt dran, ruhig keinen. Schönen. Guten Abend. Also, tatsächlich ist es so, erstens, Roy muss Kian nicht verteidigen. Kian kann sich selbst verteidigen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, Kian kann sagen, was er will. Und natürlich kann er sagen, was er will. Wer seid ihr denn, das ihm verbietet, was er sagen kann? Weil Leute, die Schwachsinn reden, andere Leute in den Dreck ziehen und Genozide, Vergewaltigung und sowas belustigen. Ich finde kein Genozid in der Unruhen-Provinz. Das ist kein Genozid. Lass mich aussprechen jetzt. Das ist kein Genozid. Lass mich mal Ahnung, in Palästina passiert ein Genozid noch in der Unruhen-Provinz. In Kian, ja. Genau. Wenn man gläubig ist, so egal welchen Glauben, oder nehmen wir den muslimischen Glauben, man racht aber, geht aber in Shisha-Barsen und so weiter, lebt aber den Glauben friedlich aus. Wie seht ihr das dann? Oder man braucht deine Sicht dann. Ja. Hallo, Roy. Kannst du das nochmal bitte? Ich schwöre, ich habe gerade einen... Er sagt, er sagt diese, er sagt sozusagen die Hobby-Moslems. Ja, und ich finde, dass wir in einer semantischen Sache nehmen, die nicht als richtige Moslems. Weißt du, für ihn sind das nicht so... Ja, leider hat Kian da auch gar keine Berechtigung oder so, das kann seine Meinung sein. Ich habe jede Berechtigung der Welt, dass ich das sagen kann. Na, du kannst es sagen. Jetzt darf ich mal kurz was sagen, ich bin der Neue, vor Weihnachten, alles schön und gut, ne? Sivum, warum wünschst du keine frohe Weihnachten, was soll das? Habe ich doch, frohe Weihnachten. Sivum, Weihnachten, Löwe. Ja, so, mir hat ja auch keiner zum Geburtstag faturiert. Jetzt hört mal zu, ich bin ein deutsch-Russe, jetzt stell mal vor, ich bin mehr deutsch wie Russe, ne? Und wir würden genau das in Israel genau selbe machen. Gehen hin und tun unsere Leute in Infratrieren und sagen, ihr bekommt Berlin, ihr bekommt, sagen wir mal, Saarland und den Rest bombardieren weg. Jetzt, das wäre jetzt ein krasser Vorschlag. Jetzt wäre das ein krasser Vorschlag. Aber wir sind mehr deutsch, aber wir sind mehr deutsch als alle anderen. Ich habe mich jetzt irgendwie nicht verstanden. Ich habe ein Verblieben, Herr, sorg doch mal für Ordnung, Mann, bitte. Okay, die Räume, das war nur ein Vorschlag. Jetzt stell mal vor, wir hätten das jetzt hingegangen und wären wir... Kein, aber kein, 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 ganz kurz, kein, keiner hat verstanden, was du meinst. Du redest von Russland, Berlin, weggenommen und so, komm doch mal auf den Punkt, sag doch mal, was du sagen willst. Bitte, kein. Aber nur ganz kurz zu meinen, achso, er möchte kurz fertig finden. Wieso ganz kurz? Kein, komm auf den Punkt. Das wäre ein krasser Vorschlag, aber stell dir mal vor, wir hätten das gemacht. Ja, wir wissen nicht, was gemacht. Du hast uns alle verloren. Kein, was willst du denn? Keiner versteht dich. Was, was will ich? Was will ich? Was für eine Position hast du? Keiner versteht dich. Okay, ich kann ein bisschen erklären, was er meinte, Mann. Er hat nur ein Beispiel mit Israel, Palästina gemacht und hat als Beispiel Russland und Deutschland genommen, wenn Russland kommt und sich die Hälfte von Deutschland annektiert und dann den Rest hält. Nein, 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 nein. Nein, der ist jetzt auch raus. Also Leute, ich habe dafür so einen Scheiß jetzt keine Kraft. Ich weiß nicht, ob er jetzt Gorbatschow getrunken hat. Er weiß gar nicht mehr, was er redet. Das ist komplett durcheinander. Aber Kier und Mambo, auf das, dass ihr hinaufholt. Wir müssen auch hier ein bisschen die Herde mal aufdünnen, ausdünnen, weil ich kriege Kopfschmerzen von euch. So, bitte. Ich bin dann gleich wieder weg. Aber die Frage will ich stellen. Es ist doch egal, welchen Glauben man hat, wenn man sich den Glauben selbst auslebt und keiner damit am Sack geht, ist doch alles cool. So, wenn man den Friedrich auslebt. Ob ich jetzt einen Rauch dabei oder Alkohol trinke oder sonst was, das ist doch mein Zeug. Warte, ganz kurz, Mambo. Oder ob ich Sonntag in die Kirche gehe oder nicht gehe. Solange ich da, ja, für mich den Glauben selbst finde, ist das auch egal. Ja, 100% stimme ich dir auch vollkommen zu. Jeder kann in Deutschland machen, was er will. Wir leben in einem freien Land, Gott sei Dank. Aber was ich Kian sagen will, nur kurz. Kian ist aber ein Freund dessen, dass Menschen, die einen Glauben haben, der ihnen nicht passt, den Anspruch an dem Menschsein verloren haben. Und deswegen erstmal in ein Unerziehungscamp müssen, damit sie Menschen werden. Das haben die Deutschen damals schön gemacht mit den Arbeitslagern. Das befürwortet er. Ja, ich würde jetzt kurz zwei Fragen stellen an Kian und dann an dich. Nur kurz, Lisa, bitte. Ja, Lisa, Bro, du siehst doch, dass er noch am Reden ist. Ja, warte doch kurz. Und Kian hat es gerade perfekt nochmal für uns zur Schau gestellt, wie er denkt und dass es für ihn rechtens ist, dass man die anscheinend in Anführungszeichen wieder zu Menschen umerzieht, weil nur weil die einen anderen Glauben haben, sind das keine Menschen mehr. Das ist kein Glaube, das ist ein Todeskult. Also, ja, also Mambo, ganz kurz, ich will da ganz klar stellen, es gibt Moslem, es gibt radikale Moslem in meiner Meinung, okay? Und wenn wir über diese Umerziehung reden, ich finde radikale Moslem, da stimme ich ihm absolut zu. Das sind aber keine Radikale, das sind einfach Muslime. Das sind Eunuren, Bro. Ja, weil es China ist und China gibt einen Scheiß auf Menschen. Wenn es radikale Menschen, wenn ich frage, ich sage es zu dir, wenn es radikale Menschen wären, dann würde man die doch einfach nur in ein Knast bringen, weil die eine Strafe haben. Es gibt ja auch radikale Juden, es gibt auch radikale Christen. Natürlich, natürlich gibt es alles. Es gibt in jeder Gesellschaft, in jeder Glaubensgemeinschaft, in jedem Land gibt es gute und böse Menschen. Ja, Leon, ich finde es aber doch eklig, dass du selber zugest. Aber man kann doch nicht die Leute in ein Umerziehungslager stecken. Warte kurz, be free, was sagst du? Ja, Leon, ich finde es persönlich eklig, dass du gerade selber zugibst, dass es Menschenrechtsverletzungen sind, weil es halt in China ist. Aber wenn er dann so eine Aussage trifft, hast du nicht die Eier, ihn zu kritisieren, weil er auf deiner Meinung steht. Ich habe ihn doch vollen Kredit. Ich habe gesagt, dass wir da nicht einer Meinung sind. Du meinst, das kann ich nichts zu sagen. Habe ich nicht gehört. Okay. Ich habe gesagt, wir sind bei mehreren Themen. Auch bei USA hat er eine ganz andere Meinung. Okay, dürfte ich sagen. So, ich muss dir jetzt mal ein bisschen für Ruhe sorgen, weil ich kriege Kopfschmerzen. Ich kann nichts verstehen. Ihr könnt gleich wieder hoch. Wir machen jetzt erstmal ruhig. Lisa ist jetzt dran. Vielleicht möchte Kian auch noch was sagen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen wieder so, damit wir auch mal verstehen, was die Leute hier sagen. Ganz kurz, der Name ist Lisa. Also es ist einfach nur der Name des Tollwut-Virus. Ich habe mit denen einfach mal aus Spaß gegeben, als ich mit so einem Linken debattiert habe. Ist auch egal. Meine Frage an Kian. Kian ist es doch, oder? Kian ist richtig? Ja. Ja, okay, okay. Siehst du den Islam nicht als Religion an, sondern als politische Ideologie, die die Menschen immer weiter Richtung Extremismus treibt, weil der politische Islam seit keine Ahnung wie langer Zeit nicht mehr reformiert wurde und somit ein barbarischer Kult ist? Also es ist eine Frage. Islam ist keine spirituelle Bewegung. Es ist eine Welteroberungsideologie. Ich traue mich gar nicht, Religion in den Mund zu nehmen. Kennst du die These? Ein despotisches Buch, ein despotischer Prophet. Einer der sich als Propheten, also ein Scharlatan, der sich als Prophet ausgibt. Kennst du den ganz kurz? Der Islam an sich ist eine Eroberungsideologie. Es ist keine spirituelle Religion, die Koexistenz anstrebt oder den Ball flach halten möchte. Der Islam wünscht zu dominieren. Das sagt auch Allah im Koran. Sie wollen das Licht Allahs auslöschen. Allah wünscht sein Licht zu vollenden. Das heißt, ich möchte hier die erste Geige spielen. Und deswegen ist der Islam eine Religion, der immer an der Spitze der Zivilisation sein möchte, um dann die Zivilisation zu zerstören. Und deswegen bin ich gegen jede Maßnahme, die den Islam schwächt und die Muslime schwächt. Ganz natürlich. Ich war ein Teil dieses Clubs. Ich war ein Teil dieser Herrenmenschenideologie. Ich habe auf Juden herabgeschaut, herabwürgt, wie Sibum das macht. Ich habe Christen verachtet. Ich habe Nicht-Muslime verachtet. Ich habe Hindus verachtet. Ich war ein Teil dieser Verachtungsidologie. Da brauchst du ein falscher Mausfrau. Und jeder zweite Muslim da draußen, der sich als bekennender und praktizierender Muslim outet, ist so ein Herrenherr. Okay, warte, warte. Lass mich, bevor ihr dann alle wieder durcheinander redet, noch eine Frage an dich stellen. Weil dann bin ich im Prinzip eigentlich deiner Meinung. Und zwar würde ich gerne noch von dir wissen, kennst du die Aufarbeitung vom Islam oder von allgemein auch so islamischen Dschihadisten von Nomo? Sagst du denen so die vulgäre Analyse? Nochmal, nochmal, nochmal. Kennst du die Aufarbeitung von Islam und von islamischen Dschihadisten, wie zum Beispiel Desodog, also Abutal Al-Almani? Kennst du die vulgäre Analyse Schlomo? Der hat auch einen Podcast namens Die Honigwabe. Kennst du den? Schlomo kenne ich persönlich. Kennst du persönlich? Natürlich, ich habe ihn in Berlin getroffen. Krank. Ich kenne ihn sehr gut. Also wir haben guten Kontakt zueinander. Ich folge dir erstmal. Aber Kian, wenn du sagst, du hast das so extrem gebt, war das nicht deine persönliche Einstellung dann? Nein, das war meine adaptierte islamische Einstellung. Ja, das machst du ja jetzt weiter. Du guckst ja immer noch auf Menschen herab. Was nicht der Koran den Muslimen in den Kopf pflanzt. Also war es nicht der Koran, sondern du selbst. den Muslimen aufdrängt. Aber du guckst doch heute noch auf Menschen herab. Also das heißt, es ist ja eigentlich deine kranke Ideologie. Das war nicht der Islam. Das war einfach deine Persönlichkeit. Du hast andere herabgeschaut, wo du noch Moslem warst. Ja, war es wirklich. Und heute machst du es immer noch. Das zeigt ja, wie krank du eigentlich bist. Ihr seid, ihr schaut mal, ihr wisst, ihr wisst ihr, was ihr tut? Eine Frage stellen. Stotter, stotter, stotter. Ja, mach weiter. Weißt du, ihr könnt den Muslimen da draußen, ihr könnt eure schokoladenüberzogene Islamversion gut verkaufen. Aber wenn ihr an Ex-Muslime kommt, dann ist das so, als würdet ihr versuchen, Eis an Eskimos zu verkaufen. Verstehst du? Also ich bin so, dass du aus dem Islam raus bist. Ich möchte nicht mit jemandem eine Religion teilen, der auf andere herabschaut. Ihr seid eine diabolische Religion und ich habe erkannt, dass es eine diabolische Religion ist. Und dass ihr religiöse Monster seid, sobald ihr euch bekennt zum Islam und es praktiziert, werdet ihr religiöse Monster. Und zwar aus einem Grund. Wenn du, Sibom, ein praktizierender Muslim bist, dann musst du daran glauben, dass Ehebrecher und Ehebrecherinnen ausgepeitscht und möglicherweise auch zu Tode kommen müssen, wenn sie des Ehebruches überführt werden. Homosexuelle, die bei der Ausführung der Homosexualität erwischt werden, müssen zu Tode kommen. In Russland, die ihre Apostel, die öffentlich machen, müssen umgebracht werden. Was ist mit Russland dann? Und so geht es weiter. Also all von den, die ganzen Dinge, von denen du erzählst, gibt es in der Türkei nicht, gibt es nicht. Ja, das Argument macht auch keinen Sinn, aber Kieran, eine Sache. Aber du zeigst so schön mit den Fingern immer auf andere, weil das hast du gut gelernt, auf andere zu zeigen. Das hast du in der Erziehung gut aufgeschnappt. Ja, und im Christentum soll man doch auch Schwule töten, homosexuelle, warum sagst du das nicht? Ja, wir haben auch das Töten von Schwulen. Ja, aber ich verstehe nicht, warum wir mal eine Gruppe so rausziehen. Was für ein Argument. Du hast gerade dein islamisches Argument geschwächt. Was ist so etwas wie Ermordung für Menschen gibt, die nichts dafür können, dass ein Mann ein Mann lebt und eine Frau eine Frau. Geht doch mal bitte mal drauf ein. Warte mal, geht doch mal bitte drauf ein. Ihr seid Monster. Ihr seid religiöser. Ich bin im Gegensatz zu dir hier in Deutschland geboren. Ihr seid meine Feinde. Sibum, du bist mein Feind. Äh, Kian, du bist mein Feind. Jeder praktizierende Muslim ist mein Feind. Jeder Karrierebefürworter ist mein Feind. Du bist eine Gefahr für die deutsche Gesellschaft, weißt du das? Nein, du bist eine Gefahr für die deutsche Gesellschaft. In deinem Scheißloch in London. Ich hoffe, dass du verhaftet wirst und eingesperrt wirst. Du bist ein Volksverhetzer. Du möchtest, du möchtest, du möchtest die Liebe zwischen Mann und Frau zu mobilisieren und nur auf die Ehe beschränken. Du bist derjenige, der hat die deutsche Gesellschaft gesagt, du bringst deine Petuinen-Religion. Hab ich nie gesagt. Das ist ein Lüge. Warte, dass du siehst, dass ich wirklich neutral bin. Mambo, ich finde das auch nicht gut wegen Scharia, was du gemeint hast. Du kennst mein Setting, du kennst meine Einstellung. Aber, Kian, ich versuche das wirklich neutral zu sehen. Guck mal, schau, mein Vater ist Muslim. Also der friedvollste Mensch, liebevollste Mensch, der geht auch fort, der dreht sich mit seinen Jungs. Warte, er betet aber für sich selbst so. Meine Mutter ist Österreicherin, ganz normal. Was heißt, er betet für sich selbst? Naja, der macht es nicht ab. Sein Glauben ist sein Glauben. Der lebt es spirituell aus. Lass uns doch einfach sagen, was du sagen wolltest. Wer hier an dazwischen redet, fliegt raus. Kian, Manni, befolgt dein Vater fünfmal. Achtet er darauf auf Haram und solche Sachen? Trinkt kein Alkohol, isst kein Schweinefleisch und so weiter. Er raucht, er raucht und du sagst, dann ist er kein richtiger Mosk. Wir rauchen ist ein, aber warte. Dass sie darüber streiten, sich die Gelehrten, das interessiert mich nicht. Ich rede von den Grundsäulen. Geht er zur Pilgerfahrt, achtet auf Halal und Haram, glaubt er den Koran regelmäßig und führt er sich auf wie ein praktizierender Muslim. Er fühlt sich ganz normal wie ein Mensch auf. Nein, es geht von einem praktizierenden Muslim. Kian, lass mich kurz mal ausführen, bitte. Es ist wirklich so, dass sie das neutral sind. Ich selbst bin ohne Bekenntnis. Ich hätte beide Seiten annehmen können, katholisch oder auch muslimisch. Ich habe mich für nichts entschieden. Ich glaube an nichts. Leute, bei 80.000 Likes mache ich die Kommentare an. Gebt mal vor Gas. Pass auf, das Ding ist, ich kenne viele Leute, die das Setting haben, ganz normal mit denen man ganz normal sprechen kann, die nicht eine Scharia vorrufen oder wollen, dass so die beten halt für sich selbst. Das sind doch keine Moslems. Und dann doch, warum. Nein, warte kurz mal. Nein, du kennst mich doch gar nicht. Ich stehe für das deutsche Gesetz ein. Du bist ein Moslem, verdammt nochmal. Du bist ein Antisemitter. Das ist wie nur der Lissa. Lissa, pass mal auf. Du, ihr habt alle in der AfD in Stockholm, keine Ahnung, die haben euch einen falschen Feind vor die Nase gestellt. Pass mal auf. Die haben euch einen falschen Feind einfach vor die... Wer ist denn die? Wer ist denn die? Aber Lissa, was du jetzt meint hast, wie Kian verschaffen euch ein Feindbild? Siebom, du bist ein Antisemitter. Siebom, du bist ein Antisemitter, hat Kian auch gesagt gerade. Lissa. Bin ich niemals. Ich habe Siebom hundertmal gehört und er hat... Ich läster über Israel, ja. Er verteidigt den Genozid an jüdischem Volk, denn das war es ja auch. Ich habe dir gerade gesagt, wie ich unter diesen Bildern in der Nazizeit leide, weil man denen nicht mehr so nahe getan hat von deiner westlichen Welt. Aber Lissa, warte ganz kurz mal. Lissa will was sagen. Lass doch mal Lissa was sagen. Lissa, ganz kurz, weil du sagst, dann bist du kein Moslem. Ist man jetzt auch kein Christ, wenn man sonntags nicht... Warte ganz kurz mal, Lissa. Wenn man sonntags auch nicht in die Kirche geht, aber trotzdem dran glaubt... Es gibt dem Islam dieses Spielchen nicht. Er fragt den Lissa. Oder du ignorierst die islamischen Texte. Dann bist du ein Asi gegen Gott. Ja, aber direkt, ich bin ja komplett seiner Meinung. Der Islam gibt diese Optionen nicht. Von Schlomo, er ist praktisch ich. Er kann für mich ansprechen. Ja, Bro, du guckst ja auch nur Schlomo an. Ja, dann hast du ja schon deine Seele verkauft, warum das hier oben für dich reden kann. Wollt ihr die Frage jetzt aus meinem Mund beantwortet hören? Ja, gerne. Wenn wir davon ausgehen, also erstens sehe ich die Religion Christentum halt nicht als diese todbringende Ideologie, die jeden steinigen will, also zumindest nicht... Überhaupt nicht. Aber ihr habt doch in jüngster Zeit sechs Millionen Menschen umgebracht. Aber wir reden doch hier vom Neuen Testament, oder nicht? Sonst macht das ja gar kein Sinn, dass es nicht gemacht wird. 1933 bis 1945 habt ihr doch die Menschen... Ja, auch mit dem... Dein Whataboutism macht Leute krank. Verstehst du das? Also, du mit deinen Neuen Testament... Jetzt kommen ja die... Sie waren alle keine Beschrieme. Ja, schön, schön, schön. Also... Erzähl nicht diesen Unsinn, ja. In deinem Koran... Kian, sie waren auf jeden Fall keine Beschrieme. Er hat gesagt, dass Hitler kein Christ war. Hör auf jetzt hier zu lügen. Ja gut, Hitler hat ja auch nicht die Gasanlagen bedient. Du, Sibum, Sibum, warum haust du eigentlich, wenn du diese Argumentation bringst? Er hat gesagt, wenn die Germanen, dass den Islam angenommen hätten, dann hätten sie die ganze Welt eroberst. Guck mal, ich habe eben gesagt, dass in jüngster Zeit sechs Millionen Juden umgebracht worden sind. Er war ein Bewunderer von deinen Juden, über der Mohammed. Lalalala. Hallo, everybody. Hey, man, du redest die ganze Zeit dazwischen. Moment, Moment. Ja, Moment, Moment. Also, mit Sibum, Kian hat es mir schon vorher gesagt, es macht keinen Sinn, es bringt nichts. Sibum bleibt jetzt unten, es bringt nichts, mit Sibum zu reden, es funktioniert nicht. Wir haben jetzt eine nette junge Dame da, die uns auch unterstützt. Guten Abend. Guten Abend. Warte mal ganz kurz, bitte, bevor du anfängst. Hallöchen auch erst mal an dich. Ich finde es aber noch wichtig, Löwenherz da zu erwähnen, wenn man das immer und immer wieder reinschmeißt und dass man das gerade dann von einem Muslim hört und dann schweigt, dass es da so was gab wie den Nazi-Islam-Pakt, dann sollte man wirklich... Aber Roy, das wissen wir doch alles. Roy, das wissen wir doch alles. Ja, aber die Leute unten. Aber die Leute haben doch mit ihr zusammengearbeitet. Das versteht man nicht. Kian hat schon 500 Mal gesagt, wir haben schon 500 Mal gesagt, das ist jetzt... Roy, tatsächlich, was viele Leute auch nicht verstehen hier, wir sind nicht hier online, um vernünftige, sachliche Diskussionen zu führen, weil die Leute, die hier hochkommen, Roy, das merkst du selber, die sind oft strunzdoof und mit denen kannst du dich nicht von der Politik unterhalten. Kian und ich nehmen das hier als Comedy-Show. Wir nehmen die Leute gar nicht ernst, Roy. Das heißt, mit denen brauchen wir gar nicht mit Fakten und Argumenten kommen. Sagt mal eine Zeit, Löwenherz, da habe ich mit den Leuten ernsthaft geredet. Aber ich will nicht mit irgendwelchen Typen reden, die gerade aus der Shisha gekommen sind, auf Frauenjagd gegangen sind und dann setzen sie hin und reden von Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt. Ich will diese Quatsch nicht hören. Und ich sage, was ich denke. Fertig. Ich sinne. Das kannst du auch. Große Gefahr. Aber wir haben auch jetzt nicht über den Islam geredet, sondern auch über politische Themen. Schaut mal an, wie sie unsere Gesellschaft destabilisieren. Keine andere Migrantengruppe macht das, außer die Muslime. So, es ist schön, euch wieder alle hier zu sehen und zu treffen. Hallo, ihr Lieben. Ich bin wie immer, habe mich dann ins Bett begeben und dachte mir, okay, ich schicke mal ab, wer da so von uns online ist. Tada. Jetzt bin ich da. Es hören uns ziemlich viele Leute. Wie kommen die ohne Chat? Klar, weiß ich nicht, aber es ist schön. Ich mache den sofort an. Nein, musst du nicht. Nein, ich mache das immer nur zwischendurch. Weil manchmal sind die Leute eingeschlafen. Ich will die animieren zum Liken und jetzt mache ich den auch gleich wieder an. Aber ich habe ein Statement an alle Muslime, die uns als Argument liefern, dass in der Nazizeit hat Hitler so viele Juden umgebracht. Leute, 10.000 Likes, das geht vor Gast. Und, und, und. Also einfach mal zuhören und dann werdet ihr ein wenig schlauer. Ihr wollt das vielleicht nicht, aber ihr müsst das. Also während des Zweiten Weltkriegs gab es im britischen Mandatsgebiet Palästina, also wir reden jetzt nicht von Deutschland, sondern wir reden von diesem Mandatsgebiet namens Palästina, eine Gruppe namens Großmufti von Jerusalem, Hatsch Armin al-Husseini, der eine enge Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland unterhielt. Al-Husseini unterstützte die Nazi-Ideologie und suchte die Zusammenarbeit mit Adolf Hitler. Und viele muslimische Brüder waren die Mitglieder der NSDAP. Al-Husseini traf sich auch mit dem Hitler im November 1941, bat eigentlich um Unterstützung für den Kampf gegen den britischen Mandats Palästina, aber Hitler war mit anderen Sachen beschäftigt. Und Al-Husseini hat sogar ein paar Juden nach Deutschland geliefert, um zu vergasen. So viel zu Islam. Man spricht da von 30.000 Muslime, die da mitgewirkt haben im Zuge des Nazi-Islam-Fakts. Oi, oi, warte mal kurz ruhig. Wir haben einen neuen Patienten hier. Abu, bitte. Oh, der ist ja alt. Ihr seid eine diskriminierende terroristische Gruppe und euch müsste man ausweisen aus Deutschland. Hier. Ihr gefährdet die Jugend. Bitte schön. Das ist der Dschihadi von gestern, der Hamas applaudiert hat. Er hat gestern gesagt, dass Hamas Terror, nicht Terror verbreiten, sondern Freiheitsgämpfer wären. Und als wir ihn darauf hingewiesen haben, dass unser Gespräch mitgehört wird und mit aufgezeichnet wird, hat er sofort versucht zu sagen, ja, ich habe das noch nicht gemeint. Aber genau so, Abu, hast du es gemeint. In Deutschland gilt Meinungsfreiheit. Und meine Meinung, ich habe nicht gesagt, dass Terroristen, Zivilisten sind. So, Abu, Abu, irgendwas, warte mal ganz kurz. Und für mich in die Einheit. Warte mal, ich würde dir kurz was sagen, auch zu diesem Thema. Warte mal, Abu, irgendwas, warte mal. Abu, irgendwas, wenn du von der Meinungsfreiheit sprichst, solltest du dir auch etwas bewusst sein. Die Meinungsfreiheit hat auch ein Ende. Und sie endet nämlich genau da, wo die innere Sicherheit gefährdet ist. Von daher ist es da richtig, wenn man dich darauf hinweist, dass du zum Beispiel die Hamas als etwas Gutes da heißt und sie hier in Deutschland da als Terrororganisation gelistet ist und du dann Sachen sagst, die gegenläufig sind, dann endet da deine Meinungsfreiheit. Hier an unsere ganzen Freunde gehen erst jetzt auf. Die kommen jetzt alle raus. Siehst du das? Jetzt kommen sie alle. Ich schaue es mit Schichern. Ich gehe gleich raus. Er hat sich selber als Freiheitskämpfer betitelt. In Deutschland. Warum hat er das so? Hallo, herr, bring mir mal deine Tischdecke aus dem Gesicht. Wie siehst du eigentlich aus, Mensch? Ich sehe aus wie dein Bar-Klial-Kind. Hallo? Entschuldigung, ich würde gerne was zu der Russen sagen oder halt der Blondine. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Auf jeden Fall, guck mal, Ukraine. Weder noch. Ihr seid schlimmer aus der Nationalen. Was heißt ihr Spassen? Woher soll ich wissen, was du bist? Kann ich kürlisch? Ich wollte auch noch was sagen. Also, mir ist es absolut egal, wer du bist zum Beispiel. Ich empfinde dich als ein Mensch nicht gereicht. Aber ich will auch für deine Aussage sagen, weil ich kann das nicht so stehen lassen, was du hier geschichtlich gesagt hast. Das stimmt zwar, dass die einen Pakt mit den Muslimen hatten, aber die Nazis hatten einen Pakt mit jedem, also mit jedem zu einer gewissen Zeit. Mit den Tschechern, mit den Briten, mit den Russen, mit den arabischen Ländern. Was willst du mit den Briten? Hört man mich? Mit den Russen nicht. Natürlich mit den Russen. Sie haben doch Polen geteilt zusammen. Oh mein Gott, wir reden von Jan. Also, Jan, du musst ja jemand Geschichte lernen, okay? Du bist ein Scharlatan. Ich würde auch gern was sagen. Ich würde auch gern was sagen. Hallo, hört ihr mich? Hört ihr mich? Hallo? Ja, wir hören dich. Okay, ich würde auch gern was sagen. Schaut mal, wir können jetzt alle nicht irgendwas nachweisen, wir können spekulieren, aber Fakt ist, da ich halt über den Islam so viel gehört habe, wirklich, ich war selber früher so ein richtiger Islam-kritischer Typ und hatte so Angst, aber Fakt ist, 500 Jahre gab es Frieden unter Scharia, unter Kalifat. 500 Jahre in Jerusalem. In Jerusalem, in Jerusalem, in Jerusalem, in Jerusalem, in Jerusalem gab es wirklich Frieden. Leitzeller hast die in Jerusalem, Hobertag, ey, ey, die Juden, die Juden sind im Osmanischen Reich abgehauen. Damals wurden die als Tiere behandelt in Europa, die durften nicht mal Juden sein, die sagen das auch selber, die sagen das auch selber. Moment, so, Kian, ich möchte dich fragen, ruhig, sonst fliegst du raus, Abo. Der Hass kommt aus dem Westen. Moment, so, Kian, hast du es gehört? 500 Jahre Frieden durch Scharia. Genau, wie gesagt, das sind die Verkäufer. Ich habe es gesagt, alle kommen, sie als Verkäufer, alle haben sie eine Verkaufsausbildung. Ja, sind sie Kaufmänner oder Kaufmänner. Du bist doch Dönerverkäufer. Ja, schau dir das an. Die kommen und die verkaufen uns den leckeren Islan. Döner? Schokoladen überzogen. Der Grund, warum 6 Millionen Juden vergaßt wurden. Abo, kannst du deine Klappe halten? Du musst deine Klappe halten, ja, ich bin das Scharmoser, die redest du mir. Ja, und das ist das, ich finde es auch interessant, ich finde es auch interessant, dass plötzlich alle auf dieses große Kultur, damals, wenn du dich über den Döner lustig gemacht hast, haben sie alle gesagt, jetzt lieben aber alle Deutschen die Döner und jetzt... Es ist aber Fakt, es ist aber Fakt, was wollt ihr denn? Die Svetlana ist da, ich höre Kian nicht, Mensch. Die Svetlana ist da, ich höre Kian nicht. Fakt, wo hört man den Kian gar nicht hier auf krasses Datenweise, der hat hier keinen Platz verdient. Wer hat das gemacht? Svetlana? Er ist jetzt gerade raus und ich muss es auch sagen, ich finde es auch traurig, dass man das so lange warten muss, bis man da überhaupt mitkriegt und dass da eine Frau so dramatisch beleidigt wird, finde ich ekelhaft. Ja, weil alle durcheinander schreien, Mann. Ja, aber komm mal, davor hat mich auch als Spaß vielleicht, da hat natürlich keiner was gesagt, aber wenn man... Ja gut, aber das ist jetzt, lassen wir durchgehen, alles gut. Das ist nichts Dramatisches. Ja, ist es auch nicht, ich finde es nicht schlimm, aber... Wenn du jetzt nicht so intelligent bist, dann bist du halt ein Spaß, das aber jetzt nicht schlimm ist, so, Kian, bitte. Ähm, ja, ich wollte wissen, was, was wurde denn, was hat denn... Äh, der hat Ajo Chamuta gesagt, äh, TikTok-Sportlich und so. Oh, wow, ehrlich. Der hat noch ganz andere Sachen gesagt. Ness, danke. Ja, aber... Wir wollen, wir wollen uns nicht vertiefen, der ist einfach Gesicht von Islam, dann muss sich darüber entladen, wenn er hier Islam vertritt, muss er auch im Klaren darüber sich sein, dass, so empfinden wir auch diejenigen, die Moslem sind, ne, so wie ihr euch verhält, so empfinden wir euch auch. Genau, so sieht's aus. Und ich würde dir auch nicht mehr weiter aufgehören, weil wir haben kein Wort von dir gehört oder verstanden, weil... Ja, benutzt doch mal Google. Ja, benutzt doch mal Google. Google doch einfach mal Jerusalem unter dem Osmanischen Reich, dann findest du doch alles. Das ist doch kein Geheimnis. Das sind doch historische Fakten einfach. Svetlana? Ja. Svetlana, ich mach dich auch mal zum Mod, ja, bei mir. Gerne. Und Anna auch, bitte. Ja, alles klar. Svetlana, nochmal wegen vorhin. Nein. Also die Nazis hatten mit jedem Impact, also die hatten auch mit den Briten und Franzosen, dass sie da, dass Sudeten dann eigentlich... Svetlana, schreib mal rein. Also überall gab es Diplomatie mit den Nazis und auch unter den Arabern. Ja, das ist halt passiert. Aber wie nein? Die haben Polen geteilt zusammen mit den Russen. Das war danach, ich redete von dem Jahr 1941. 1941, da ging es los. Ja? Nein, 39. Und die geteilt wurde im Jahr 1945. Die haben Polen im 1939 nicht geteilt. Was geteilt wurde 39? Du hast gar keine Ahnung über Geschichte. Doch, 39. Du sagst 45, 39, die hat gar keine Ahnung. Sie sagt 41 hat der Krieg angefangen. Was laberst du? Und du nennst mich Spaß. Du hast gar keine Geschichte. Wie, das hat sie gar nicht gesagt? Du hörst nicht zu. Hör doch mal, oder am besten höre hin. Weil wenn man zuhört, macht man zu. Höre hin. Okay, was hab ich gerade verstanden? Sie hat was ganz anderes gesagt. Du bist beim Anfang. Du bist bei 39. Sie hat von 41 geredet, was da im Nazi-Islam-Pakt passiert ist. Diese Pekte, die du da eben als Beispiel benannt hast, die da zum Beispiel zwischen Russland gelaufen sind, wo man Polen aufgeteilt hat, das war eine vorliegende Zeit. Auch da hat sich ja danach alles auch nochmal gedreht. Da ging es aber nicht in der Intention darum, dass Russland daran interessiert war, zum Beispiel den Juden zu töten, aber dann zum Beispiel die Muslime, die da über den Nazi-Islam-Pakt da sehr wohl mitgearbeitet haben. Wie viele sind? Und dass 30.000 Muslime da zum Beispiel über die SS da an der ganzen Sache beteiligt waren. Welche Nationalitäten denn? Okay, da würde ich jetzt gerne bitte was dazu sagen. Welche Nationalitäten denn? Roy. Araber? Mit Muslimen aber nicht Araber? Nee, Araber nicht. Das sind Albaner und Bosnier gewesen. Ja, genau. Ja, stimmt. Und da hat Hitler den Albaner versprochen Großalbanien. Und deswegen haben sich so viele freiwillig gemeldet. Warte mal, ich möchte mal dazu was sagen, weil ich kenne mich sehr gut aus mit Geschichte. Und ja, die meisten waren Albaner oder halt Bosnia. Und äh, was soll ich gerade sagen? Ah ja, genau. 30.000. Ihr hört echt nicht zu. Und ihr versucht da was zu relativieren, was nicht zu relativieren ist. 30.000. Sie hat euch sogar den Namen des Großmuftis genannt. Sie hat euch... Ja, aber wie gesagt... Nein, nicht ja, aber. Ja, nicht ja, aber. Es ist an dem, dass es da diesen Nazi-Islam-Pakt gab. Und das waren keine Christen, das waren Moslems. So. Ja, aber die mussten anstreitbar. Digga, 30.000 sind erstens sehr wenig, wenn man sich bedenkt, dass Millionen Soldaten verstopft. Alter, du reizt das gar nicht. Du verspätst das nicht. Du reizt das Ganze. 30.000 ist nichts auf dem zweiten Weltweg. Das ist einfach... Guck mal, wie viel, wenn du sagst, dass du sich mit der Geschichte gut auskennst. Wir haben dir ein paar gewisse Namen gegeben, Anzeichen gegeben. Du kannst das nachher prüfen. Wir wollen jetzt das nicht aufdiskutieren. Es stimmt doch, was du sagst. Weil das, was wir dir gesagt haben, sind historische Fakten. Prüfe die. Ja, es stimmt doch, was du sagst. Aber es spielt keine Rolle. Weil sie mit jedem gehandelt haben. Und mit jeder Diplomative gehandelt haben. Nein, haben sie nicht. Nein, haben sie nicht. Im Namen der Nazi-Zeit haben sie nicht mit jedem gehandelt. Nicht mit den Russen? Nicht mit den Russen, nein? Nein. Haben sie nicht Polen aufgeteilt, 1939, als der Krieg angefangen hat? Das war nicht bezogen auf Juden. Das war gar nicht darauf bezogen. Sie haben die Juden in Polen abgeschlachtet und dort Auschwitz gegründet. Also guck mal, Roy hat dir das jetzt aufgeklärt. Du hast es nicht verstanden. Du versuchst das weiter. Man merkt, du hast gar keine Ahnung. Und das bringt absolut nichts. Wir gehen einfach weiter. Was habe ich denn Falsches gesagt gerade? Nein, wir gehen einfach weiter. Es gibt noch so viele Themen. Ja, du möchtest weitergehen, weil du merkst, dass du hier falsch liegst und keine Ahnung was über dieses Thema ist. Nein. Wir merken nur eins, dass du da eine kognitive Dissonanz hast und dass du nicht das gesagte Wort verstehst. Und das ist ein arges Problem. Okay. Wenn du dich gleichzeitig auch noch darstellen möchtest und beispielsweise sagst, ich bin geschichtlich sehr gut bewandert, aber das gesprochene Wort noch nicht mal verstehst und dann der Sache, die da gesagt wurde, sogar zustimmst auf einmal, dann anfängst zu relativieren, ist all das, was du dann zu sagen hast, für ein Arsch. Verstehst du das? Entschuldigung. Okay, guck mal. Guck mal, mein Lieber. Du sagst, es hat nichts mit den Jungs zu tun. Guck mal, selbst das ist etwas. Guck mal, selbst das ist ein Problem. Darf ich jetzt ausreden? Wir haben hier ein Kommunikationsproblem. Folgendermaßen. Es heißt nicht, guck mal, wir sehen uns nicht, wir hören uns. Oh mein Gott. Es heißt, hör doch mal. Da geht das schon los. Okay, cool. So, können wir weiter? Danke für die Info. Danke. Super. Also jetzt zu dem Osmanischen Reich, wo es öfters mal... Dass die Deutschen und Russen zusammengearbeitet haben. Be free, jetzt hör mal auf. Warte mal, ich darf doch wohl darauf antworten, wenn er... Löwenherz, kannst du bitte einschalten, dass man auch Mikrofone von Beteiligten benutzt? Ja, wow, cool. Cooler Diskurs. Nein, das ist kein Diskurs. Wir geben dir einfach die Zeit nicht, um zu lügen. Deswegen, darum geht es. Lügen? Was ist denn jetzt gelogen? Entschuldigung, darf ich mal etwas sagen? Punkt. Svetlana, Svetlana... Du hast eine Frage gestellt, wir haben das beantwortet und so... Ich habe jetzt mal eine Frage. Svetlana, warte mal kurz, warte mal kurz. Ähm, du wolltest, also du meintest, ich soll dir die Mordrechte geben für Mikrofon oder was? Genau, wenn du... Hast du mir jetzt Mordrechte gegeben? Da gibt's noch ein extra Balken, was du auf grün machen... Entschuldigung, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, darf ich eine Frage stellen? Ja? Ähm, ich möchte erstmal allgemein wissen, was man jetzt aus christlicher oder christlicher, aus jüdischer oder atheistischer Sicht glaubt, dass der Islam was gegen die hat oder was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, der Islam hat was gegen die Juden oder die Christen oder was? Worum geht's hier? Wir wollen sie alle abschlachten. Wir wollen sie alle töten. Okay, warte, Roy, warte. Dann könnt ihr mir die Frage wirklich ganz... Ja, können wir, Roy, warte. So, Kian, bitte. Das sind die Islam jetzt. Ruhe, bitte. Kian, hat der Islam was gegen die Juden und Christen, bitte? Nein, der Islam ist, was Juden und Christen betrifft, völlig liebevoll, rücksichtsvoll, herzlich... Entschuldigung. Dankeschön. Das ist Sarkasmus. Ich habe eine romantische Beziehung zu den Völkern der Bücher. Ja, danke. Hast du auch mal wirklich mal was Richtiges gesagt? Ja, so, das ist es. Und der Koran, Vers 60 der Sude 5, dass Allah die Juden zu Affen und Schweine gemacht hat. Ach, das können wir doch drüber hinwechseln. Kian, Kian, das ist bestimmt falsch übersetzt. Ja. Ich habe mal eine Frage an Löwenherz, weil er hat sich eigentlich immer raus, aber wäre eigentlich auch immer interessant, ihm eine Frage zu stellen. Ja, stellen wir. Und die Frage geht auch an Kian und Löwenherz. Hat denn in den letzten 100 Jahren, hat der Nahe Osten wegen Europa mehr gelitten oder Europa wegen dem Nahen Osten mehr gelitten? Jetzt mal nur an Löwen. Lass mich raten, lass mich raten. Lass mich raten, die Amerikaner sind böse. Die Amerikaner haben alle Leute. Ich habe eine normale Frage gestellt. Hat der Nahe Osten mehr gelitten wegen Europa in den letzten 100 Jahren oder Europa wegen dem Nahen Osten? Ja, könnte ich dir tatsächlich sagen, aber ich habe gerade keine Lust. Kian, bitte. Aber ich würde, ich würde vielleicht, warte mal, ich habe eine kleine Spitze. Bifi, warte mal, Bifi. Bifi, warte mal ganz gut. Ich habe eine kleine Spitze. Bifi, doch. Ich kann mir sehr gut darauf antworten. Ja, du musst eine Antwort zulassen. Das musst du zuhören. Ich finde das ein bisschen banale, die Frage wieder. Es ist an dem, dass zum Beispiel der Islam sich bis Spanien natürlich nur mit Liebe vorbewegt hat. Und dass man erst in Spanien gemerkt hat, dass das zu viel Liebe ist und Europa auf die zu viele Liebe keinen Bock hatte. Da können wir auf jeden Fall drüber reden. Okay, okay. Was war in Spanien? 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 Okay, okay. Andreas, hallo. Nice, dich zu sehen. Bifi, wie oft hat Nahosten von Nahosten gelitten? Ja, also Leute. Hier, Roi. Warte mal. Warte mal. Wie flie? Wie flie? Wie flie? Nein, du hast eine Frage gestellt und wir antworten dir jetzt. Ja, Roi hat mir doch gerade eine Frage gestellt. Ja, Roi hat nur eine Spitze dazwischen gegeben. Roi hat alles gut. Den Sarkasmus hast du auch nicht verstanden. Kian, bitte. Er wollte sagen, Kian, dass in den letzten 100 Jahren der Islam quasi friedlich war. Kannst du ihn bitte darauf antworten? Auf jeden Fall friedlicher als Europa zu den Arabern. Schau mal, wenn die islamischen Gesellschaften die gleichen Möglichkeiten hätten wie die europäischen Gesellschaften, dann hätten sie das gleiche getan wie die europäischen Gesellschaften. Der Unterschied ist, dass der europäische Kolonialismus recht kurz war in der Geschichte der Menschheit. Der islamische Kolonialismus ging ungefähr so 1200 Jahre kontinuierlich weiter. Wenn wir uns mal anschauen, der Prophet war kaum gestorben. Da haben sie schon angefangen, Persien zu erobern. Dann sind sie gegangen nach Byzanz und so weiter und so fort. In kürzester Zeit haben sie alles um sich herum erobert. Und dann schaut euch mal die Expansionskriege des Islam an. Der hat ja nicht aufgehört. Das Osmanische Reich ist gekommen, hat sich enorm ausgedehnt. Und so fing das eine nach dem anderen an, immer weiter zu wachsen. Der europäische Kolonialismus oder der europäische Imperialismus wurde auch durch die Europäer selber gestoppt. Die Sklaverei haben die Europäer selber bekämpft. Nach 400 Jahren. Die Amerikaner, die Nordstaaten sind mit den Südstaaten, mit ihren eigenen Leuten in den Krieg gegangen, um die Sklaverei zu beenden. Die Engländer, die führend waren im Sklavenhandel, haben irgendwann 1807 angefangen, ihre britische Flotte gegen portugiesische und holländische Sklavenhändler einzusetzen. Über 50 Prozent ihrer Flotte haben sie nur für den Kampf gegen die Sklaverei eingesetzt. Die Europäer waren so selbstkritisch, dass sie hunderte von Büchern geschrieben haben über ihre dunkle Epoche. Und der einzige Grund, warum diese muslimischen Apologeten, die jetzt hier sitzen und über den Westen schimpfen, überhaupt über den Westen schimpfen können und ihre dunkle Geschichte ist, weil der Westen so aufrichtig genug war, seine dunkelsten Epochen selber aufzuarbeiten. Aber wo bleibt die Aufarbeitung der islamischen Sklaverei zum Beispiel? Wo bleibt die Aufarbeitung von Verschleppung von Millionen von weißen Menschen auf den afrikanischen Kontinent zum Beispiel? Wo ist die Aufarbeitung in dieser Sache? Die Muslime arbeiten ihre eigenen Verbrechen zum Beispiel in Indien nicht auch, wo die Mogulen gekommen sind und haben sie Hunderttausende von Hindus abgeschlachtet, weshalb die Hindus noch heute ihre Region Hindukusch nennen, Tal der getöteten Inder. So traumatisiert, dass sie eine große Region nach dem Massakern der Mogulen benannt haben. Okay, ich würde jetzt gerne was dazu sagen. Darf ich auch noch was dazu sagen? Wir haben einen neuen Gast, Andreas und Bambudji, nacheinander Andreas, zuerst Sie, danach... Ich wollte zum Bifred noch was sagen, die Sklaverei hat ja erst im afrikanischen Kontinent aufgehört, nachdem wir Europäer da Kolonien eingerichtet haben. Da haben wir erstmal den arabischen Sklavenhändler was zwischen die Augen gegeben. Ersetzt. Wenn schon. Ersetzt. Solonien haben Afrika ausgebeutet. Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Wenn die Augen genommen haben, ist das sofort unterbunden worden. Die Briten, die Franzosen haben es sofort unterbunden. Ersetzt. Was für unterbunden? Nein, nicht ersetzt. Wir haben es unterbunden. Das deutsche Reich hat es ersetzt. Plötzlich nicht ersetzt, hat es sofort unterbunden. War es unterbunden? Sklaverei? Ja. Das deutsche Reich hat die Sklaverei sofort unterbunden. Ihr seid doch die größten Sklavenhändler. Die Sklavenhändler war es zwischen die Augen gegeben. Und zwar ganz kräftig. Natürlich. Das ist nachweislich. Das ist nachweislich. 1807 haben die Briten faktisch im Parlament schon die Erfindung des Sklavenhandels unterschrieben. Und dann hat die britische Marine alle 54 Prozent ihrer Marine eingesetzt, um die Sklavenhändler auf dem offenen Meer zu bekämpfen. Ja, um sie zu ersetzen zu können. Bis der Prophet Mohammed kam, waren die Frauen Erbteile im Christentum. Die Frauen waren Erbteile. Der Prophet Mohammed kam und hat die Frauen zu... Warum spricht ihr während... Moment, Moment. Hört mal. Kian hat nicht so einen starken Mikrofon. Wieso auch immer. Genau. Ihr seht doch, dass er spricht. Warum nehmt ihr euch das Recht, ihn zu unterbrechen? Ich würde gerne was zu Kian sagen, wegen vorhin, was er gesagt hat. Ja, dann warte, bis er fertig ist, dann kannst du was sagen. Jalla, Kian. Ja, also, die Tatsache, dass die Sklaverei in der westlichen Welt recht kurz gehandelt worden ist, ist ein Anzeichen dafür, dass die Moral im Westen irgendwann gesiegt hat und gesagt hat, es ist unmoralisch, Menschen, die Freiheit von Menschen zu nehmen. Aber die islamische Sklaverei ist fest juristisch verankert im Koran. Ja, deswegen hat der IS wie viele eins zu eins den... Hammelech, du kannst gleich hoch. ...übernommen und hat dann 20.000 jesidische Frauen versklavt und verkauft. Und deswegen gibt es heute noch de facto Sklaverei in den Golfstaaten. Ist es nur in Islam verankert? Bangladeshis von Araber gehalten werden, die Ausweise werden weggenommen und dann werden sie dort gehalten, sexuell missbraucht oder sogar weiterverkauft. Schaut euch mal an, was einige Dokus über WhatsApp veröffentlicht haben, wo tausende von Frauen aus Afrika gehandelt werden in den Golfstaaten. Das ist die Natur des Islam. Weißt du, bitte? Okay, darf ich jetzt was dazu sagen? Ja, kannst du. Ja, so ein großer Mitspieler an diesem Sklavenhandel ist zur Zeit Libyen. Libyen war eigentlich das aufstrebendste Land in Europa, bis die Amerikaner auch zerbombt haben und es heute ein Bürgerkrieg ist. Okay, okay, lass dich bitte aber nur ausreden. Okay, du kannst gleich noch was dazu sagen. Free, Free, ganz kurz. Du darfst ausreden. Ja, ich werde unterbrochen. Ja, ich bin der Host, ich unterbreche, wie ich will. Du kannst, du kannst ausreden, aber Kian ist quasi, macht das mit mir zusammen, den Stream. Er kann dich immer unterbrechen. Er ist wie der Host, also wie ich. Also kann er immer dazwischenreden. Weil wir sind hier nicht in einer Demokratie. Mein Stream ist eine Diktatur, die ist von mir und Kian. So, bitte. Okay, okay. Also auf jeden Fall, Libyen ist jetzt in dem Bürgerkrieg wegen Amerika, weil die es gestürzt haben, wegen Mohamed Gaddafi, weil er eine eigene Währung gründen wollte und sich nicht ausbeuten wollten lassen. Und warum erwähnt du nicht, dass die Franzosen immer noch ungefähr sieben, acht Länder dort alles umrum von Mali immer noch besetzt halten? Also Mali, 98% der Bewohner haben keinen Strom, aber 90% des Stroms in Frankreich wird aus diesem Land bezogen. Also die zocken die Länder immer noch ab, aber auf sowas gehst du nicht ein. Weißt du was ich meine? Und dieser Sklavenhandel, guck mal wo der am meisten ist in Libyen und guck mal was in Libyen passiert ist, nachdem die Amerikaner von Boden schätzen. Und die libysche Sklavenhändler hätte es überhaupt keine transatlantische Sklavenhändler Aber beantworte mir doch nur, ob die Franzosen immer noch ausbeuten oder nicht. Das waren muslimische Libyer und Jemeniten, die erst angefangen haben, in Zentralafrika Schwarze zu jagen und sie dann schlussendlich an die Portugiesen, Holländer und an die Neuamerikaner. Ich rede über die neue Sklaverei. Ich rede über die alte Sklaverei, die nicht möglich gewesen wäre, wenn Muslime nicht nach den Armen gegangen wären, um diese Menschen dann zu verkaufen. Heute in Chatt werden immer noch Millionen von Spaten versklavt, durch muslimische Afrikaner, die Und 200 Millionen Sklaven. Es gibt mehr Sklaven heute, als es zu irgendeiner anderen Zeit gibt. Ja, weil es so viel mehr Menschen gibt als damals. Aber weißt du, was auch los ist? Im Verhältnis zu dem, was damals gehandelt worden ist, ist die Sklaverei heute mehr als damals. Ja, aber die meisten glauben nicht aus Afrika, sondern aus Asien. Und das ist nun mal so, dass die meisten Sklaven werden immer noch in Afrika gehandelt mit der Erlaubnis des Koran. Und das ist die Sache. In Asien werden die meisten gehandelt. Es tut mir leid, dass dieses Shitbook leider Gottes immer noch die Inspiration ist, dass Menschen der Freiheit beraubt werden. Okay, Islam ist Shitbook. Was machen deine christlichen Franzosen heutzutage? Ich habe mit Christen nichts zu tun. Okay, was machen aber Franzosen, deine säkularen Brüder? Also, Büffi, es ist einfach zu viel von dir. Ich frage, Kieran, was machen deine säkularen Brüder? Ich bin nicht Anwalt von Säkularismus oder Atheismus. Ja, aber du bist Prediger hier gegen Islam, aber wahr? Ja, ich bin ein Prediger gegen den Islam. Ja, du bist also nichts, aber kannst nur mit dem Finger zeigen. Aber selbst bist du gar nichts. Ich zeige nur mit dem Finger auf. Ich habe dich jetzt gestumpft, weil es einfach viel zu viel von dir ist. Es ist ein Gas sogar gegangen, weil man hört... Nein, nein, ich habe ihn raus. Ich habe ihn raus. Aber es ist einfach viel zu viel von dir. Ich möchte auch von Eco was hören, von Isak was hören. Sonst ist es nun praktisch ein Dialog zwischen dir und Kirchen. Ich höre dem Kirchen sehr gerne zu, dir weniger. Von daher möchten wir noch andere Gäste hören. Okay, stimmt das aber nicht, was ich gesagt habe mit Libyen und das Frankreich... Warte mal bitte ganz kurz. Wie viel, du zerfetzt die alle deswegen. Ja Bruder, dieses Ding, aber sie kann mich darauf eingehen. Die Franzosen stürmen zwar noch ein bisschen politischen Druck aus und wirtschaftlichen. Oh Mann. Es hat aber nichts mit der Religion zu tun. Weil es ehemalige Monomien sind. Andreas, darf ich mal bitte ganz kurz zwischenhaken? Säkularismus, mein Lieber, nicht Religion. Sag ich auch gar nicht, aber Säkularismus. Boah Biest. Sag mal, alle wollen dein Ritalin nicht genommen. Das ist doch nicht normal mit dir, Alter. So. Reue, Reue, du kannst ja gerne darauf antworten, was ich gerade gesagt habe. Aber ihr ignoriert es einfach und geht zum nächsten Thema. Be free, nein. Sag mal ganz, ganz ehrlich. Ihr kommt immer mit einem neuen Thema. Ihr kommt immer mit einem neuen Thema. Richtiges Thema. Alter. So. Eine Dame hatte ich eben gerade schon darauf aufmerksam gemacht. Ja, aber er versteht es nicht und deswegen fliegt er raus. Warte mal, Löwenherz, warte mal bitte ganz kurz. Ich würde mich gerne an der Stelle erstmal, weil ich bin rottenmüde, ich kann dir kaum noch folgen und das Gesammelt von Be free hat mir den Rest gegeben, bin ich ganz ehrlich. Ja, das Lustige ist, wir fangen gerade erst an. Alles gut. Wir sind jetzt erst warm geworden. Ich weiß, ich weiß, aber ich höre lieber von unten zu. Svenska war nett, dich kennenzulernen. Scheiße, eine so stabile Frau zu sein. Bin dir auch mal gefolgt. Danke. Ich folge dir schon seit einer Zeit. Sie ist eine nette Frau. Wie Anna. Kian, Kian, auf jeden Fall weitermachen. Und ich weiß, dass man das hier nicht ernst nehmen kann. Aber es gibt hier wirklich ein paar Leute, die hören dir gerne zu. Von daher, führ weiter so aus. Nimm das, auch wenn es eine Comedy-Show ist. Dann meinetwegen nimm es so. Aber bitte gib die Information weiter. Weil viele Leute, du siehst ja, wo der Bildungsstand sitzt. Wir sehen ja auch, dass da die PISA-Studien immer weiter nach unten absacken. Ja, aber Busfahrer. Vielleicht haben wir da den, dass man da von dir bis zu dir kann. Und Löwenherz, warte nicht immer so lange, diese Schwachmaten runterzunehmen. Ja, Roy, aber trotzdem. Manchmal, lass sie ruhig mal kommen, ihre Scheiße sammeln. Ja, ich weiß es ja auch nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, du diskutierst hier heute um zwei Uhr morgens nicht mehr auf hohem Niveau. Du diskutierst nur mit Leuten, die geistig beeinträchtigt sind tatsächlich. Das funktioniert anders. Darf ich noch was sagen? Derjenige, der gerade etwas Abfälliges über Roy gesagt hat. Busfahrer, wir Kraftfahrer müssen mehr können als wir Knallköppe. Das ist doch, Andreas, alles gut. Das ist doch gar nicht abfällig. Andreas, ich liebe das, wenn Leute so was in den Chat schreiben. Und sie haben auch meine ausdrückliche Erlaubnis. Und ich habe das ja auch schon öfter an Löwenherz gesagt. Sonne-Aussagen sorgen einfach nur dafür, dass der Chat rollt und noch mehr Gehirn-Akrobaten reinkommt. Okay, Roy. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Bis bald, irgendwann. Wir treffen uns vielleicht irgendwann mal auf der Autobahn. Ja, wir sehen uns. Ja, das wäre doof, wenn ihr euch da trefft. Genau. Pause, Pause. Das kann ja mal sein. Lkw, also 40 Tonne und so weiter. Andreas, warte noch kurz. Kian, bitte. Genau. Wir sehen uns, wenn nicht in dieser Welt, dann in Bielefeld. Auf dem Bahnhof. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So, Roy. Du hast viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also, jemand hatte hier gesagt, dass Juden friedlich mit Moslems gelebt haben. Ja, das haben die. Aber wer will mir, wer will die Geschichte wegwaschen, dass wir immer in Frieden gelebt haben? Wer ist denn wir? Kannst du dich mal vorstellen, wer ist wir denn? Hier gab es jemand. Ich weiß nicht. Aus was für einer Position sprichst du denn zu uns? Ich weiß gar nicht. Amalek. Ich bin Jude. Ja, ja, der gehört zu uns. Okay, ich muss das nur verstehen, weil ich kann das nicht einordnen. Ich will, ich will anfangen. Wo kann ich anfangen? Wollt ihr, wollt ihr in Irak? Wollt ihr in Libanon? Wollt ihr in Jemen? Wir haben eine Liste. Amalek, Amalek, da musst du dich mit hier, Amalek, da musst du dich mit Isak oder Eko unterhalten. Also, guck mal. Mit uns bringt das nicht viel, wenn wir deiner Meinung sind. Nichts gegen Moslems. Amalek. Abscheue Islamfeindlichkeit und Christenfeindlichkeit und Judenfeindlichkeit. Ich habe sogar die besten muslimischen Freunde. Ich liebe sie. Shalom Aleichen. Besten Juden. Was haben wir? Guck mal, guck mal. Ich habe im Jahr, ich fange jetzt mal kurz ein Kalb an. Ich liebe Jutsche Muschi Salter. Ich auch. Was ist das jetzt? Seid nicht respektlos. Kian, wo kommen die immer her? Was ist das? Ey, jetzt kann ich irgendwie nicht draufschmeißen. Wollt ihr hören, was passiert ist oder wollt ihr nicht? Ich fühle mich, ich wurde verpflichtet, meine Geschichte nicht wegzuwaschen von euch albernen Menschen. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß. Du bist ein religiöser Mensch und du nimmst deine Glaubensbrüder in Schutz. Auch deine jüdisch-christlich-muslimischen Glaubensbrüder. Weil du sagst, alles ist besser, als an kein Gott zu glauben. Und deswegen verbrüderst du dich mit dem Teufel, weil du denkst, du kannst mit dem Teufel den Welsenbub austreiben. Nein, ich will denen sagen, wo wir Juden schlecht behandelt wurden. Du hast nette muslimische Freunde. Weißt du, über muslimische Freunde zu reden als Jude ist so, als wenn Hühner in einem Hühnerstall schwärmend über Cave City reden. Okay, okay, Entschuldigung. Kann mir jemand mal sagen, wenn ich mal sprechen darf. Ich würde gerne etwas zu Kieran sagen. Aber ich nehme die ja nicht im Arm. Ich will die nur erzählen, wie wir Juden mit Moslems in Iran zusammen gelebt haben. Also ich kann in Kairo anfangen. Wir wissen ja schon. Wir wissen ja schon. Wir wissen jetzt nicht. Gab es ein Ereignis, die hieß... Aber Hamelech, ich muss dir auch trotzdem kurz sagen, mich interessiert das Christentum nicht. Mich interessiert der Islam nicht. Ich bin für die jüdische Bevölkerung, einfach weil den Juden da unten gerade sehr viel Leid, also Leid widerfährt durch die Hamas. Ich bin aber jedenseits fern von jeder Religion. Also ich habe keinen Bock auf Religion. Du bist für die Hebräer, aber nicht für das Judentum. Hamelech, weißt du, was wäre für eine richtige Antwort auf das, was jemand vorher in die Runde geworfen hat? Wegen 500 Jahre haben die friedlich gelebt. Ja, ich will das... Eine richtige Antwort wäre nein. Weil auch zur Osmanische Zeit gab es Pogrome, also 1929, 21... Ja, das Witzige ist, jetzt kommen alle um 2 Uhr morgens, jetzt drehen sie alle durch. Ja, ja, ich will denen das ja sagen, dass wir nicht... Aber du siehst das irgendwie in die Länge mit Vorgeschichten. Ich will ja sagen, dass wir nicht friedlich gelebt haben. Ja. Die sagen ja, wir haben immer friedlich miteinander gelebt. Wunderbar. Kompletter BS. Da hat sich genau nach dem Gegenteil angehört. Nein. Nein, 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 nein. Hier doch, so habe ich dich verstanden. Nein, nein. Ich wollte... Die haben ja das Weiß gewaschen hier, dass wir immer friedlich... Oh ja, okay. Jetzt haben wir das. Aber alle haben es so verstanden, als hättest du gehört. Nein, gar nicht. Also ich wollte die fragen, wo wollen wir denn anfangen? Wollen wir in Libanon anfangen? Wollen wir in Kairo, in Syrien... Wenn er fertig ist, darf ich dann kurz antworten? Dann ist es zu fünf Uhr morgens, wenn er fertig ist. Ja, ganz schön, ganz schön. Ja, und wenn ihr nicht schreit, wenn ihr nicht schreit, dann könnt ihr auch mal dazwischenreden, wenn ihr nicht schreit. Das jüdische Volk ist das ärmste Volk, was es je gegeben hat. Und im Jahr 1941 gab es ein Ereignis, das hieß Farhut. Da kam es in Bagdad zu einem gewalttätigen Pogrom. Das hört nicht mal auf heute. Da gab es einen gewalttätigen Pogrom, bei dem 175 Juden... Ian! ...tausend verletzt und 900 Häuser zerstört worden. Im Jahr 1948 war es für Juden in Kairo eine sehr, sehr belastende Zeit. Nach der Aufrufung des israelischen Volkes kam es drei Monate zu Bombenangriffe auf jüdische Gebiete in Kairo, bei denen 700 jüdische Menschen starben und fast... Hallo everyone, hallo everyone. I just wanted to say... Hallo everyone, I just wanted to say... ...that all of you... ...you all look like my nutsack. Each one of you. Yep. ...you look like my penis dog. You look like my cock, don't you? You look like my cock, don't you? Schmeiß den mal runter, bitte. Lückenherz! Lückenherz! Ja, warte! Lückenherz! 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 Ich meine, wenn man einen Verstand besitzt und schon mal darauf hingewiesen worden ist, dass man falsch moto見, ist es in deren Macht, das Ganze zu überprüfen und sich ausbilden zu müssen. Der Unterschied ist! Wir haben ja auch die sonstiges. � tudigherz! Ja. Da kann ich ihnen nicht mehr weiterhelfen. Da hast du das Prinzip Cheers gemacht. Meine Geschichte wegzuwaschen, ich sage euch an meinen muslimischen Brüdern, ich liebe euch sehr, aber warum wäscht ihr unsere Geschichte weg? also ich liebe sie auch nicht und jetzt wieso liebst du sie denn kommst du als jungen lassen die liebe kurz ich würde gern was sagen und zwar kian was du alles ist hier hast die juden alles was du eben erzählt hast was die muslime gemacht haben und so weiter stimmt bestimmt die muslimische welt ist verdreckt viele muslime gehen gar nicht zur moschee diese hodgers und die ganzen religions heute diesen richtigen teufel aber eins habe ich gesehen die man sich gemerkt hier anlass mich bitte aussprechen bitte ich habe euch zugehört bitte ich bitte euch menschlich kian ich habe eins gemerkt du hast gar nicht den koran gelesen weil du hast ja nicht gelesen du hast ihn nicht gelesen weil er sagt uns die juden haben einen bund mit gott wir haben das zu respektieren nur wenige halten das nur noch ein kian was 30 jahren den koran gelesen wenn gott wenn gott mit den juden ein bund da steht im bakker ein bund hat allah hat mit denen ein und dann haben wir muslime das nur respektieren du erzählst von kindern und dreckigen menschen die für die religion ins dreck ziehen wie im christentum wie im juden ich bin ich würde nur ich habe Angst dass ihr mich stummt deswegen versuche ich schnell zu reden nein ich habe mich nicht die ganze zeit das ist nicht schön ist um dich nicht bestimmt dich nicht haben wir mal junge wenn du jetzt in einem pro israeli stream und versuchst hier islam gut zu reden warum bist du nicht in einem stream wo pro palästinensische begegnen also gemeinschaft sitzt und juden scheiße labert warum sitzt du nicht da und klärst die nicht auf dass juden normal wäre okay meine antwort ist das kann die kettenreaktion des bösen nicht unterbrechen nur die liebe kann es wenn ihr die wahrheit wissen würdet werden wir auf der welt kein problem nur man verarscht und man schmacht schandtaten extra muslimischen 18 jährige bärtige bastarde die drogen verkauft haben und köpfe abschneiden die erhöhung so sagen eco da hast mich aber ich verstanden ich glaube du hast mich falsch verstanden ja nee ich habe dich schon verstanden nur es ist halt schade ich merke da sitzen halt für israel und so weiter es gibt sehr liebe israeli sehr liebe ukrainer deutsche engländer amerikaner ist halt schade so jeweils sind in einem pro palästina stream gesagt dass israel existenz recht auf existenz hat und laut dem koran nach der tora haben sie es nicht nur wenn der messias kommt aber wenn aber wenn die israelis unbedingt sagen ey man die sind nicht religiös dann sollen sie doch ich bin kurde ich habe dasselbe problem wenn die israelis unbedingt ein land haben eco bring mal bitte den bring mal bitte in der tora den vers wo es den juden nicht erlaubt ist israel zu besitzen ja das erzählen die orthodoxen rabbiner jedenfalls ich habe die bibel zu hause ich habe die bibel zu hause man ich packe euch das noch aus warte mal wenn du mir diesen vers zeigen kannst konvertiere ich zum islam zurück welchen vers welchen vers um dass die juden nicht ins gelobte land gehen können um sich dort selber zu verwalten du wirst diesen vers nicht finden zeigt das habe ich doch gar nicht so gut ausgesprochen ich strecke mein arsch wieder nach oben und rutsche wieder fünfmal am tag auf dem boden herum er war mal das habe ich doch gar nicht ausgesprochen nur es steht anscheinend mit dem unsinn lerne deine mache deine hausaufgaben so etwas gibt es nicht okay man viel haben ich wünsche euch allen frieden im leben viel glück und gesundheit ich habe es versucht so ich habe es gut gemeint so tolerant sein aber ja gut geben mir den vers aus der tora wo steht dass die juden nicht ins gelobte land gehen können um sich dort selber zu verwalten oder dort ein königreich judea aufzubauen oder israel oder was auch zeigen du zeige du mir den vers wo das so bild steht okay schau mal du drängst mich gerade nachts während die alle pennen und ich im wohnzimmer hier mich so emotional gekriegt habe ich krieg dir den vers ist kein problem ich wollte dem löwenherz eco ganz easy es gibt eine gruppierung ja es sind gerade mal hallo es sind gerade mal 5000 menschen die die so mega religiös sind und sowas behaupten und du nimmst als argument irgendeine behauptung von 5000 menschen im gegensatz 16 millionen anderen jones wetlander und ich merke ihr habt nicht gelesen den juden die israel ablehnen sie begründen es nicht mit der tora doch genau das tun sie doch ich habe einen vers der lüge gerade du lüge gerade land verbietet es tut mir leid ich bin ein respektvoller mensch aber das entweder du hast es wirklich du weißt du hast es wirklich mitgekriegt oder du lügst gerade um jeden du hast eben gerade eine kleine minderheit kranke minderheit das sind die wahren juden man da sie werden waren orthodox abgestempelt weißt warum es kein ultra-orthodox moslem gibt muss man bei den holen damit ihr denen ich zuhören also noch mal zu mitschreiben es ist noch gut also ein menschen tötet ist also bei die ganze menschheit die haben wir einen menschen am leben erhält die muslime das gilt für die juden ich habe das testament für die für das israel ok ich kann das einmal einblenden wenn ihr wollt bitte blende mal dies ist die tora 90 blende das ein belehre mich jetzt bitte das kleiner wichser alle 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 und du kleiner sepp du hast gar sie sieben die ist nicht mehr zu helfen die ist nicht mehr zu helfen weißt du was auf kurdisch dankeschön heißt spaß wie bei euch was sie war warum deflektierst du jetzt finde mir den wahl ja warum ich habe den verschlägt leute ich habe den verschlägt blende ein blende ein so ein alter wie das ist schon so was du beweis schon dass ihr heuchler seid warum macht er das warum zieht ihr die juden in den dreck warum versucht es bald irgendein neues wort für heuchler das ist langsam zu viel am tag und das ist meine ich habe den islam nicht so gut drauf nur für mich einladen ich bin in berlin ich kann nicht jetzt einfach live kommen ich bin ich bin super was hältst du davon wenn jemand zu dir sagt wir werden wieder österreich einnehmen was das jetzt eine aussage was hörst du davon was für österreich einnehmen viel spaß ich habe heute mit jemanden gesprochen der hat gesagt wir wollen österreich einnehmen und oberschlesien auch noch dazu richtig ich habe gesagt so sieht es aus was meinst du damit sagte ja alte deutsche einheit wieder zusammenführen österreicher haben etwas mit dir zu tun am deutschen wesen soll die welt genesen hallo du hast nichts mit deutschland zu tun hast mich verstanden wir sind aria du bist nichts geh raus mit dir rede ich nicht nicht wenn ich jetzt mit dir reden muss ich dir keine knochen schmeißen kann ich kann ich trotz meines akzentes eine deutsche sein ich möchte nur mit leuten reden die mit die mit mir auf ein level sind das ist da bist du hier nicht nur was machst du denn ich habe ihn noch eingeladen ihr habt mich löwen herz hat mich eingeladen weil er weiß dass ich mit ihm auf ein level mit euch zwei kann ich nicht auf ein level sein weil ihr seid unter meinen schuhen so fertig mit euch will ich nicht reden wenn ein mensch mit euch nicht reden will warum mit ihnen reden warum verstehe ich sehr kontaktfreudig deswegen ich möchte es nicht aber wenn ich nicht möchte mit dir zu reden dann möchte ich nicht mehr aber ich bin co-host und wenn du mit dem co-host nicht kommunizieren willst dann gehe ich runter dann gehe ich runter ich habe keine probleme damit mein leben ist nicht wie dein leben besteht aus ich habe jetzt auf die richtig unter lupe genommen das macht man nicht das ist noch jetzt erst mal ausreden möchte ich nicht reden wie oft soll ich das noch erwähnen das kannst du so oft wiederholen ja aber ich möchte nicht mit jemandem reden aber wir sind sehr kontaktfreudig wir möchten uns mit ihr unterhalten unterhalte dich doch mit dieser schöne dame neben dir was willst du von mir unterhalten unterhalte dich mit der dame du hast die möglichkeit in deinem leben mit einer frau zu sprechen unterhalte dich mit ihr nicht mit mir ist doch sehr gut du hast die möglichkeit mit einer frau zu reden ich bin die ex-frau von kehran also wir sind unzertrennlich auch ja das ist gut freut mich für euch zwei so löwenherz hörst du mir zu ich hör dir zu aber kehran ist cohost der kann dazwischen reden ja aber ich möchte nicht mit ihm reden ich möchte mit dir reden wenn ich zum beispiel mit freundin ich war jetzt im lobby ich habe jetzt mit dem mit dem typ von lobby geredet geht das dass die kellerin dazu kommt und mit mir redet geht nicht ich möchte nicht mit ihm reden ist doch mein recht brah ihm auch nicht was ist denn mein recht radik auch nicht das ist ja mal schon gar nicht meine ex-frau hat hier nichts zu melden du hast du hast die möglichkeit in deinem leben einmal mit einer frau zu reden bitteschön ich mache mich auch ich habe die schnauze voll von meiner ex-frau ich will nicht mehr mit ihr reden ich möchte mit dir reden ja verstehst du das ich habe für dich auch extra die udss spiel damit wir doch mal unsere deutsch russischen beziehungen auffrischen können so mr warum hast du so eine allergie gegen mich warum bin ich dir nicht intellektuell genug wo macht man den mikro an habe ich nicht habe ich nicht eine habe ich nicht genug spiritualität bin ich nicht genug geprägt vom islam was ist los mit ihr mein freund komm du bist in meiner heimatstadt berlin benimm dich auch so ist mein zuhause meine gang mein blog meine gegen mein blog du bist in meiner hut mr mr komm richtig ich rede nur mit meinem niveau und das löwenherz dankeschön für deine warum beleidigst du löwenherz ich habe ihn eben gerade auf whatsapp angeschrieben habe gesagt wag es nicht ich schmeiß dich raus junger und er hat sie ist ja er sagt gar nichts er kuscht hier richtig von mir also komm junger ich zähle bis drei aber sehr langsam für dich so wir haben noch zeitig der hat kein wort gesprochen wir haben auch isakas und rahim ich höre euch wir hören dich also schieß los ich bin eigentlich nur am lachen wenn ich mir gerade das geschäft daran gehört habe ja isakas dann bitte du ja ich wollte nur hier fragen was schon wieder facharbeitermangel was wir machen wenn die ganzen muslimen zurückgehen dann dann werden wir uns fleißige menschen aus dem europäischen raum holen oder wir wurden wurde na überall her was glaubst du wie viele polen werden auf deutschland kommen möchten das sind fleißiger aber gar keine menschen die polen ich sehe sie in england und wir arbeiten sich die seele aus dem leid die wollen nicht nur bmw fahren zum nulltarif sie wollen für den bmw hart arbeiten die können ja alle kommen aber die kommen ja teilweise gar nicht mehr die polen gehen ja teilweise alle schon nach kanada und so ja isa glaubst du warum die polen so in in massen auswandern in den letzten zehn jahren sind zwei millionen polen nach england gekommen und die arbeiten hier sich die knochen aus der seele isaac darf ich dir eine frage stellen was hattest du in der matte wie gut bist du in martha jetzt nicht so gut warum dann gebe ich den einfachen beispiel stellen wir vor du hast verwandte und die kommen zu dir ja und möchten bei dir leben 100 stück sind gekommen du hast die alle untergebracht und nach einem jahr die nur 40 prozent arbeiten 60 musste unterhalten profitierst du von deinem 40 prozent von verwandten oder eher nicht ja er nicht okay da haben wir das problem gelöst ja aber du musst ja auch die leuten ein bisschen zeit geben die sind ja noch nicht so lange in deutschland viele sind sehr viel sehr lange in deutschland werden viele sehr viele sie werden die 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 noch nicht mit deutsch gelernt haben die jetzt zum beispiel 9 die ist damals kamen die im parallel gesellschaften leben svetlana warte mal kurz hier hat jemand geschrieben löwenherz du hast dir gar keinen gefallen mit dem stream und kians aussagen getan doch habe ich kians aussagen waren super klasse und der stream hat mal wieder gezeigt ich meine wir sind noch nicht am ende dass viele facharbeiter hier hochgekommen sind die ihren geistigen dünnschuss abgelassen haben sie regen sich auf also ich schrei mir hammers ist eine widerstandsbewegung und israel muss vernichtet werden aber wenn ich sage dass china das richtig tut mit den uiguren dann 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 sagen sie genozid und er hasst menschen ich würde die ich würde die menschen hassen wenn die schienen chinesen es nicht tun würden ich finde es gut dass die chinesen die die uiguren von dieser wahnsinnigen religion abbringen wollen und sie endlich wieder in die große menschheitsfamilie eingliedern wollen in das große ruhm reiche chinesische volk ich sollte hier jemanden fragen egal der soll selber hochkommen ja also was was beschweren sie sich wenig verfolgermorden nein aber da passiert auch kein völkermord ja wir haben aber ein riesen facharbeitermangel wie sollen wir das lösen wir haben kein facharbeitermangel das ist ein mythos den die linksverseuchte regierung auf den markt geworfen hat damit sie ihre ungebremste zuwanderungspolitik irgendwie rechtfertigen können wir haben hunderttausende von kräftigen jungen menschen da draußen die auf arbeit warten ja wir haben sie sind fachkräftemangel nicht ein fachkräfte land das unter fachkräfte leidet ich bitte dich zum beispiel die damals kam vor 24 jahren also damals wo die balkan kriege angefangen haben hallo hallo also wir haben mein tiktok ich muss leider einmal runter also was hat das mit den 24 jahren zu tun die deutschen haben deutschland ja aber wer von damals wer von den ganzen albaner bosnia und so lebende heute von sozialhilfe du kannst ja statistisch gucken teilweise gar keine mehr von denen ich weiß es nicht ich kenne die statistik nicht ich müsste anschauen und dann kann ich was dazu sagen deswegen ist es nicht so ratsam mit statistiken zu kommen die kein mensch nachprüfen kann ich wollte ja das mal gesagt haben was ich damit sagen will was ich damit sagen möchte ist dass ja das ist alle guck mal hier isa isa is kass guck mal hier bürgergeld ja ja syrer afghanen ja das sind ja alle nationalitäten teilweise drei prozent fünf sechs jahren erst hierhin kam die leute muss doch erstmal aber nicht geben sehen ja wo sind die albaner wo sind die bosnia wo sind die serben sind noch gar nicht mehr auf der liste soziale belastung für deutschland eher wenn man sagt ja sind gekommen und sind immer noch nicht integriert auch wenn es zwei drei vier fünf jahre dauert es ist immer noch eine sozialbelastung für den staat kulturell gesehen es ist auch eine belastung weil diese also man muss wirklich zur wanderungsniveau was man dabei sieht ist einfach dass die hälfte der afghanen syrer und iraker sowie kieren das auch immer sagt schon mal mindestens die hälfte schon mal keine bereicherung sind weil sie unser sozialsystem sind und einfach nichts tun und nicht arbeiten ja da hat er auch recht da hat er auch recht das streit sich ja nicht ab wo ist der junge mann der eben gerade überall badern gefragt hat weiß ich nicht ich habe ihn nicht ausgenommen wenn ich kurz eine frage stellen bezüglich bezüglich auguren in china also wie gesagt ich bin bei weitem kein fan vom radikalen oder extremistisch extremistischem islam wie kennt du kennst ich glaube ich habe schon darüber gesprochen aber bezüglich deiner meinung ich weiß du provozierst ja gerne ich finde das ist ja auch die tochter auch auch so gegebenheit ist ja wie gesagt keine wirkliche plattform um welche sachlichen diskussionen zu führen aber bezüglich auguren ist das ist das deine ist das deine wahrhaftige meinung oder oder sagst du das halt ein bisschen zu gestichen ein bisschen zu ärgern um den gespräch wissen anzukurbeln wenn ich weiß was die islamische ideologie mit menschen anrichtet wenn ich weiß was die dogmalehre mit der haltung der menschen in dem augurischen gebiet gegenüber den hanschinesen anrichtet dann sage ich jede maßnahme die den fanatismus unter auguren minimiert ist angemessen außer die auslösung der auguren weil soweit ich richtig informiert bin also ist nach auguren ist jetzt nicht mein fachgebiet aber soweit ich richtig informiert bin sind so gut wie alle renommierten großen medien anstalten sprich hat auch zeitungen sich darüber einig ich meine auch die bundestentrale politische bildung darüber einig dass dort in china also in diesen arbeitsarbeitsum erziehungs lagern es zu systematischen vergewaltigungen kommt zu folter kommt also zu maßnahmen die weit fern einer menschlichkeit also ja dann ist das verdammenswert auf jeden fall ich rede nur von der idee dass man die uiguren die fanatischen vom wahhabismus infizierten uiguren denn die saudis stecken millionen in die propaganda um die uiguren gegen aufzuhetzen und das ist auch das ergebnis übrigens auch in taukasischen republiken was glaubst du was in tschetschenien passiert ist was glaubst du was in krisis und tatschikistan passiert ist als die saudis angefangen haben in den 90er jahren dort moscheen aufzubauen da hat sich ein sehr extremistischer islam niedergelassen so wie es sich jetzt in der provinz zingang auch unter den uiguren eine sehr extremistische version des islam festgemacht hat das ist die reaktion der chinesen darauf stein lieber gegenüber der muslimischen community kritisch als gegenüber den chinesen die den albtraum nicht erleben wollen den der westen jetzt gerade erlebt aber glaubst du nicht generell dass also ex beziehung man ich bin ja der meinung ich weiß ob du mir zustimmen würdest du weißt ja wie sich staaten manchmal entwickeln egal in welche richtung der staat jetzt geht ob es jetzt extremistisch politisch ist im sinne von kommunistisch oder oder diktatorisch meint bis sich der meinung ist alle sage ich mal staatsform wenn sie in die extreme gehen jetzt außer vielleicht die demokratie nicht genauso gefährlich sein können wie extremistischer islam also quasi der kommunismus also viele sagen dass es kein richtiger kommunismus aber wir wissen ja die vorstufe sozialismus hat ja die menschen auch total auseinander genommen bist du nicht der meinung dass das generell auch gefährlich ist wenn wir von einem fall über einen richtigen kommunismus reden meinst du ja natürlich ich weiß ich also selbst selbst karl marx hatte ja selbst gesagt dass es utopie ist das lesen überlesen die meisten ja selbst aber ich meine wenn man das oder man hat es ja versucht in der geschichte ein paar mal durch zu boxen und man hat ja gesehen zu was geführt hat ja natürlich es sind es sind kommunismus faschismus islam sind alles drei kollektivistische ideologien die darauf abzielen die persönlichkeit und das individuum dem kollektiv zuzuführen deswegen verabscheue ich den islam weil der islam faktisch dein kopf da oben alles was du an persönlichkeit hast ausradieren will und dann möchte der islam sein programm auf deine gehirn festplatte überspielen und das ist der wunsch des islam du sollst ein roboter werden kollektivistische ideologien sind immer der untergang für eine gesellschaft schau dir die gesellschaften an die am meisten prosperieren oder die am erfolgreichsten sind das sind gesellschaften in dem humanismus und individualismus bürgerliche freiheiten existieren wo es keine bevormundung durch den staat gibt und so weiter und so fort und meistens sind es konservative gesellschaften leute noch 800.000 und mehr eigenverantwortung haben so wie glaube ich reagan das gesagt hat fragt nicht was wir für euch tun können was der staat für euch tun kann was könnt ihr für den staat tun das ist eine gute antwort darauf ja auf jeden fall ja ja immer immer das sehe ich auch so ja lasst euch nicht an die hand nehmen und das macht der kommunismus das macht der faschismus und das macht der islam ja der islam sagt dir wie du deinen arsch abwischen musst was du essen darfst in welcher position du mit deiner frau schlafen darfst wie du zu denken hast was du nicht zu denken hast und so weiter und so fort der islam ist eine manipulative religion die sich nicht nur tägliches leben bezieht sondern der islam bestraft dich auch für die falschen gedanken allah ließ deine gedanken die falschen und dafür kannst du schon auch von allein auf den deckel bekommt das ist aber kriegt ein muslim auch eine strafe kriegt ein muslim auch eine strafe wenn er quasi diese dieses sondern nicht folgt das heißt das sondern wenn er zwischen seine richtung hat also alles kriegt also für diese kleinigkeiten wie dieser palien die gesagt den hintern natürlich mit der richtigen hand und natürlich weil der koran es gibt ein koran vers ich müsste nachschlagen es gibt ein koran vers in dem allah sagt der prophet redet nicht von sich selbst alles was er sagt das ist keine es ist nicht belangloses reden sondern das ist etwas der der profit redet nicht unsinn und deswegen wenn der profit in der sommer eine anweisung gibt und sagt leute geht bitte mit links ins badezimmer und kommt mit recht wieder raus dann oder wascht euch den hintern mit der linken hand und mit der rechten dann sind das alles befehle die die muslime nicht ignorieren dürfen das dürfen sie nicht ausschalten okay und was ist eine strafe wenn du von strafen redest was ist eine strafe kommt sagt du hast von strafen geredet jetzt sagt eine strafe und einen ausweiten auf ihn direkt eine strafe fast noch mal verstehe ich nicht du sagst wenn man solche kleinigkeiten missachtet wird man bestraft von richtig und jetzt sagt mir eine strafe jetzt mit eine strafe für eine bestimmte strafe also wenn eine frau zum beispiel den hijab nicht tragen will dann wird ihr sozusagen das hassan also die belohnung oder das gut geschriebene am jüngsten tag zum beispiel reduziert oder eine frau die den hijab über einen längeren zeitraum nicht tragen möchte wird zu einem faser zu einer sündigen frau und das kann auch dazu führen dass eine sündige frau zum beispiel in die hölle kommen kann ja das gibt es aber bei jeder religion du hast aber von kleinigkeiten geredet jeder von allen möglichen nein du hast gleich nicht gesagt hat er nicht selber in buchhari es gibt eine überlieferung ich glaube das steht in buchhari aber diese überlaufen ist nicht bekannt dass der prophet gesagt hat dass eine prostituierte die sünden hatte wie es sandkörner in der wüste gibt ihre sünden verziehen wurden weil sie ihren schuh auszog und einem hund wasser zum trinken gegeben hat und gleichzeitig gab es einen sehr gläubigen muslim der ein tier getreten hat und dafür in die hölle kam so misst der islam alles klar was aber durchaus strafen wir wissen was sie gehört oder weißt du das alles der alkohol trinken zieht eine strafe nach sich ist eine sünde und keine strafe es ist erzieht eine strafe nach sich was passiert mit einem muslim wenn du dir die vier rechtsschule an so schau dir mal die welche rechtsschule folgst du welcher rechtsschule von das ist irrelevant gerade ein so gut du ein wasser über am wochen schule ein moslem ist du bist ein eisverkäufer nein ein eis ein moslem der alkohol trinken ist ein kleiner feigling sogar das hat nichts zu tun und gar nicht drauf eingehen was jemand wird gesagt und noch zu dieser statistik bürgergeld die war eine fälschung zeig mal die richtige bürgergeldstatistik wo deutsch ich habe meine frage stimmt aber wenn du sagst haben 2,5 millionen zeig mal zeig mal die statistik vom deutschen bundesministerium wer bürgergeld eben waren wir noch beim islam und seine strafe es gibt ja das war davor der arbeit und er bezeugt doch zeigte vom markieren wenn man 40 tage lang hier wenn man das hätte ich da noch mal rein ist in diesem fall nicht angenommen oder kann also wie oft soll ich das noch spielen wenn ich jemanden der spinnerei überführen muss das ist keine schule bleibt doch bitte bei bei dem was du mich gerade eben gefragt dass das haben wir noch gar nicht durchgekommen ja aber du gehst du keine antwort durch schweißer du bist ein angsthase das angst weil du darauf keine antworten habe ich habe dir die antwort gegeben deine antwort ist wenn ein muslimm erwischt wird dann kriegt er nach der scharia auf augenblicklich eine strafe augenblicklich er muss nicht erst warten bis onkel allein im jenseits bestraft er kriegt augenblicklich eine irdische strafe was haben wir jetzt davon aus müssen die islamischen das müssen die islamischen juristen ausmachen oder möchtest du dass ich jetzt eine frau heraussuchen das machen nein lass lieber über den bürger geld noch mal ja also gehören zu den bürger geld habe ich ja also natürlich aus dem grund dass ukraine so frisch ist haben wir die meisten die das bürger geld beziehen sind natürlich aus ukraine zweiter platz geht an syrien danach folgt türkei afghanistan und irak das sind das alles frische länder alles frische länder und das ist eine statistik sind viele türken in 2015 hierhin gekommen ja warum die statistik gar nicht so toll kian da verstoßwarnung bekommen muss raus rein wenn du auf die seite vom deutschen bundesministerium siehst du die geländer die ausländer gelistet wer bürger geld bezieht da siehst du die leute mit migrations und die ausländer gelistet was aber nicht heißt dass die ukraine die an erster stelle sind die meisten an bürger geld beziehen kann ja immer noch sein dass in länder deutsche mehr in der anzahl sind das ist nur eine gelistete anzahl von den ausländern also das kannst du überall nach und dem bundesministerium die seite jetzt und zeigt es in groß also das sind das ist schon mal also hat sie empfänger ohne deutschen pass ohne deutschen pass sind also derzeit 44 prozent erhöht ja also von daher da sind die zahlen die sprechen für sich 60 prozent steht auf dem bild was löwenherz gezeigt hat wenn es 44 prozent sind dadurch bekommt man doch direkt das bild davon dass nur ausländer bürger geld beziehen und das ist natürlich das ziel vom löwenherz aber das checken die meisten gar nicht das verstehen die leute nicht heute haben auch ein recht das bürger geld zu bekommen sie sind ja ja das sind die ureinwohner das sollte nichts dagegen aber wenn menschen in dieses land kommen die hauptsächlich nur ins bürger geld einwandern dann ist das ein riesiges problem ja ich habe ich habe dir gesagt dass die menschen doch ein bisschen zeit man hat doch man hat doch die erfolge beim damals vor 20 jahren wurde von den balkanstaaten gesehen was hier in deutschland jetzt passiert ist alle sind am arbeiten ich verstehe das was kieran sagt ich verstehe es ist ein erfolgsmodell weil vielleicht die balkan menschen einfach weiß ich nicht eine andere auffassung von leben haben ja sind ja auch muslimen ja aber sie sind sie sind sie leben faktisch in osteuropa und haben immer berührung gehabt mit der europäischen zivilisation solange es euch passt sagt immer hatten waren die europäer kaum baut einer scheiße sagte das sind wieder die muslimen also was jetzt passen wir zu europa oder nicht das nicht zu europa also dann kann ich sagen das sind europäer weil das muslime sind das ist ein anderer gesichtspunkt aber wir haben wir haben haben sie ein anderes verhalten als wenn zum beispiel eine jemenite oder ein afrikanischer muslim kommt iraner bei den muslimen europäische sozialisiert sind dann passen auch muslime nach europa aber wenn sie sehr stark vom islam geprägt sind und kommen erst sagen wir mal wie iraker oder syrer zum beispiel erst vor kurzem hierher und denken es ist okay seine ehefrau zu ermorden oder die schwester zu bevormunden und so weiter und so fort oder es ist okay eine zweit oder drittfrau zu haben dann ist dann ist er nicht vom europäischen kulturerbe geprägt sondern vom islamischen erbe nein das hat doch guck mal mambo mambo so warte mal ganz kurz mambo darf ich dir noch was sagen es ist nicht nur aus bürgergeld perspektive nicht passend mir wäre es zum beispiel egal wenn einer mehr jährchen braucht um sich zu integrieren und ich habe das sehr oft gesagt mir ist es wichtig dass man hier in deutschland oder europaweit nach verfassung lebt na und bei den meisten die aus islamischen ländern kommen gibt es anscheinend damit probleme weil die verfassung steht bei denen nicht über den koran und wir leben hier in einem land wo eigentlich verfassung geehrt sein muss und nach verfassung gelebt muss na aber dass du tun die wenigsten also ist nun mal so das ist doch mal okay du 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 beziehst es auf den islam dass die leute sich nicht rechtmäßig verhalten oder habe ich ja okay genau dann kenntlich mal niemand dazu stimmt die leute die dies machen und scheiße bauen auf den straßen das sind doch die lachhaftesten muslime die es gibt das sind doch nicht mal muslime die nein da sind nicht die lachhaftest du sagst dass das nicht die muslime sind ich bin da guck mal du hast diesen strengen blick du sagst okay das sind weil die aus den ländern kommen und wenn die scheiße bauen hat es damit zu tun an was die glauben würden die aber so leute dann würden leute ein start aus weil das sogar haram ist du darfst niemand ausbeuten nein jetzt kommen wir wieder zurück zu allen aussagen leute ich will jetzt leute ich bin auch müde ich würde langsam aufhören gerne svetlana war voll in ihrem element jetzt wird dann erzähl noch das ist das was wir eigentlich sehr oft hören von richtigen ich nehme das so muslimen die ja halt sich angepasst haben und keine scheiße bauen dass die öfters mal und sagen ja aber im koran steht dass man nicht menschen umbringt und somit wenn jemanden umgebracht hat ist er kein muslim mehr kann doch jeder ist mir das scheißegal wenn sich die leute da auch was berufen was die meinen dazu berufen du kannst doch nicht gleich assoziieren dass es im glauben liegt warum die menschen sind wie sind mambo am 7 oktober hast du die hamas kämpfer gesehen die menschen umgebracht haben und haben alles geschieht ich habe ich habe das gesehen und ich bin gegen jeden unschuldigen des also ich bin für jeden unschuldigen unterdrückt wird und ich bin gegen jede art von unterdrückung da ist viel fragwürdiges passiert ich bin genauso für das ist alles sehr ein ganz schweres konstrukt dass wir sieben stunden und erleben herzustellen bereden können ich bin genauso für die palästinensischen kinder und frauen und unschuldigen männern die unter dem bombardement der israelis auch ihr leben lassen gibt es vielleicht ein grund so er hat nicht mal angefangen erst ja ja genau zu bemitleiden habe ich gesagt ich bin nicht mal dass 1200 juden da gestorben sind die zahl wusste ich habe doch gesagt ich bin für jeden menschen der und die zahl wusstest du nicht nur seit monaten besprochen habe ich das nicht gesagt ist es jetzt ein lügte gerade dass man kann es nicht mal die israelis in den mund nehmen jeden menschen aber weil du nämlich nämlich auch noch gesagt hast dass sehr viel komisches passiert das heißt die die komischen juden die lügen schon das alles 100 prozent habe ich das nicht gesagt das ist ein sehr schweres konstrukt habe ich nein ist es nicht findet ja nicht seit dem siebten oktober statt sondern geht ja schon seit was weiß ich wann ist die israelische staatsgründung siehst du dann das weißt du noch nicht mal ich habe ja gesagt damit nicht sehr gut das ist ja die hammers propaganda die hammers hat auch in ihren fernsehauftritten immer wieder erklärt wer sagt denn das ist dass das problem am 7 oktober angefangen hat ja ist doch das ist ein berühmtes scherrit ein jüdischer rabbi hat gesagt man muss das problem an der wurzel packen und die wurzel ist nicht der siebte auch was wenn berühmter war das da der der tretet immer auf ich weiß gerade seinen namen nicht er redet auf deutsch ja sehr schön dass du dich machst du sehr gut kian du bist ein mensch du bist abschaum aber das sind eine sagen kann und das war echt nein das sind das sind deine kunden sind die muslimischen brüder die sind direkt nach dem gebet ja direkt die haben gebetet in eine moschee entschieden und dann sind sind die nach israel einmarschiert nach dem gebiet nach dem morgigen mit dem bulldozer was ist überhaupt ein stand für mich eine mensch zu viel aber wenn ein moslem das sagt passt es euch nicht weil das passt ja nicht in euer menschenbild rein weil ein moslem auch nicht in einer zivil nein 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 das passt das ist euch ein dorn im auge wenn ein moslem hochkommt und sagt ich bin für jeden menschen der unterdrückt wird das ist euch ein dorn im auge wenn ein moslem hochkommt und sagt ich bin für die politisten kommen nicht gut weg im koran dein buch ist nicht für jeden glauben so man dann sagt es ist keine schöne gute nachgelegen da ist eine israelflage nach welchem buch leben die israelis die juden nach der tolle in der tolle steht das ist klar nur kurz nur kurz bitte lasst mich ausreden ja es sind kultur sagt im islam kommen die anderen religionen du okay du sagst die anderen religionen kommen nicht gut weg in der im alten testament kennt bist du mit dem fluch von ham befasst das alte testament beschäftigt sich gar nicht mit dem ja das ist noch gar nicht gegeben hat genauso wie das alte das war nicht eine frage neuen testament beschäftigt also gibt es meines hat uns doch aber der kohann beschäftigt sich mit den juden und den christen der andauernd andauernd du bist so ein ausweicher das unglaublich das ist nur die wahrheit nein ich habe ich bin ich immer mit was ist mit der bibel was mit der tue nein ich mache ich sage zu dir ist nein ich sage zu dir du redest du mit dem finger zeigt auf andere du zeigst nur kurz bitte du redest mit dem finger auf eine religion dabei ist jede religion so dünner das verstehst du aber das machst du kann ich die rein setzen und dünner ja wie viele juden beziehungsweise israelis leben nach der tore weißt du das prozentual so ungefähr genau nein keine ahnung kannst mich gerne belehren das sind gerade also du kannst zum beispiel schon von 60 prozent der israelis nicht als religiös bezeichnen oder juli kann ich mir vorstellen ich sage ich sage auch nicht dass jeder israel leute ich wollte eigentlich auch schlafen gehen ich wollte es so sagen genau löwen herz sorry ja das hat keine ende das tatsächlich können wir wirklich ich würde aber tatsächlich noch einmal gerne hören über kieren wir türks den würde ich gerne noch mal hören wir türks das ist kein schöner name ich will sie wollten zu und eigentlich möchte ich schon was hier steht eine frage löwen herz ja bitte was hat sich gerade dazu gebracht das war ich habe das gar nicht abgespielt ich weiß nicht wer das war wer war das gerade das war ich warum hast du das abgespielt frage ich mich was soll das schauen bevor ich habe eine antwort darauf weil er die leute das ist seine arbeit mambo du bist doch gar nicht gefahren der arbeit die mann der arbeit 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 schau mal schau mal mein lieber freund schau mal als ich als als der stream hier beendet war in der mitte da habe ich mal geguckt wie viel ich gemacht habe mit tik tok 3 euro 91 wo da habe ich aber einen richtig guten job gewählt noch ist doch besser löner verkaufen also ich beantworte dir warum ich allahu akbar abgespielt habe danach sag ich mir was hast du für ein problem mit allahu akbar ich habe kein problem damit aber jetzt ist es mich doch abspielen antwort ja oder ist es die art wie er das sagt okay und jetzt komme ich auf die art wie die idf les machen ja die musik machen musik an und tanzen dabei wenn sie jemanden schießen ja wer wer die soldaten ja machen die musik an und tanzen wenn die kinder und dann ist das bösartiges oder was dann ist das für euch so eine art keine ahnung lustig magerei ja letztens vielleicht und ich dir sehen die jungs umgebracht haben zwei kinder umgebracht haben immer zwei kinder wie viel die kinder wurden in den gaza in den letzten 20 30 jahren das ist ja die frage wie viel wurden geköpft wie viel wurden aufgehängt und ermordet ohne irgendein gericht oder sonstiges nur wenn man was falsch gesagt hast wenn man schwul gewesen ist oder sonstiges die sind zu eigenen menschen teuflisch zu eigenem volk wir wissen gar nichts wir wissen nichts wir haben nur hammers propaganda gehört über die anzahl der toten in palästin wer kann für die haben wir vor dem siebten zehnten noch mal weg alle normale menschen haben was von den sieben sehen könnte die haben was von den sieben denen kann der hammers jedes nein eine frage wer kannte die haben wir uns gut finden finden jeder keiner kann die haben muss von 10 von hier aus aber du bist nicht ja wir jeder kannte die hammers die ganze welt kann ich damit beschäftigt habe kannte dir die aber die leute in deutschland oder allgemein sind die hammers dann kannte die hammers natürlich kann die könnten alle die hammers ja das darfst du jetzt weil es hier passiert so zur antwort pass auf die hammers hat oft genug schlagzeilen verursacht hat oft genug in israel busse in die luft gejagt oft genug israelische soldaten getötet oft genug mit zivilisten mit messern gegriffen und das ist auch in den mainstream medien gelandet geht aber geschossen jeden tag raketen abgesehen davon dass wir haben auch sehr populär wurde durch die drei jahre von raketen andauernd auf israel ich weiß die soldaten kinder und frauen im gaza was ja was ja wie was gefällt euch die weit sagt warum warum getötet ist irgendwas vielleicht passiert die gar nichts passiert ist das verfahren die gehen in gaza rein jeden tag und töten da kinder und frauen bullshit bullshit haltet die waffen niedrig die waffen ruhig liebt das leben und die israelis lassen euch für immer in ruhe keiner möchte mit den araber mehr als nötig in kontakt vor dem siebten zehnten vor dem siebten zehnten vor dem siebten zehnten löwenherz bitte darf ich dir was fragen warum machen die juden in israel das gleiche wie hitler damals mit den juden jetzt kommt hier relativismus ist das eine ernst gemeinte frage so ein schwachsinn ja das ist kein schwachsinn nicht eine ganz normale frage das verdient die israelische nationals ich habe kein problem mit israel die frage war lassen die zionisten endlich mal die palästinenser in ruhe erst mal leiste deinen spur auf diese schöne frage du hast dich schon letztens bleiben damit ich ruhig wieder hier an war lassen die zionisten endlich die palästinenser in ruhe genau wenn die palästinenser die zionisten endlich in ruhe lassen aber der mächtige ist ja also derjenige der etwas ausführt der die agression ausführt ist in israeli der zionist in der besatz in dem er besetzt in der versiedlung es gibt keine besatzung es gibt keine besatzung immer du leugnest gerade selbst und es gab den stadt der bundesrepublik die bundesrepublik deutschland sagt eine besagte aber ohne keine passieren das ist eine besatzung ich bin nach jordanien zurück da sind wirklich warum solche jordanien antworten kannst du nicht antworten ich kann darauf antworten was hast du was war deine frage antworte bitte ich habe nicht gehören herz macht man mich groß die frage waren hier konzentriert lesen könnte alle ich habe dich nicht gehört wann hören die zionisten endlich auf die palästinenser zu ja guck mal auf die palästinenser aufhören nein es ist klar mit dir rede ich gar nicht ich drehe weiter deine tiktoks du hast ein wissen von deinem an nichts du hast keine ahnung die israelis spucken auf nunnen die israelis massakrieren das sind diese heuchler das sind diese angeblichen christen die gar kein planer von ihrer religion aber noch mal kieran kieran noch mal wann hören die endlich auf habe ich verantwortet unterdrücken wann haben wir endlich zurück legt die waffen nieder dann gibt es auch keine sogenannten zionistische aber auch vor dem 17 gab es eine besatzung siedlung es gibt keine besatzung wie es gibt keine besatzung keine besatzung was ist mit dir ist verwaltet das west jordanland und gaza ist nicht besitzt verwaltet ist ein verwaltet ja genau das ist eine sache weiter weil das sind fakten die du einfach leugnen ist wie soll man dich ernst nehmen kieran es ist eine verwaltung wie soll man sich ernst nehmen wenn du akten leugnen wenn du nicht verwaltung doch mal wie soll man sich ernst nehmen und übernehmen verantwortungslos weißt du warum ich keine ernst nimmt weil du leugnen das fakten du weißt doch gar nicht wie viele leute liebe zuschauer die leute sind doch nur hier drin weil sie sich dran aufgeilen dass wir uns hier mehr sind fertig machen da unten wer nimmt mich ernst alle ein blaues herz für die die kieran ernst nehmen genau wer wer glaubt dass ich nicht ernst gemacht eine umfrage ja hier ein schönes herzchen ein blaues herzchen bitteschön einige nehmen mich ernst andere nehmen mich nicht ernst aber wie gesagt es gibt ja fakten auf die man sich geeinigt hat du leugnest diese frage also es gibt keine besatzung es gibt eine verwaltung es gibt keine besatzung also die bundesregion lüge verschenkt das auswärtige amt das auswärtige amt lüge das zu kontrollieren das auswärtige amt lüge also das auswärtige amt hat seine eigene agenda so wie die israelische die israelis haben auch ihre eigene agenda und dass die bedeutet ist unglaublich und er leugnet einfach den konsens auf der ganzen welt die ganze war die gelassen lassen wir den aufreden raum haben jetzt mehr zu treiben so also kieran du kannst ruhig weitere nicht wollen sagen wir müssen also natürlich haben die juden eine agenda war natürlich haben die israelis eine agenda sie haben die agenda zu überleben sie möchten überleben ja und das ist auch ganz normal seit knapp 80 jahre weil ich schlafen will immer starten davon dieses kleine land ländchen dieses kleine fleckchen erde auszulöschen mit acht millionen menschen drauf from the river to the sea heißt nicht vom river to the sea machen wir ringeltanz und halten uns alle an der hand sondern from the river to the sea palestine will be free heißt es gibt keine juden mehr auf diesem auf diesem fleckchen erde das muss doch jeder wissen ja und deswegen selbstverständlich selbstverständlich haben die juden ihre eigene agenda ja und ich bin selbstverständlich zionist wer könnte nicht in dieser situation und in dieser zeit zionist sein ich bin kein jude aber ich möchte ich bin zionist ich stehe hinter diesem mutigen kleinen völkchen von 300 millionen idioten und verrückten umgeben die nur in ihrer parlamente sitzen und das volk aufhetzen wir werden israel vernichten und dann gehen die leute in jordanien zu hunderttausenden auf die straße und dann in libanon und und stiften die menschen dazu an juden zu hassen also was ist hier das problem ich bin schon dafür dass die verwaltung solange die palästinenser nicht lernen das leben mehr zu schätzen als den tod dann muss israel so handeln wie sie handeln glauben morgen die araber sagen würden okay wir beenden dieses ganze unsinn dann würden die israelis tatsächlich dieses land in der mitte durchteilen und würden zu gleichen anteilen den araber das geben was ihnen sowieso 1948 zugesprochen wurde ja die juden würden bald schaut euch mal das westjordanland an das version ist faktisch von von westbank und gaza getrennt ich bin mir sicher die juden würden sagen okay alles klar die leute die alle im westjordanland leben können alle raus jetzt und gehen auf die andere seite aber dafür geben wir dann auch land auf der auf der linken seite ab so dass die palästinenser dort mehr haben und dann machen die das auch die juden waren einverstanden mit 30 prozent land 1948 die araber hätten damals 70 prozent bekommen jetzt haben sie weiß ich nicht 30 von allem jetzt haben sie die mit das weniger land selber schuld seit 80 jahren bräuchte kein mensch mehr sterben oder ja ist so bitte ich bitte das blösen herz schläft jetzt ein und hier schau mal und was hat dieser türke jetzt gesagt der jetzt hier gerade hier oben war ja wie arthurks jetzt verstehe ich adolf hitler was er damals über zionis gesagt hat ja das sind die leute die wir hoch holen was glaubt ihr denn dass man mit dieser mit dieser türk escheck hier auch vernünftig reden soll dass man diese leute ernst nimmt sie kommen hoch sie lächeln in deinem gesicht und wenn sie dann im chat sind schreiben sie jetzt verstehe ich adolf hitler warum er so gegen die zions gekämpft hat versteht ihr das und dann soll man mit diese leute reden mit hier mit marokkanische couscous oder mit fashion der alles andere ist als fashion wenn sie unter sich sind dann 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 lassen sie die schlimmsten sachen raus die man sich nur vorstellen kann ja das ist so wenn darf ich mein letztes wort abgeben und dann sind wir fertig du kannst natürlich danach ergänzen so ist das nicht zu der besatzung und sonstigem wie gesagt mein appell an alle bitte bildet euch aus die gaza streifen sind natürlich von einer israelischen sperranlage umgeben das ist israelis recht sich damit umzugeben und das schützt viele israelische siedlungen mit zäunen und eigenen sperranlagen von terroranschlägen durch palästinenser das kann man auch alles nachlesen also 95 terroranschlägen die in den letzten jahrzehnten passiert sind konnten vermindert werden was eigentlich zu dem positiven für israelis führt und und dabei die palästinensische zivilisten empfinden das als besatzung aber wenn man keine terroranschläge verübt und friedlich lebt dann hat man keinen zaun vor der nase so funktioniert das nun mal die mauer wurde durch schluss schlussendlich ja auch nur gebaut weil die attentate auf israel so dramatisch zugenommen haben dass die israelis gar nichts anderes machen konnten als diese gigantischen wall aufzustellen dass was glaubst du warum die chinesen also hier die chinesische mauer gemacht haben weil sie die 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 mongolen die türken davon von sich abhalten wollten deswegen der chinesische mauer gebaut was sollen sie denn auch anderes machen wenn man irgendjemanden raus haben möchte aus seinem territorium dann baut man eine mauer oder oder stellten elektrozaun kann sein das ist das dienst das dient zum selbstschutz und wenn einer das verdient hat dann soll er sich darüber gedanken machen was habe ich falsch gemacht ja das ist so vielen dank für einen stream gute nacht wünsche ich euch alles auf jeden fall sehr viel spaß gemacht das war ja ich bin mir ob ich dich wieder heirate also ja das können wir dann gerne mal also später besprechen genau genau vielen dank jetzt wunderbar ich muss morgen noch döner verkaufen sehr gut also waren wieder einige witzige sachen dabei und kian wir haben es mein bester macht gut ja so und ich gehe döner verkaufen jetzt ich habe noch nacht im bis da muss ich auch noch ein bisschen döner herstellen und ich wünsche euch alles gute meine lieben freunde vielen dank dass ihr wieder zu zahlreich da war an meine muslimischen freunde leute das nachtgebet ist bald in einer stunde ich hoffe ihr habt noch energie und in drei stunden ist auch schon wieder das morgen gebet viel spaß mit dem morgen gebet ja alles klar tschau tschau leute okay gute nacht